Zur gleichen Zeit schickte im Tau-Epsilon-V-Haus der University of Georgia der Verbindungsstudent seinem Kommilitonen, der in einem Abendseminar saß, eine brandheiße SMS. Kein Scheiß, wir haben gewonnen. Es geht gerade ab, du verpasst es. Er warf sein Handy weg und konzentrierte sich auf den Bildschirm. Er hatte trockene Lippen, seine Kehle war ausgedorrt, und er hatte das Gefühl, als wäre es drückend schwül im Zimmer. Er hielt sich an der Kante seines Schreibtischs fest, um nicht heftig vor- und zurückzuwippen. Er wusste, dass das, was er da sah, real war. Die Schreie von Nummer vier konnten unmöglich gestellt sein, und er rutschte in einer Mischung aus Erregung und Scham auf seinem Stuhl herum. In der Ecke des Bildschirms blieb die Vergewaltigungsuhr auf einer Zahl stehen, die einen Moment lang rot aufblitzte, bevor sie auf null zurückgesetzt wurde. »Nein«, sagte Adrian. »Nein«, 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 »wiederholte er.« Auf dem Monitor erschien eine junge Frau nach der anderen, die entweder in irgendeiner sexuellen Handlung posierte, in Seifenschaum gehüllt vor laufender Kamera duschte, mit nacktem Körper hingebungsvoll Make-up auftrug, oder aber in obszöner Direktheit einen Mann oder eine Frau befriedigte. Gewöhnlich einen Mann mit Tätowierungen oder eine Frau mit wallender, blonder Mähne. Einige waren angehende Pornostars, andere blutige Anfänger. Ob College-Studenten oder Callgirls, alle schienen sie der Kamera etwas vorzugaukeln. Adrian flog der Gedanke an, dass sie ausnahmslos so kindlich schön sie waren, ein Rätsel blieben. Er haderte mit sich. »Da hast du dich nun ein Leben lang mit Psychologie befasst und kannst nicht erklären, wieso sich jemand vor Fremden auf so intime Weise entblößt.« Eine Antwort lag natürlich auf der Hand. Geld. Adrian drehte sich zu dem Triebtäter um, der einen um den anderen Auftritt auf die Mattscheibe bannte. Er hätte erwartet, dass Mark Wolfes Geduld erschöpft war und er frustriert die Hände hochwarf. Denn so fühlte Adrian sich selbst. Doch Wolfes tat nichts dergleichen. Er tippte einfach weiter in die Tastatur, beschwor Bilder herauf, lockte sich in endlos viele Websites ein, sodass der pornografische Ansturm weiter wütete und kein Ende abzusehen war. Wolfes erinnerte ihn an einen Pianisten, der versunken in die Tasten griff. Kaum einmal verweilte er bei einem Bild oder Video, wobei er das beständige Ächzen und Stöhnen, das aus den Lautsprechern drang, einfach zu ignorieren schien. Auch Adrian achtete kaum auf die Details der Szenen, als hätte ihm die unablässige Flut die Sinne abgestumpft und seine Aufnahmefähigkeit stark eingeschränkt. Er hatte nur für irgendein verräterisches Anzeichen von Jennifer Augen. Brian flüsterte ihm ins Ohr, »Odi, was er dir da vorführt, ist die akzeptable Welt der Pornografie. Was du suchst, ist woanders.« Er wurde unruhig. »Mr. Wolfe«, sagte er langsam, »das ist nicht der richtige Ansatz.« Wolfe hielt an. Er drückte eine Taste, die den Ton ausschaltete, sodass ein Mädchen von kaum 18 Jahren, das sich in offensichtlich aufgesetzter Leidenschaft wand, plötzlich verstummte. Er hielt seinen Schreibblock mit einer Liste von .com-Adressen hoch, die er zusammengestellt hatte, und Websitenamen wie »screwingteenagers.com« oder »watchme24.com«. Adrian vermutete, dass so ziemlich jede Kombination sexuell suggestiver Begriffe irgendwo auf der Landkarte des Internets ihren Platz gefunden hatte. »Da sind noch eine Menge Adressen, die wir überprüfen müssen,« fing Wolfe an und schüttelte dann den Kopf. Adrian nahm einen neuen Anlauf. »Das ist die falsche Vorgehensweise, nicht wahr, Mr. Wolfe?« »Stimmt, Professor«, antwortete er. Wolfe zeigte auf die Frau vor ihren Augen. »Und«, sagte er langsam, »Wie Sie vermutlich inzwischen selber sehen, werden nicht allzu viele Leute zu irgendetwas von dem, was Sie da tun, gezwungen.« Adrian betrachtete den Bildschirm. Er fühlte sich wie bei einem Schaukampf. »Nein, ich muss mich korrigieren,« fuhr Wolfe fort. »Schon möglich, dass Sie sich dazu gezwungen sahen, weil Sie keinen Job haben oder weil es das Einzige ist, was Sie können. Oder irgendetwas in Ihnen zwingt Sie dazu, weil es Sie antörnt. »Möglicherweise.« »Aber das trifft ganz sicher nicht auf klein Jennifer zu, stimmts?« Adrian nickte. »Dachte ich mir,« sagte Wolfe. »Und selbst die Amateure oder die Highschool-Kids, die was auf Facebook einstellen, sind um einiges älter als die Kleine, nach der Sie suchen. Und all diese Websites?« »Naja, damit Sie nicht übel auffliegen, achten Sie ziemlich genau darauf, dass selbst die Teenager, die mit dem Handy Fotos machen, von denen Mom und Dad nichts wissen dürfen, mindestens 18 sind. »Niemand will sich ärger...« Er verstummte. Wolfe schien nachzudenken, bevor er sich bückte und nach der Flasche Wasser griff, die er bereitgestellt hatte. Er nahm einen ausgiebigen Schluck. Dann zerknüllte er die Blätter mit den Adressen, die er bis dahin durchgearbeitet hatte. »Mir kommt da eine Idee.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und überlegte, bevor er weitermachte. »Also, Sie kennen ja das Datum, an dem klein Jennifer verschwunden ist. Falls sie also irgendwo hier drin ist, dann ist sie erst kürzlich eingestellt worden. Die meisten der anderen Sites gibt es schon ziemlich lange, auch wenn sie ihr Angebot ständig ändern. Die Gesichter mögen sich unterscheiden, was sie machen, nicht. Aber das, wonach Sie suchen...« Adrian unterbrach ihn. »Nötigung, Mr. Wolfe. Ein Kind, das gezwungen wird.« Wolfe nahm einen Handzettel und starrte auf Jennifers Bild. »Ein Kind, hä? Sie ist hübsch.« Adrian musste ihn wohl mit einem finsteren Blick gestraft haben, denn Wolfe hielt die Hand in die Höhe, als wollte er einen Schlag abwehren. »Also gut, Professor, jetzt begeben wir uns aufs richtig gefährliche Terrain. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen?« »Ja.« »Richtig düstere Orte.« »Sie haben jetzt eine Menge gesehen. Das Zeug mag ja sehr direkt sein, für einige Leute sogar ziemlich ekelhaft oder schockierend, was weiß ich. Aber es gäbe das alles nicht, wenn nicht irgendwo irgendwer bereit wäre, dafür zu zahlen, dass er es sich ansehen darf. Und zwar genügend jemans, sodass die Unmengen an Sites alle Geld damit verdienen. Ordnen Sie da Klein-Jennifer ein, und wir wissen, wo es lang geht.« »Nennen Sie das Mädchen nicht immer Klein-Jennifer, Mr. Wolfe, das klingt so.« Wolfe lachte und half aus. »So trivial?« »Das trifft es einigermaßen.« »Also gut, ich versuch's. Aber eins müssen Sie verstehen. Das Web trivialisiert alles.« Wolfe betrachtete die verschlungenen Körper auf dem Bildschirm. Er überlegte. »Was sehen Sie, Professor?« »Ich sehe ein Paar, das Sex hat.« Wolfe schüttelte den Kopf. »Sicher, mit der Antwort habe ich gerechnet. Das würde so ziemlich jeder sagen. Man muss schon genauer hinsehen, Professor.« Adrian stutzte. Er meinte, Wolfe hätte das gesagt, doch dann erkannte er Bryans Stimme. Aber er war nicht allein. Es schien, als wartete hinter der einen Halluzination noch eine zweite. Und er beugte sich vor, um die Stimmen auseinanderzuhalten, bis er erkannte, dass Tommy dasselbe sagte wie Brian. »Sieh in die Tiefe«, hörte er. Einen Moment lang war er verwirrt und nicht sicher, woher dieser Appell kam. Dann wurde ihm klar, dass es nur Tommy sein konnte. Vor Freude hätte er fast laut losgelacht. Eigentlich hatte er die Hoffnung aufgegeben, seinen Sohn noch einmal zu hören. »Sieh ganz genau hin«, hörte er wieder. »Denk wie ein Krimineller, versetz dich in die Ratte. Wieso rennen Sie in den einen Gang des Labyrinths und nicht in den anderen? Wieso? Was erhoffen Sie sich davon?« »Komm schon, Dad, du schaffst das.« Adrian flüsterte den Namen seines Sohnes. Allein schon, indem er ihn aussprach, erlebte er ein Wechselbad der Gefühle. Liebe und Verlust. Er wollte seinen Sohn fragen, »Was hast du gesagt?« Doch bevor er die Worte über die Lippen brachte, war Tommy schon zur Stelle. »Die Morde im Moor, Dad. Was brachte die Mörder zu Fall?« »Sie haben sich zu sehr exponiert.« Adrian wendete den Gedanken hin und her. »Und was heißt das, Dad?« Das heißt, sie waren sich ihrer Sache allzu sicher und haben nicht an die Konsequenzen gedacht, als sie ihrer Anonymität preisgaben. »Ist das nicht genau das, wonach du suchen solltest?« Sein Sohn klang zuversichtlich und bestimmt. Tommy hatte schon immer das Talent gehabt, selbst in Zeiten des Aufruhrs das Gefühl zu vermitteln, dass er die Situation beherrschte. Deshalb war er ein so großartiger Kriegsfotograf gewesen. Adrian blickte wieder auf den Bildschirm. »Hey, Professor!« Wolfe klang beunruhigt. Adrian sprach nun wie ein Student, der von einem Professor aufgerufen wurde. »Ich sehe jemanden, der aus welchem Grund auch immer auf diesem Bildschirm sein will,« sagte er. »Ich sehe jemanden, der sich an die Spielregeln hält und bereit ist zu liefern, was von ihm erwartet wird. Ich sehe ein Mädchen, das nicht gezwungen wurde, sich diese Narben beizubringen.« Wolfe lächelte. »Das war poetisch, Professor. Ich teile Ihre Meinung.« »Ich sehe Ausbeutung. Ich sehe Kommerz.« »Sehen Sie auch das Böse, Professor?« »Viele würden sagen, dass Sie in menschliche Abgründe blicken, etwas Grässliches, Erschreckendes.« »Dann schauen Sie es sich nicht mehr an.« »Auf meinem Gebiet fällen wir keine moralischen Urteile.« »Wir ergründen nur bestimmte Verhaltensweisen.« »Klar doch. Sie können mir viel erzählen.« Wolfe schien amüsiert, »Wir ergründete.« »Wir ergründete.« »Wir ergründete.« »Wir ergründete.« Wolfe einige Tasten drückte und auf dem Bildschirm etwas in Schwarz und Rot erschien. Es war eine Nahaufnahme von einem Verlies voller Peitschen und Ketten und einem schwarzen Holzgestell, auf dem ein Mann mit enger, schwarzer Ledermaske systematisch von einer großen, fülligen Frau geschlagen wurde, die ebenfalls in schwarzem Leder steckte. Der Mann war nackt und sein Körper zuckte bei jedem Hieb. Ob aus Lust oder Schmerz, konnte Adrian nicht sagen. Vielleicht eine Mischung aus beidem, vermutete er. »Finstere Orte wie dieser«, sagte Wolfe. Adrian sah einen Moment hin. Er registrierte, wie der Mann zitterte. »Ja, verstehe. Aber das hier...« »Nur ein Beispiel, Professor...« Adrian schwieg einen Moment. »Wir müssen die Suchkriterien eingrenzen.« Wieder nickte Wolfe. »Genau das denke ich auch.« Beinahe wäre Adrian herausgeplatzt, »Aber wo zum Teufel soll ich suchen?« Weil er hoffte, dass Tommy oder Brian ihm weiterhelfen konnten. Doch zu seiner Enttäuschung blieben sie stumm. »Wir müssen nach Gefangenen suchen«, sagte er. Wolfe schien zu überlegen, während Adrian fortfuhr. »Drei Leute.« »Die beiden Kidnapper und Jennifer.« »Wie werben Sie für das, was Sie vorführen, Leute, an?« »Sie müssen damit Geld verdienen, sonst ist diese ganze Sache vergebens.« »Also, finden Sie das Geld, Mr. Wolfe.« »Zeigen Sie mir, wie jemand, der ein Mädchen auf der Straße entführt hat, sein Opfer benutzt.« Adrian machte Druck. Seine Stimme strahlte eine Autorität aus, die seiner Krankheit trotzte. Irgendwo in einem hinteren Winkel seines Kopfes hörte er, wie ihm sein Bruder und sein Sohn applaudierten. Wolfe wandte sich wieder dem Computer zu. »Nur mit der Ruhe«, sagte er leise. »Das hier wird schwere Kost, besonders für einen alten Mann wie Sie.« »Für Sie nicht, Mr. Wolfe.« Der Triebtäter schüttelte den Kopf. »Vertrautes Territorium, Professor. Hab ich alles schon mal so oder so gesehen?« Er tippte weiter in die Tasten. »Wissen Sie, wenn Sie wie ich sind, dann verstehen Sie deshalb noch lange nicht genau, was...« Er zögerte. »Einen anzieht. Man sondiert das erst mal. Wenn einem Bilder und Begierden im Kopf herumschwirren, na ja, dann geht man ihnen erst mal nach. Zunächst legt man beträchtliche Strecken im Kopf zurück. Erst dann mit den Füßen.« Er zuckte die Achseln. »Und da tappt man gewöhnlich in die Falle. Wenn man noch nicht genau weiß, wonach man sucht. Wenn man es erst mal weiß, und ich meine, richtig weiß, also dann kann einem praktisch nichts passieren. Weil man dann konkret planen und systematisch vorgehen kann.« Adrian bezweifelte, dass irgendein Kollege in seinem ehemaligen Institut über die komplexen, verschlungenen emotionalen Aspekte einer Reihe von Sexualstraftaten und abnormen Verhaltensweisen eine so treffende Analyse hätte präsentieren können. Den Finger vor einem letzten Tastendruck in der Schwebe verstummte Wolfe plötzlich. »Ich muss wissen, dass Sie hinter mir stehen«, sagte er schroff. »Ich muss wissen, ob ich auf Sie zählen kann, Professor. Ich muss mich darauf verlassen können, dass dies alles hier unter uns bleibt.« Adrian hörte plötzlich, wie Tommy und Brian ihn gleichermaßen bedrängten. »Mach schon! Lüge!« »Ja, ich gebe Ihnen mein Wort.« »Können Sie zusehen, wie jemand vergewaltigt wird?« »Können Sie zusehen, wie jemand ermordet wird?« »Hätten Sie nicht behauptet, Snuffhämme existieren nicht?« Wolfe schüttelte den Kopf. »Ich habe Ihnen gesagt, in der Welt der Vernunft existieren sie nicht. Da sind Sie nichts weiter als ein moderner Mythos. In der irrationalen Welt dagegen, na ja, da vielleicht schon.« Wolfe holte tief Luft und fuhr fort. »Also, wenn ich je mit diesem Zeug auf dem Computer erwischt würde. Falls irgendein Cop, der auf diesem Gebiet arbeitet, das bis zu mir zurückverfolgen könnte. Also dann...« Er sprach nicht weiter und auch Adrian brauchte den Satz nicht zu ergänzen. »Nein. Ich bin derjenige, der das hier von Ihnen verlangt. Falls es je Folgen haben sollte, falls die Polizei dahinterkommt, nehme ich das ganz und gar auf meine Kappe.« »Hundertprozentig?« »Ja. Und Sie können immer die Wahrheit sagen, Mr. Wolfe, dass ich mich bereit erklärt habe, Sie für Ihre Anleitung und Hilfe zu bezahlen.« »Sicher. Nur, dass Sie mir das auch abnehmen müssen.« Wolfe murmelte leise vor sich hin und Adrian beschlich das Gefühl, dass der Vorbestrafte am Rande eines Abgrunds balancierte. Einerseits wusste er, in welche Schwierigkeiten er sich, selbst mit Adrians Rückendeckung, bringen konnte. Andererseits wollte er offensichtlich weitermachen. Die Sides, denen sie sich ab jetzt zuwandten, übten auf den Mann eine Faszination aus und Adrians Suche nach Klein Jennifer verschaffte ihm eine abstruse Form der Rechtfertigung. Adrian sah diesen Konflikt in der Art, wie sich Wolfe über die Tastatur beugte. »Also gut, Professor. Jetzt betreten wir die Unterwelt.« Seine Stimme war ein wenig angespannt und schrill. Er drückte eine letzte Taster und kleine Kinder erschienen auf dem Bildschirm. Sie spielten an einem sonnigen Tag in einem Park. Im Hintergrund konnte Adrian historische Gebäude und Kopfsteinpflaster ausmachen. »Amsterdam«, tippte er. Mark Wolfe durchfuhr in diesem Moment ein Ruck. Eine unwillkürliche Bewegung, die Adrian nur aus dem Augenwinkel heraus mitbekommen hatte. Dann schluckten beide Männer schwer, als klebte ihnen die Zunge am Gaumen, wenn auch aus entgegengesetzten Gründen. »Sieht recht unschuldig aus, nicht wahr, Professor?« Adrian nickte. »Gleich nicht mehr.« Der sonnige Tag und der Park lösten sich auf. Und stattdessen erschien ein weißer Raum mit einem Bett. »Also, sich das hier anzusehen oder zu besitzen oder auch nur daran zu denken, ist absolut verboten,« sagte Wolfe und beugte sich noch eifriger vor. »Machen Sie weiter,« sagte Adrian und hoffte insgeheim, damit nur Bryans Anweisung zu befolgen, auch wenn er einräumen musste, seit einigen Minuten kein einziges Wort mehr von seinem Bruder gehört zu haben. Es schien, als sei selbst der abgebrühte Anwalt von dem, was auf dem Bildschirm erschien, schockiert. Stundenlang wanderten die beiden Männer durch die Computerwelt, die ihren eigenen Regeln und Moralvorstellungen folgte, indem sie bedenkenlos jene Seite der menschlichen Natur animierte, die in den Lehrbüchern eher klinisch distanziert beschrieben wurde. Dabei gab es wenig, was nicht schon seit Jahrhunderten existiert hätte, nur dass die Logistik, die Lieferform, sich geändert hatte und ebenso die Empfänger. Adrian hätte das, was er zu sehen bekam, verstört, hätte er es nicht mit dem Abstand des Wissenschaftlers betrachtet. Er verfolgte ein klar definiertes Forschungsprojekt und so fiel alles, was sich vor seinen Augen ausbreitete und nicht zu seiner Theorie über Jennifer passte, automatisch durchs Raster. Mehr als einmal dachte er beim Anblick irgendeiner schrecklichen Ausbeutung von Menschen, dass er sich zum einen glücklich schätzen musste, Psychologe zu sein und zum anderen seinen Verstand wie auch sein Gedächtnis auf einmal zu verlieren. Dies bot ihm einen doppelten Schutz gegen Bilder, die dem Grauen ganz neue Dimensionen verliehen und die durch das Sieb seines Gedächtnisses fallen würden, bevor sie zum Albtraum werden konnten. Den ganzen Tag hindurch, bis in den Abend hinein, erschien Wolfes Mutter von Zeit zu Zeit im Wohnzimmer, um schüchtern ihre Sendungen einzufordern, wurde von ihrem Sohn jedoch pflichtbewusst in ihr Zimmer zurückgeführt. Irgendwann bereitete er ihr eine kleine Mahlzeit und brachte sie mit dem vertrauten Ritual zu Bett, entschuldigte sich dafür, den Fernseher die ganze Zeit für sich allein in Anspruch zu nehmen und versprach ihr ein extra langes Sitcom-Vergnügen für den nächsten Tag. Es schien Wolfes schwer zu fallen, seiner Mutter diese kleinen Freuden zu verderben. Adrian bemerkte sein Mitgefühl, Doch ihm entging auch nicht, wie sich derselbe Mann mit Feuereifer in die Bilderflut stürzte, die sie auf den Flachbildschirm banden. Manchmal sagte Adrian, »Es bringt nichts, gehen wir zum Nächsten.« Doch Wolf reagierte nur zögerlich, weil es ihm schwer fiel, sich loszureißen. Wolf war zugleich stimuliert und auf der Hut. Adrian vermutete, dass der Triebtäter, wenn er sich in die Welten des Webb begab, noch nie neben jemand anderem gesessen hatte. Für Adrians Geschmack war ihre Tour de Force abstumpfend und ermüdend. Sie sahen Kinder, sie sahen Perversion, sie sahen Tod. Es wirkte alles real, selbst wenn es gespielt war. Adrian begriff, dass die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit fließend waren. Am Ende konnte er überhaupt nicht mehr sagen, ob das, was er vor sich hatte, tatsächlich passierte oder mit einem cleveren Griff in die Trickkiste von Hollywood vorgegaukelt wurde. Ein Terrorist, der eine Geisel exekutiert. Das musste real sein. Doch das geschah, dachte er, auf einer anders gearteten Stufe menschlicher Existenz. Wolfe tippte weiter, doch sein Tempo ließ nach. Adrian vermutete, dass es ihn ermüdet hatte, sich auf das Glatteis seiner verborgenen Wünsche zu begeben. Es war schon spät. Hören Sie, sagte Wolfe. Wir sollten eine Pause einlegen, vielleicht etwas essen, einen Kaffee trinken. Kommen Sie, Professor, ruhen wir uns ein bisschen aus, dann schauen Sie morgen wieder vorbei und wir versuchen es weiter. Nur noch ein paar. Haben Sie eine Ahnung, wie viel Geld Sie schon ausgegeben haben? Fragte Wolfe. Allein schon durch die Anmeldung bei diesen Websites? Eine nach der anderen. Ich meine, das geht in die Tausende. Machen Sie weiter, sagte Adrian. Er zeigte auf eine Liste, die auf dem Bildschirm eingeblendet wurde. Auf I'llDoAnything.com folgten YourYoungFriends.com und whatcomesnext.com Wolfe klickte auf Letzteres und saß auf einmal senkrecht. Also guckt sich das einer an. Die verlangen eine Menge Kohle für die Mitgliedschaft. Das ist eine teure Seite, sagte er. Die müssen was Besonderes bieten. Mit einem Schlag wirkte er wieder energiegeladen. Es war nur rote Schrift auf schwarzem Grund zu sehen. Eine Preisliste. Dazu eine Stoppuhr und die Worte Serie Nummer 4. Kein Hinweis auf das eigentliche Produkt, woraus Adrian schloss, dass die Besucher schon wussten, was sie erwartete. Seine Neugier war geweckt. Im selben Moment zeigte Wolfe auf die Stoppuhr. Stimmt die Zeit nicht mit dem Verschwinden von ihrem Mädchen überein? fragte er. Adrian rechnete kurz nach. Er empfand plötzlich eine andere Art von Enthusiasmus als der Sexualstraftäter. Zahlen Sie, sagte er. Wolfe tippte Adrians Kreditkartennummer ein. Die beiden Männer warteten auf die Zahlungsbestätigung. Kaum war die Abbuchung erfolgt, erfüllte Beethovens Ode an die Freude den Raum. Das ist cool, sagte Wolfe, während er Psychoprof als Benutzernamen eintippte und eine Eingabeaufforderung für das Passwort erschien. Er tippte Jennifer. Okay, Professor, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Noch ein Klick und die Aufnahme einer Webcam beherrschte den Bildschirm. Eine junge Frau, deren Gesicht unter einer Haube verborgen war, saß allein auf einem Bett in einem kahlen Kellerraum. Sie zitterte vor Angst. Sie war nackt. Ihre Hände waren mit Handschellen und einer locker fallenden Kette an die Wand gefesselt. Mann, sagte Wolfe, das ist abgefahren. Unter dem Bild standen die Worte Sag Hallo zu Nummer 4, Psychoprof. Adrian starrte das Bild eindringlich an. Auf der Suche nach irgendeinem verräterischen Merkmal, das ihm weiterhelfen konnte, wanderte sein Blick über die Haut des Mädchens. Er sah nichts. Ich kann's nicht sagen, bemerkte er wie zur Antwort auf eine Frage, die auf der Hand lag. Er stand auf und trat näher an den Fernsehapparat, als könnte er aus kurzer Distanz scharfer sehen. Aus den Lautsprechern ertönten schweres Atmen und gedämpftes Schlochzen. Sehen Sie mal, Professor, am Arm, Adrian erkannte am Oberarm des Mädchens das Tattoo einer schwarzen Rose. Als er darauf starrte, stellte sich Wolfe neben ihn. Er deutete auf den Fernsehapparat und berührte ihn mit der Hand, als könne er so die Person, die dort zu sehen war, streicheln. Adrian sah, worauf er zeigte. Eine dünne Blinddarmnarbe an der rechten Bauchseite des Mädchens. Aber das Alter könnte stimmen, oder? Adrian nahm den Handzettel. Weder ein Tattoo noch eine Narbe wurden dort erwähnt. Er zögerte. Er sah Wolfes Handy auf dem Tisch und griff danach. Wen rufen Sie an? fragte Wolfe. Reiten Sie mal, antwortete Adrian. Er wählte eine Nummer, doch sein Blick war auf das nackte, zitternde Mädchen vor seinen Augen fixiert. Terry Collins nahm beim dritten Klingeln ab. Sie saß immer noch Mary Regans und Scott West gegenüber und mühte sich zum hundertsten Mal durch dieselbe Erklärung. Mary Regans schien einen unerschöpflichen Vorrat an Tränen zu haben, die in den Stunden, seit Terry bei ihr war, reichlich geflossen waren. Das verwunderte die Kommissarin nicht. Sie wusste, dass es ihr an Marys Stelle nicht anders gegangen wäre. Das Display auf ihrem Handy sagte ihr, dass der Anruf von Mark Wolfe kam. Das überraschte sie. Es war schon sehr spät und es ergab auch keinen Sinn. Sexualstraftäter riefen nie bei der Polizei an, sondern höchstens umgekehrt. Als sie Adrians Stimme hörte, war sie verblüfft. Detective, tut mir leid Sie, um diese Zeit zu stören, fing er an. Er wirkte seltsam gehetzt. Terry Collins hatte Adrian bei ihren wenigen Begegnungen unstet und wechselhaft erlebt, doch gehetzt war etwas, das ihr im Zusammenhang mit dem Professor nie in den Sinn gekommen wäre. Was gibt's, Professor? Sie war kurz angebunden. Im Moment hatten die Tränen von Mary Riggins Vorrang. Hat Jennifer eine Narbe von einer Blinddarmoperation? Hat sie ein Tattoo mit einer schwarzen Blume am Arm? Terry wollte gerade antworten, überlegte es sich aber anders. Wieso fragen Sie, Professor? Ich will mir nur über etwas Klarheit verschaffen, antwortete er. Klarheit? Worüber? fragte sie sich. Die Anfrage erregte ihr Misstrauen, doch sie sagte nichts. Sie wollte den verwirrten alten Mann nicht unnötig verletzen, andererseits aber bei der Mutter und dem künftigen Stiefvater keine falschen Hoffnungen wecken. Sie warnte sich an Scott und Mary. Hat Jennifer irgendwelche Narben oder Tattoos, die sie vielleicht zu erwähnen, vergaßen? fragte sie, während sie die Hand über den Hörer hielt. Scott antwortete prompt. Nein, hat sie nicht, Detective. Sie war doch noch fast ein Kind. Ein Tattoo? Ausgeschlossen. Das hätten wir ihr nie erlaubt, egal wie oft sie darum gebeten hätte. Und sie war minderjährig, also konnte sie ohne unsere Erlaubnis keins bekommen. Und sie wurde auch nie operiert, Mary, oder? Mary Riggins nickte. Terry Collins sprach ins Handy. Auf beide Fragen nein. Gute Nacht, Professor. Sie trennte die Leitung. Obwohl nun ihr selbst eine Reihe von Fragen im Kopf herumspukten, doch die mussten erst einmal warten. Zunächst musste sie sich irgendwie von der kummerbeladenen Mutter loseisen, und sie wusste noch nicht, wie sie das mit Takt und Anstand zu Wege bringen sollte. Die meisten Cops, dachte sie, verstehen es, ihren Abgang zu machen, sobald sie den Schlag versetzt haben. Ihr ging diese Gabe ab. Adrian klappte das Handy zu und starrte weiter auf den Bildschirm. Man sieht nicht viel, sagte er. Wolfi kehrte zur Tastatur zurück. Hören Sie, die haben ein Bildschirmmenü. Sehen wir wenigstens da mal nach. Er klickte zuerst auf eine Kapitelüberschrift. Nummer vier ist und eine neue Filmsequenz erschien. Darin leckte das Mädchen eine Schale Haferflocken aus. Beide Männer beugten sich vor, da bei dieser Sequenz die Haube durch eine Augenbinde ersetzt war. Somit hatten sie ein paar Züge mehr zum Vergleich. Wolfi hielt den vermissten Handzettel direkt neben den Fernsehapparat. Ich weiß nicht, Professor. Ich meine, kein Tattoo, aber verflucht. Der Haaransatz scheint zu passen. Adrian starrte angestrengt hin. Die Kinnpartie, die Form der Nase, der Schwung der Lippen, die Länge des Halses. Er merkte, wie sich seine Augen in die Bildfolge bohrten. Er erstarrte, als er sah, wie das Tablett von einer maskierten Person in einem Overall weggetragen wurde. Eine Frau, dachte er, nachdem er ihre Größe und Gestalt abgeschätzt hatte. Selbst unter diesem weiten Anzug zu erkennen. Als sich Tommy zu Wort meldete, schien die Stimme aus seinem Innersten zu kommen. Dad, wenn du verbergen wolltest, um wen es sich bei einer Person handelt, die du aller Welt vorführst, würdest du dann nicht auch ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen. Selbstverständlich, dachte Adrian. Mr. Wolfe, haben Sie Ahnung von falschen Tattoos oder Hollywood Make-up? Wolfe ging noch einmal nah an den Fernseher heran. Er berührte die Blinddarmenarbe. Ich hab auch so eine. Sieht genauso aus. Sieht eigentlich ganz echt aus. Aber das soll sie ja auch, nicht wahr? Er klickte auf die Kapitelüberschrift. Interview 1 mit Nummer 4. Sie sahen, wie die junge Frau näher an die Kamera herantrat. Der Overall stellte die Fragen. Beide hörten sie, wie das Mädchen in die Kameralinse sagte. Ich bin 18. Wolfe schnaubte. Dass ich nicht lache, sie wird gezwungen, diesen Quatsch zu erzählen. Die ist locker zwei Jahre jünger. Adrian schätzte, dass es unter seinen Bekannten wohl kaum einen zweiten Experten wie Mark Wolfe gab, wenn es darum ging, das Alter von Teenagern richtig einzuschätzen. Wolfe klickte auf ein Kapitel mit der Überschrift Nummer 4 versucht zu fliehen. Sie sahen zu, wie die junge Frau mit den bloßen Händen bemüht war, sich von dem Halsband und der Kette zu befreien. Genau in dem Moment, als sie ihre Augenbinde wegriss, wechselte der Kamerawinkel, sodass ihr Gesicht nicht zu sehen war. Eine Flucht, na klar, sagte Wolfe sarkastisch. Schauen Sie, wie die Hauptkamera ausgeschaltet wird und wie sie nur noch von hinten zu sehen bekommen, also nicht ihr Gesicht. Da hat jemand genau gewusst, was er tut. Adrian antwortete nicht. Er versuchte, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Es war, als schwirrte ihm eine kleine Erinnerung durch den Kopf, die nicht stillhalten wollte, sodass er sie genauer unter die Lupe nehmen konnte. Wolfe beobachtete, wie die junge Frau zur Tür ging, wobei die Kamera sie von hinten filmte. Plötzlich fiel ein grelles Licht ein und ein maskierter Mann sprang ins Bild. An dieser Stelle endete das Kapitel. Als nächstes kommt, Nummer vier verliert ihre Jungfräulichkeit. Professor, ich vermute mal, das ist offenkundiger Sex, vielleicht eine Vergewaltigung. Wollen Sie das sehen? Adrian schüttelte den Kopf. Gehen Sie noch mal auf die Hauptkamera zurück. Wolfe tat es. Das Mädchen mit der Haube über dem Kopf regte sich nicht. Adrian hatte tausend Fragen, die alle darum kreisten, wer so etwas machte und warum und was einen daran reizen konnte, doch er stellte sie nicht. Stattdessen drehte er sich einfach um und studierte Wolfes Gesicht. Der Triebtäter lehnte sich vor und war offensichtlich wie gebannt. Das Funkeln in seinen Augen sagte Adrian eigentlich alles, was er wissen musste. Wenn er eine Zwanghaftigkeit direkt vor seiner Nase hatte, fiel es ihm gewiss nicht schwer, sie zu erkennen. Adrian wollte sich abwenden, konnte es aber nicht. Plötzlich hörte er einen ganzen Chor, Sohn und Bruder und Frau, die ihm alle unterschiedliche Dinge zuriefen, ihn vor allem aber einstimmig mahnten, genau hinzusehen. Das Getöse in seinem Kopf nahm stetig zu, bis es aus allen Richtungen halte. Es erinnerte an eine Situation, wenn viele Zeugen im selben, beängstigenden Moment dasselbe gefährliche Ereignis beobachten. Etwa wie ein außer Kontrolle geratenes Auto eine schmale Straße entlang schlittert. Und alle dieselbe Warnung brüllen, nur in verschiedenen Worten und in unterschiedlichen Sprachen, sodass allein die Warnung als solche zu verstehen ist. So heftig toste es in seinem Kopf, dass er sich die Ohren zuhielt, was allerdings nicht half. Sie schrien nur doppelt so laut. Ihm blieb nichts anderes übrig, als auf den Bildschirm und die junge Frau zu starren, die dort offenbar in der Falle steckte. Und während Adrian sie beobachtete, sah er, wie sie blind umhertastete, bis ihr schmaler Arm sich um einen vertrauten Gegenstand legte, den sie an die heftig bebende Brust zog. Einmal war ihm ein alter, abgewetzter, zerfledderter Stoffbär aufgefallen. Ein Kinderspielzeug, das wenig passend an einem Rucksack baumelte. Dasselbe Tier, das jetzt von hilflos zitternden Armen umklammert wurde. In Schlappen und Unterwäsche hatte Linda es sich vor den Computerbildschirmen bequem gemacht, um sich einigen dringlichen Aufgaben im Rahmen von Serie Nummer vier zu widmen. Ihren weißen Schutzanzug hatte sie einfach neben dem Bett auf den Boden geworfen. Sie hatte ihr dunkles Haar hochgesteckt, sodass sie ein wenig wie eine entblößte Sekretärin aussah, die auf die Rückkehr ihres Chefs von einem Meeting wartet, um ihm eine kleine Überraschung zu bereiten. Ihre Finger jagten über die Tasten über die Tasten des Taschenrechners. Sie ermittelte die Gewinne derjenigen, die für die Vergewaltigung auf die richtige Stunde gewettet hatten, um sie den Konten gut zu schreiben. Ihre Klientel würde eine rasche Rendite für ihren Einsatz erwarten, doch sie empfand auch so etwas wie eine Verpflichtung. Es wäre für sie und Michael ein Kinderspiel gewesen, die Gewinner unter den Subscribern, um ihr Geld zu prellen. Doch das wäre unfair und schlechter Stil gewesen. Ehrlichkeit war nach ihrer Überzeugung eine unverzichtbare Voraussetzung für ihren Erfolg. Stammkunden waren wichtig, ebenso Mundpropaganda. Das wusste jede gute Geschäftsfrau. Michael stand unter der Dusche und sie hörte, wie er ein bunt zusammengewürfeltes Potpourri an Melodien sang. Die Mischung war immer gewagt. Eine Country-Melodie ging nahtlos in eine Opern-Arie über, dann folgte etwas von The Grateful Dead oder Jefferson Airplane. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Er schien ein Fable für uralten Rock aus den Sechzigern zu haben. Sie summte mit, während sie auf einen der Monitore schaute. Da Nummer vier wieder unter der Haube steckte, fiel es Linda schwerer, ihren Gemütszustand zu beurteilen. Nummer vier lag weiter in einer embryonalen Haltung auf dem Bett und war vielleicht tatsächlich eingeschlafen. Soweit Linda sagen konnte, blutete sie nicht mehr. Sie hätte ein bisschen Wasser und Seife nötig gehabt, doch noch dringender brauchte das Mädchen Ruhe. Sie alle. Sie fragte sich ernstlich, ob irgendeiner der Subscriber von Serie Nummer vier zu schätzen wusste, wie viel Zeit und Mühe Michael und sie aufbrachten, bis über dem Webtheater der Vorhang fiel. Während sie sich ständig um jede denkbare Kleinigkeit kümmerten, mussten sie gegen ihre eigene Erschöpfung ankämpfen. Kreativität. Das war das Entscheidende an Serie Nummer vier. Und das war harte Arbeit. Dass es nebenbei auch eine beträchtliche Rendite brachte, sinnierte Linda, zählte im Grunde nicht. Whatcomesnext.com hatte in erster Linie mit ihrer beider Engagement zu tun. Videogames zu entwerfen oder Porno-Websites zu betreiben, das waren erträgliche Erwerbszweige im Mainstream-Geschäft mit jeweils Dutzenden und mehr Mitarbeitern. Doch keines dieser Unternehmen war auch nur annähernd so ihrer Zeit voraus wie sie und Michael, die in ihrer Show alles selbst erfunden hatten. Das erfüllte sie mit Stolz. Sie lauschte auf Michael und grinste, als er eine Melodie nach der anderen verhunzte. Sie wären zu dieser Leistung nicht imstande, wenn sie sich nicht wirklich lieben würden. Sie musste laut lachen, als er aus der Dusche kam. In den Jahren, seit sie zusammen waren, hatte sie sich jeden Handgriff von Michael im Badezimmer eingeprägt. Er nahm ein fadenscheiniges Handtuch und trocknete sich damit ab, um die letzten Spuren seiner bei Nummer vier erledigten Aufgabe wegzurubbeln. Er würde gleich mit blank geschrubbter Haut erfrischt und von der dampfenden Hitze ein bisschen gerötet nackt vor ihr stehen. Im Geist sah sie, wie er sich die Haare abtrocknete. Dann würde er vor dem Spiegel stehen und sich einen Kamm durch die zerzausten Locken quälen. Vielleicht rasierte er sich danach. Mit angeklatschten Haaren, glatt rasierten Wangen käme er dann aus dem Bad und sähe sie mit seinem unwiderstehlichen, schiefen Grinsen an. Er wird schön sein, dachte Linda, und ich werde immer für ihn schön bleiben. Linda warf einen letzten Blick auf die Monitore. Nichts von Nummer vier außer dem gelegentlichen Kaninchen zucken. Ähnlich wie vermutlich die Kundschaft hätte sie am liebsten mit dem Bild auf dem Monitor gesprochen. Das Schlimmste hast du hinter dir, Nummer vier. Gut gemacht. Du hast es überlebt. Und so schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Allzu weh hat es sicher nicht getan. Ich hab das auch mal hinter mich gebracht. Das ergeht jedem Mädchen so. Außerdem wäre es auf dem Rücksitz irgendeines Autos oder in einem billigen schäbigen Motelzimmer oder nachmittags auf der Wohnzimmer Couch kurz bevor deine Eltern von der Arbeit wiederkommen bestimmt viel schlimmer gewesen. Allerdings war das nicht die größte Herausforderung, die dir blüht. Bei weitem nicht. Während sie auf das Tappen von Michaels Füßen auf dem Holzboden wartete, warf Linda einen raschen Blick wusste, dass sie beide schleunigst reagieren mussten, da sie sich bei ihren nächsten Schritten von diesen Beiträgen leiten lassen wollten. Stand den Subscribern der Sinn nach mehr? Wollten sie, dass es zum Ende kam? Verloren sie das Interesse an Nummer vier? Oder hielt die Faszination an? Sie sagte voraus, dass für Nummer vier das Ende näher rückte, auch wenn sie nicht vollkommen sicher war. Nummer vier war bei weitem die faszinierendste Person gewesen, falls ihr Bankkonto und die Zahl der Menschen, die sich von ihrer Geschichte hatten fesseln lassen, als Gradmesser gelten konnten. Linda fühlte einen Anflug des Bedauerns. Sie hasste es, wenn etwas zu einem Abschluss kam. Schon als Kind hatte sie Geburtstage, Weihnachten, Sommerferien gehasst. Nicht weil sie das, was sie bei diesen Gelegenheiten unternahm oder geschenkt bekam, enttäuschte, sondern weil sie wusste, dass jeder Spaß und jede Aufregung, die damit verbunden waren, zu einem Ende kommen mussten. Bei mehr als einer Gelegenheit hatte sie als Kind auf einer harten Kirchenbank gesessen und einem Priester zugehört, der über einem Sarg ein leeres Palawa über das ewige Leben von sich gab. Ihre Mutter, ihre Großeltern, schließlich ihr Vater, der sie frierend und allein in der Welt zurückließ, bis Michael in ihr Leben trat. Wenn sie irgendetwas hasste, dann das Ende. Die Rückkehr in die Normalität fand sie enttäuschend. Selbst wenn Normalität bedeutete, einen kalten Drink in der Hand und einen Haufen Geld auf der Bank an einem exklusiven Badestrand zu liegen, konnte sie nicht sagen, dass sie sich darauf war, lehnte sich zurück und dachte, während sie immer noch auf die Bildschirme blickte, in Wahrheit daran, wer wohl ihre nächste Zielperson werden würde. Nummer fünf musste anders sein, Nummer vier hatte die Messlatte hochgelegt, räumte sie ein, und so musste ihre nächste Serie das, was sie in den letzten Wochen geleistet hatten, übertreffen. Sie war ausgesprochen stolz auf ihren Erfolg. Sie hatte darauf bestanden, von den Prostituierten wegzukommen, die sie für die ersten drei Serien herangezogen hatten, um zu einem vollkommen unschuldigen und bedeutend jüngeren Mädchen überzugehen. Ein unerfahrenes, unverbrauchtes Mädchen, darauf hatte sie bestanden, außerdem nach dem Zufallsprinzip ausgesucht, ganz und gar nach dem Zufallsprinzip. Sie waren stundenlang jeweils in gestohlenen Autos durch ruhige Vorstadt gegen den Gefahren, hatten sich an Schulen und Einkaufszentren vorbeigeschlichen, an Pizzalokalen herumgelungert, um die richtige Person zu finden, die sie zum richtigen Zeitpunkt entfüllen konnten. Es war riskant gewesen, doch sie hatte gewusst, dass es sich auszahlen würde. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, hatte Michael bestimmt, dass Serie Nummer vier der schlimmste aller gut bürgerlichen Albträume werden sollte. Er hatte daran geglaubt, dass das Überraschungsmoment das Drama anheizen würde. Und er hatte Recht behalten. Ihre Idee. Seine raffinierte Umsetzung. Sie waren die perfekten Partner. Sie merkte, wie ihr die Begierde aufstieg. Sie hob die Hand und streichelte sich langsam die eigene Brust. Hinter sich hörte sie das vertraute Schlofen aus dem Badezimmer. Sie wandte sich rasch von den Computern ab, löste ihre Haare und schüttelte sie verführerisch aus. Rasch streifte sie die restlichen Sachen herunter. Als Michael in den Raum trat, warf sie sich kichernd aufs Bett. Sie drehte sich zu ihm um und lockte ihn mit dem gekrümmten Finger näher zu kommen. Er lächelte und gesellte sich nur allzu gerne zu ihr. Linda wusste, dass das, was Michael mit Nummer vier getan hatte, ein unverzichtbarer Teil des Projekts war. Sie legte den größten Wert darauf, dass er nie etwas anderes darin sah als eine Pflicht, die er ihr zuliebe absolvierte. Keine Lust, keine Erregung, keine Leidenschaft, die gehörten ihr. Das war wichtig, dachte sie, während sie die Arme ausstreckte. Mit jedem Muskel ihres Körpers wollte sie Arme und Beine um ihn schlingen und ihn besitzen, so tief sie konnte, ihn wie eine große, mächtige Woge am Strand vollkommen mit sich bedecken. Sie musste dafür sorgen, dass er nichts weiter fühlte, nichts weiter roch und nichts weiter hörte als ihre Liebkosungen und ihren Herzschlag. Also wirklich, sagte Michael, als sie ihn zu sich herunterzog. Er brach in ein Grinsen aus. Also, ich muss schon sagen. Sie betrachtete ihn und streichelte seine Wange. Sie musste ihn nicht darum bitten, sie zu lieben. Sie sah, was er für sie empfand. Was er zuvor getan hatte, war nur gut fürs Geschäft. Linda hielt ihm die Lippen entgegen. Nur für eine Sekunde kam ihr die nächste schwierige Erledigung in den Sinn, doch sie wusste, dass Michael sich auch darum kümmern würde. Sie wusste, dass sie ihm dabei helfen musste, wie sie es immer tat, doch sie konnte sich darauf verlassen, dass er den schwierigsten Teil übernehmen würde. Liebe und Tod, dachte sie, laufen letztlich auf dasselbe hinaus. Dann überließ sie sich all den explosiven Emotionen, die sie bis ins Innerste erfüllten, und kostete mit mädchenhaftem Vergnügen jeden Moment aus. Hey, Lynn, sagte Michael am Computer. Was hältst du davon, das hier volle Kanne zu spielen? Nachdem sie sich geliebt hatten, war er vom Bett aufgestanden und es hatte ihn magisch zu den Computern und Kameramonitoren hingezogen. Das Lautsprechersystem erfüllte den Raum mit Gesang. Es war ausgesprochen Country. In einem verlockend bodenständigen Stil und Rhythmus gab Loretta Lynn High on the Mountain zum Besten und entführte den Zuhörer mit jeder Note weiter zu den Gipfeln der Ozark oder der Blue Ridge Mountains. Linder zuckte die Achseln. Die Babys oder die Schule willst du nicht wieder abspielen? Nein, sagte Michael. Ich dachte, ein bisschen Abwechslung könnte nicht schaden. Etwas völlig Unerwartetes und irgendwie Verrücktes. Ich bezweifle, dass Nummer 4 sich je alte Countrymusik angehört hat. Er schwieg, während er weiter tippte. Plötzlich stöhnte Chris Isaac Baby did a bad bad thing durch den Raum. Der gute alte Kubrick, sagte Linda. Das gehört zum Soundtrack seines letzten Films. Ob das funktioniert? Linda verzog das Gesicht. Ich glaube, sie ist bereits vollkommen desorientiert. Die weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich glaube, sie kann inzwischen nicht mehr sagen, wo sie sich befindet oder auch nur, wer sie ist. Musik, selbst wenn sie nur auf sie einhämmert. Ach, ich weiß nicht. Uns bleiben nicht mehr viele akustische Optionen, sagte Michael. Ein paar, die wir noch nicht ausprobiert haben, hätte ich noch im Ärmel, aber... Linda stand nackt auf und trat neben ihn vor den Monitor. Sie massierte ihm die Schultern. Ich glaube, fing sie an. Er sah zu ihr auf. Ich habe die Chat-Beiträge überflogen, sprach er ihren Gedanken aus. Ich auch. Vielleicht sind wir kurz vor dem Ende, sagte er und griff auf ein paar von den eingegangenen Kommentaren zu. Nicht aufhören, mach's nochmal und nochmal. Eine Menge in der Art, sagte Michael. Aber die hier... Er verstummte, während sie sich beide vorbeugten und die Worte auf dem Bildschirm lasen. Ich hätte gedacht, sie würde sich stärker wehren. Nummer vier ist gebrochen. Nummer vier ist hinüber, kaputt, finito, erledigt. Nummer vier ist Schnee von gestern. Sie kann wieder vor noch zurück. Es gibt nur einen Ausweg für sie. Und genau das will ich sehen. Aus dem Hin und Her der Klienten sprach eine Art Verlustgefühl. Eine Enttäuschung, als sähen sie zum ersten Mal in der Idealfigur von Nummer vier Unvollkommen halten. Zunächst war sie exquisites Porzellan gewesen, jetzt hatte gekettet war und alle wussten und darauf gespannt waren, was passieren könnte, hatte sie ihre Fantasie beflügelt. Jetzt, nachdem das Unvermeidliche Geschehen war, schien sie beschmutzt und sie warteten auf das, was unweigerlich als nächstes kam. Linda hörte auf, Michaels Schulter zu massieren und drückte sie stattdessen einmal so fest sie konnte. Er nickte. Er liebte so vieles an Linda, am meisten aber wohl ihre Fähigkeit, ohne Worte Bände zu sprechen. Auf der Bühne dachte er, wäre sie eine Starbesetzung gewesen. Ich mache mich dran, den Abgang ins Drehbuch zu schreiben, sagte er. Aber das will sorgfältig geplant sein. Sie wussten beide, dass Nummer vier über all ihre Planung und Erwartungen hinaus eine Situation geschaffen hatte, die einen ganz besonderen letzten Akt erforderte. Wir müssen es so gestalten, sagte Linda nachdenklich, dass es denkwürdig ist, ich meine, wir können es nicht einfach enden lassen. Wir müssen etwas machen, das niemand jemals vergessen wird. Wenn wir dann Serie Nummer fünf angehen, werden sie ... Michael lachte. Linda war von einer kreativen Triebkraft, die in seinen Augen eine ganz besondere Form von Erotik besaß. Er hatte einmal einen langen Artikel über den Künstler Christo und seine Frau Jean-Claude gelesen. Die beiden spektakuläre Mammutprojekte erfunden. Sie umspannten riesige Schluchten mit orangefarbenen Tüchern oder umsäumten Inseln in einer Bucht mit rosafarbenen Plastikringen, um dann, wenige Wochen später, alles wieder zu entfernen, was einmal Kunst gewesen war. Als hätte es das Ganze nie gegeben. Die beiden, dachte Michael, würden verstehen, was er und Linda geleistet hatten. Er schaltete die Musik ab, die aus den Lautsprechern kam. Meinetwegen, sagte er in ironischem Ton, als machte er einen Witz, den nur sie beide verstehen konnten. Keine Loretta Lynn für Nummer vier. Jennifer konnte nicht mehr sagen, ob sie bei Bewusstsein war oder nicht. Mit geöffneten Augen war es ein Albtraum. Mit geschlossenen Augen war es ein Albtraum. Sie fühlte sich völlig kaputt, als ob ein Blutegel ihr langsam, aber sicher allen Lebenssaft Adern saugte. Sie hatte sich noch nie groß Gedanken darüber gemacht, wie es sich anfühlte zu sterben, doch sie war sicher, dass genau das jetzt mit ihr geschah. Wenn sie aß, konnte das nicht verhindern, dass sie verhungerte. Wenn sie trank, verdurstete sie trotzdem. Sie krallte die Finger in Mr. Braunbär, doch jetzt flüsterte sie ihrem Vater zu. Ich komme, Daddy. Warte auf mich, ich bin bald da. Im Krankenhaus hatte man sie nur ein einziges Mal in sein Zimmer gelassen. Sie war noch klein gewesen und hatte Angst gehabt. An jenem Spätnachmittag hatte er von Maschinen umgeben, seltsame Geräusche machten und von denen Schläuche in seine dünnen Arme führten, im Dämmerlicht in seinem Bett gelegen. Früher hatte er sie hochgehoben und durchs Zimmer gewirbelt, doch die Arme, die sie im Krankenhaus sah, brachten nicht einmal die Kraft auf, ihr über das Haar zu streicheln. Es war ihr Vater, aber auch wieder nicht und sie war verwirrt und verängstigt gewesen. Sie hätte ihn gerne berührt, traute sich aber nicht, weil sie fürchtete, selbst die kleinste Zärtlichkeit könnte ihn zerbrechen. Sie hatte sich gewünscht, dass er lächelte und ihr sagte, es würde alles wieder gut. Doch selbst dazu war er nicht mehr im Stande. Seine Augen wieder zuckten und erschienen zwischen Schlafen Das käme von den Mitteln, die sie ihm gegen die Schmerzen gaben, doch ihr war es so vorgekommen, als ob der Tod schon mal bei ihm maßnahm wie bei einem Anzug. Sie hatten sie aus dem Zimmer gescheucht, bevor die Maschinen das Unvermeidliche anzeigten. Sie wusste noch, dass sie dachte, der Mann dort auf dem Bett könne nicht derselbe Mann sein, den sie als ihren Vater kannte. Es musste ein Betrüger sein, doch jetzt war offenbar dasselbe mit ihr passiert. Alles, was Jennifer ausgemacht hatte, war ausgelöscht. Es gab kein Entkommen. Außerhalb ihrer Zelle und der Haube über ihrem Kopf gab es keine Welt mehr. Es gab keine Mutter, keinen Scott, keine Schule, keine Straße in ihrer Nichts der Gleichen hatte je existiert. Es gab nur den Mann und die Frau und die Kameras. So war es von Anfang an gewesen. Sie war in der Zelle geboren und würde darin sterben. Sie stellte sich vor, dass es bei ihr wie bei ihrem Vater im Krankenhaus wäre. Sie starb scheibchenweise, langsam, aber unerbittlich. Jennifer musste daran denken, wie ihr Vater ganz am Anfang zu ihr gekommen war und ihr gesagt hatte, er sei krank. Aber keine Angst, meine Kleine, ich bin eine Kämpfer Natur, ich lege mich mächtig ins Zeug und du kannst mir dabei helfen. Mit deiner Hilfe packe ich das, wir beide zusammen, hatte er kein bisschen, es tat ihr leid. In dem Winkel ihres Kopfes, in dem all diese Erinnerungen abgespeichert waren, hatte sie ihm schon hunderte, tausende Male gesagt, wie leid es ihr tat. Zum ersten Mal seit ihrer Gefangenschaft hatte sie plötzlich nicht mehr das Bedürfnis zu weinen. Keine Tränen auf den So sehr er auch gekämpft haben mochte, am Ende hatte es ihm nichts gebracht. Die Krankheit hatte gesiegt. Bei ihr war es genauso. Sie konnte nichts dagegen tun. Ein einziger Gedanke war ihr geblieben. Falls sie die Chance hatte zu kämpfen, bevor sie starb, wäre das immerhin besser, als sich ohne Gegenwehr von ihnen töten zu lassen. Dann könnte sie ihrem Vater, wenn sie ihn wieder sah, in die Augen blicken und sagen, ich habe es genau wie du mit aller Macht versucht, Dad. Die waren einfach zu stark für mich. Und dann konnte er zu ihr sagen, das habe ich gesehen. Ich habe das alles gesehen. Ich weiß, du hast gekämpft, mein Schatz. Ich bin stolz auf dich. Das würde ihr genügen, versicherte sie stumm dem Bären. Adrian hatte das Gefühl, als Flösser auf einmal Strom statt Blut in seinen Adern. Er starrte auf den Fernsehbildschirm und merkte, wie Jahre von ihm abfielen. Und er wusste, dass er es sich nicht mehr leisten konnte, alt und verwirrt zu sein. Er musste den Teil von sich zurück erobern, der unter den Ablagerungen des Alters und der Krankheit verschüttet war. Soll ich noch eine oder das echte Bedürfnis durchklang voranzukommen. Wolfe beugte sich immer noch zu dem Bild des Mädchens unter der Haube vor. Adrian war klar, dass Wolfe auch für den Fall, dass sie hier nicht fündig wurden, zu whatcomsnext.com zurückkehren würde, sobald Adrian ihn verließ. Wolfes Stimme klang heiser wie die eines Verdurstenden, der vor sich eine Oase entdeckt. Es schien, als hätte sich die Erregung wie ein mächtiger Geruch über das Zimmer gelegt. Adrian zögerte. Brian schrie ihm geradezu ins Ohr, er solle auf der Hut sein, und so war sich Adrian bewusst, dass er jetzt keinen Fehler machen durfte. Der tote Anwalt und Bruder erteilte ihm ziemlich widersprüchliche Befehle. Jetzt musst du dich beeilen, aber geh äußerst umsichtig vor. Wissen Sie was, sagte Adrian langsam, als könne er seiner Lüge damit Glaubwürdigkeit verleihen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Website. Okay, antwortete Wolfe und griff nach der Tastatur. Aber wir sind nah dran, ich meine, das ist die Richtung, in die wir suchen müssen. Wolfe hielt inne, während er das Bild auf dem Fernseher in sich aufsog. Egal wie müde er war oder wie ausgelaugt oder hungrig und durstig oder wie sehr er von etwas anderem in seinem Leben abgelenkt wurde, die Ressourcen seiner Zwanghaftigkeit waren allemal stärker. Der unmittelbare Anschauungsunterricht zu Phänomenen, die er in klinischen Tests immer wieder studiert und nachgestellt hatte, war für Adrian faszinierend. Fast hätte er sich gestattet, in die Haltung der akademischen Wissbegier zu verfallen, hätte ihn nicht das Gezeter seines Bruders auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Wolfe sagte, nah dran gibt's nicht, Professor, entweder ist es klein Jennifer oder sie ist es nicht. Indem er das klein Jennifer geflissentlich überhörte, antwortete Adrian, versteh schon, Mr. Wolfe, ich hab sie eben nur kurz gesehen und bin mir nicht vollkommen sicher. Er war sich hundertprozentig sicher, wollte es aber nicht sagen. Also dieses Tattoo, entweder ist es echt oder gefälscht, genauso wie die Narbe. Wenn sie in die Kamera sagt, sie sei 18, dann ist das entweder die Wahrheit oder gelogen und mir persönlich sieht das nach einer verdammten Lüge aus. Aber sagen Sie es mir, Professor, was ist es? Das ist ihr Fachgebiet. Jedenfalls ist es schon spät und ich denke, wir machen besser Schluss für heute. Wahrheit oder Lüge? Adrian war immer noch auf die Hilfe des Triebtäters angewiesen. Er betrachtete die Gestalt unter der Haube. Dieses Mädchen war an einem fernen Ufer gefangen. Es lag an ihm eine Brücke zu finden. Nur damit ich verstehe, womit wir es hier zu tun haben. Wenn ich rauskriegen wollte, wo diese Website angesiedelt ist. Was müsste ich? Er gab sich Mühe, die Frage in beiläufigem, unbekümmertem Ton zu stellen, auch wenn sein Manöver wohl allzu durchschaubar war. Dennoch blieb er dabei und baute auf Wolfes Ermattung. Ich meine, wir haben uns quer durchs Internet geschafft. Aber woher wollen wir wissen, wo wir physisch hin müssen, sobald wir Jennifer erst im Web entdeckt vom Bildschirm zu lösen. Ist gar nicht so schwer, sagte er. Das heißt, kommt drauf an, je nachdem, wer sie betreibt. Ich kann ihnen nicht folgen, sagte Adrian. Wolfes sprach mit ihm wie ein Lehrer in der dritten Klasse, der es leid war, dass seine Schüler nur auf ihre Versetzung schielten, statt ihre Hausaufgaben zu machen. Wie kriminell sie sind, Adrian wippte auf seinem Sessel. Kommt es nicht der Frage gleich, ob jemand ein bisschen schwanger ist, Mr. Wolfe? Sie sind entweder ... Wolfe wirbelte auf seinem Sitz herum und fixierte Adrian mit einem scharfen, kalten Blick. Haben Sie denn nicht aufgepasst, Professor? Adrian blieb sitzen, auch wenn er vollkommen verwirrt war. Sein Schweigen war eine stumme Frage, die Wolfe nur allzu bereitwillig beantwortete. Was die Welt wissen lassen, dass das, was sie treiben, illegal ist? Wohl eher nicht, fing Adrian an. Falsch, Professor, falsch, 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 die Schattenwelt. Da müssen sie sich Glaubwürdigkeit verschaffen. Wenn die Leute annehmen, sie wären ganz legal, wo bleibt da der Reiz? Der Kitzel? Die Grenzüberschreitung? Wolfe verblüffte Adrian mit seiner treffenden Analyse der menschlichen Natur. Mr. Wolfe, sagte er bedächtig. Ich bin beeindruckt. Ich hätte wie Sie Professor werden sollen, sagte Wolfe, und sein Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, das sich wohltuend von dem Grinsen unterschied, das er an den Tag legte, wenn er seinen Begierden fröhnte. Also gut, Professor, Sie müssen wissen, dass zu jeder Website eine IP-Adresse gehört, eine unverwechselbare Bezeichnung für den Server, der sie rausbringt. Es gibt ein ziemlich einfaches Programm, mit dem man zu jedem Server die entsprechende GPS-Ortung bekommt. Wir können das hier ziemlich schnell nachsehen, nur dass ... Nur das was? fragte Adrian. Die Bösen, Gauner, Terroristen, Banker, was weiß ich, das ebenfalls wissen. Es gibt Programme zu kaufen, mit denen man während man sieht oder sendet, anonym bleiben kann. Nur dass Nur dass was? Naja, nur dass es de facto nicht so ist. Alles lässt sich letztlich entschlüsseln, hängt ganz davon ab, wer nach einem auf der Suche ist. Man kann Dinge also verschlüsseln, wenn sie ein Konzern sind oder das Militär oder die CIA, dann sind sie ziemlich gut darin etwas zu verstecken. Sind sie aber nur eine Side wie die hier? Er zeigte auf das Mädchen mit der Haube. Naja, dann wollen sie sicher im Grunde nicht verstecken. Sie wollen eher, dass die Leute sie finden, nur eben nicht die falschen Leute wie die Cops. Und wie verhindert man das? fragte Adrian. Wolfe rieb sich langsam das Gesicht, bevor er wieder in die Tasten griff. Denken sie wie ein böser Professor, die haben schon ihre Subscriptions Gebühr, die bleiben also nur lange genug da, um das gute alte Bankkonto aufzufüllen, und dann machen sie sich vom Acker, bevor die falschen Leute von ihnen Wind bekommen haben. Adrian blickte auf den Bildschirm, sah die Zeituhr von Serie Nummer vier, erholte Tiefluft. Er erinnerte sich an die Morde im Moor, oder Tommy flüsterte es ihm ins Ohr, und dachte nur Risiko. Mindestens zur Hälfte speiste sich die Erregung mörderischer Paare aus dem Risiko. Auch die Beziehung lebte davon und glitt immer tiefer in die Perversion ab. Den großen Flachbildschirm füllte das nackte Mädchen aus. All die Gefahr verstärkte die Leidenschaft der Täter. Ihm schwirrte der Kopf. Alles, was er vor sich sah und was er wusste, drehte sich wie ein Mühlrad in seinen Gedanken. Er versuchte sich zu fassen und die Kontrolle zu bewahren. Ulfe tippte erneut. Das Mädchen wich einer Suchmaschine. Er gab immer weitere Begriffe ein, bis er stillhielt und die Informationen las, die vor ihm erschienen. Dann schrieb er eine Zahlenfolge auf einen Notizblock. Anschließend öffnete er eine zweite Suchmaschine und tippte die Zahlen in dafür vorgesehene Kästchen ein. Eine dritte Bildfläche erschien und forderte eine stattliche Summe für die Ausführung der Suche. Wollen Sie das durchziehen? fragte Wurfe. Adrian starrte auf den Fernsehapparat. Er kam sich vor wie die Touristen beim Anblick des Steins von Rosetta, die zwar wussten, dass es der Schlüssel zum Verständnis der Sprachen war, ohne jedoch die geringste Ahnung zu haben, wie es funktionierte. Ich denke schon. Wie zuvor warteten sie auf die Bestätigung seiner Kreditkarte. In wenigen Sekunden hatten sie Zugang zu einer Website, die ebenfalls nach einem Benutzernamen und Passwort verlangte. Wurfe tippte das hinlänglich bekannte Psychoproff, gefolgt von Jennifer ein. Also wenn das nicht interessant ist, sagte Wurfe. Was denn? Da kennt sich jemand verdammt gut im Internet aus. Würde mich nicht wundern, Geht das bitte ein bisschen genauer. Wurfe seufzt da. Sehen Sie sich das an, sagte er. Die IP-Adresse wechselt, allerdings nicht allzu häufig. Was? Es ist möglich, die IP-Adresse zu verlagern, besonders wenn man sie durch Serversysteme in Fernost oder in Osteuropa jagt. Da sind sie sehr schwer zurück zu verfolgen, weil sie Aktivitäten jenseits der Legalität bedienen. Natürlich auslöst. Im Vordergrund, Professor, wenn man seine Seite so einrichtet, dass die IP-Adresse alle zwei, drei Minuten wechselt, also dann ist natürlich jedem Typen von Interpol und sowieso deren Computern sonnenklar, dass da jemand etwas Übles ausheckt, was sie neugierig macht. Und ehe sie wissen, wie ihnen geschieht, haben sie mit ihrer Pornos-Seite das FBI und die CIA und den MI6 und den deutschen oder französischen Nachrichtendienst am Hals. Gar nicht, besten Dank. Also... Derjenige, der diese Site hier eingerichtet hat, wusste das offenbar. Also beschränkt er sich auf ein halbes Dutzend Server. Sehen Sie mal, er springt zwischen denen hin und her. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet ein ausgefuchstes Rückzugsmanöver. Und ich tippe mal, wenn sie zu allen eine GPS-Suche durchführen, stoßen sie auf eine leere Wohnung in Prag oder in Bangkok. Aber seine Hauptsendezentrale Wenn es hier um Terroristen ginge, würde es die Cops oder ein paar Typen von der Delta Force, die für die CIA arbeiten, durchaus einige Zeitkosten rauszukriegen, wo sie sich wirklich verstecken, wenn sie verstehen, was ich meine. Adrian betrachtete den Bildschirm, wo sie sich wirklich verstecken. Er fand den Sexualstraftäter erstaunlich eloquent. Sind irgendwelche von diesen IP-Adressen hier in den Staaten? Fragte er. Wolfe lächelte. Ah, sagte er langsam. Endlich hat's beim Professor gefunkt. Er spielte weiter auf seine Klaviatur. Ja, sagte er. Zwei. Eine in... Er zögerte. Austin, Texas. Die kenne ich. Das ist ein großer Pornografie-Server mit X Watch-Me-Webcam-Sites und ebenso vielen von der Sorte Stell-Dich- und Deine-Freundin beim Vögeln ein. Mal sehen, wo die andere gelistet ist. Nach ein paar weiteren Tasten Klicks sagte er. Also das haut mich um. Adrian starrte auf die GPS-Koordinaten, die der Computer gefunden hatte. Das ist ein Kabelnetz in Neuengland, sagte Wolfe. Adrian überlegte einen Moment und fragte dann ganz ruhig. Und wo ist das, Mr. Wolfe? Ein Schnellfeuerklicken erfüllte den Raum. Das Bild wechselte und weitere GPS-Informationen trafen ein. Also wenn Sie wissen wollen, von wo aus whatcomesnext.com ins Internet sendet, bekommen Sie von diesem Programm die Antwort. Nach einer Weile erschien eine weitere GPS-Ortung auf dem Computer. Adrian starrte darauf und prägte sich die Zahlen ein. Bring sie nicht durcheinander, schaffte er sich ein. Vergiss ihn nicht, zeig ihm nichts. Hab ich mir meine 20 Riesen verdient? fragte Wolfe. Es ist nämlich ziemlich spät. Ich weiß nicht, Mr. Wolfe, log Adrian. Das Ganze ist faszinierend. Ich bin beeindruckt, aber ich stimme Ihnen zu. Es ist schon sehr spät und naja, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich schau morgen vorbei und wir machen weiter. Das Geld, Professor. Ich muss erst sicher sein. Wolfe tippte wieder und erneut erschien das Mädchen mit der schwarzen Haube vor ihnen. Beide Männer starrten hin. Sie wechselte die Stellung, indem sie die Beine anzog, als ob sie fröstelte. Wolfe rutschte ein wenig unruhig hin und her, als sei er besorgt, dass ihm eines von zwei Dingen, die er zugleich im Auge hatte, entwischen könnte. Adrian kam zu dem Schluss, dass er einfach weiter lügen sollte, auch wenn er wusste, dass Wolfe ihm das wohl kaum abkaufen würde. Ich bringe eine Anzahlung mit. Betrachten Sie es als eine Art Vertrauensvorschuss, Mr. Wolfe, auch wenn ich bezweifle, dass wir schon gefunden haben, wonach wir suchen. Wolfe lehnte sich zurück und räkelte sich wie eine Katze, die gerade aufwacht. Es war eher unwahrscheinlich, dass der Mann auch nur einen Pfifferling auf Klein Jennifer oder Adrian oder sonst etwas gab, das außerhalb seiner persönlichen Interessen lag. Adrian oder besser gesagt seine Kreditkarte hatte Wolfe Zugang zu ein paar neuen verheißungsvollen Reisezielen verschafft. Auch wenn das nun nicht Klein Jennifer sein sollte, sagte Wolfe, handelt es sich auf jeden Fall um ein Mädchen, Hilfe braucht, Professor, denn ich glaube nicht, dass das, was für die Kleine als nächstes kommt, allzu erfreulich ist. Wolfe lachte. Sie verstehen? Leiner gute Nacht, Karl Lauer, sehr treffend, dieser Serientitel. Adrian stand auf. Er warf einen letzten Blick auf das maskierte Mädchen, als überließe er sie, indem er jetzt ging, schutzlos einer bösen Macht. Während er sie betrachtete, hatte er plötzlich das Gefühl, als streckte sie durch den Bildschirm die Hand nach ihm aus. Wie eins seiner Gedichte fing er an, sich die GPS-Koordinaten immer wieder stumm aufzusagen. Gleichzeitig hörte er in seinem Hinterkopf die Befehle von Brian. Du dies, tu das, nun mach schon, uns läuft die Zeit davon. Doch erst, als er seinen toten Sohn flüstern hörte, du weißt, was du siehst, riss er sich von dem Bild los und schlurfte aus dem Haus des Sexualstraftäters. Michael saß an einem zerkratzten weißen Küchentisch aus Resopal, der wegen eines zu kurzen Beins machte sich unter der Überschrift Endspiel Notizen. Das Wackeln irritierte ihn, und so zog er eine 9-Millimeter-Pistole unter seinem Gürtel hervor, warf eine einzelne Patrone aus und stabilisierte seine Arbeitsfläche, indem er die Kugel unter das störende Tischbein schob. Mein Mann, der alles kann, rief Linda, als sie im Nebenzimmer vorbeiging. Michael grinste und arbeitete weiter. Durch das Fenster über einem Spülstein voll schmutzigem Geschirr blickte er in einen wolkenlosen blauen Nachmittagshimmel. Glücklicherweise war der Waldboden ein paar Autostunden weiter nördlich von den reichlichen Regenfällen und der Schneeschmelze, die nach den langen Wintermonaten in Neuengland ihre Zeit braucht, noch ziemlich weich. Dorthin würde er jedenfalls fahren. Er wusste nur noch nicht genau wann. Vielleicht morgen oder übermorgen. Auf jeden Fall schon bald. Nummer vier stellte er fest, wurde alt. Nicht an Jahren, sondern an Attraktivität. Zwar war nie ganz auszuschließen, dass ihnen eine neue Wendung im Handlungsverlauf in den Sinn kam, die ihre Geschichte noch ein bisschen in die Länge zog, doch er wusste auch, dass die Kundschaft nicht nur zufriedengestellt werden wollte, sondern zugleich auch den ständigen Kitzel von etwas Neuem verlangte. Er musste ihnen das Ende ankündigen und einen Vorgeschmack liefern. Linda hatte ihm das erklärt. Stammkunden sind der Lebensnerv eines jeden Unternehmens. Er liebte den Ton der Jungmanagerin, den sie zuweilen an den Tag legte, wenn sie nackt waren. Den Gegensatz zwischen ihrem wilden Sex und ihren präzisen durchdachten Überlegungen fand er erregend. Am liebsten wäre er aufgestanden, zu ihr hingegangen und hätte sie umarmt. Meist wenn er ihr spontan seine Valentinstag Zuneigung zeigte. Michael war schon halb aufgestanden, als er innehielt. Mehr Planung, weniger Ablenkung. Beende Serie Nummer vier mit einem starken Schluss. Beinah hätte er laut gelacht. Manchmal war es sexy, einfach seine Arbeit zu erledigen. Er wandte sich vom Fenster ab und beschäftigte sich wieder mit der Entsorgung von Nummer vier. Er plante eine Route, die tief in den Acadia National Forest einen riesigen Staatsforst in Maine führte, gut 350 Kilometer vom Bauernhaus entfernt. Es handelte sich um eine grandios wilde Gegend, die sie im vorletzten Sommer zusammen wie ein paar Müsli futternde Naturapostel erkundet hatten. Hirsche und Elche, darüber Adler in der Luft, tosende, schäumende Flüsse voller Lachse und Forellen und vollkommen entlegen. Einsamkeit konnte er für sein Vorhaben Der Staatsforst war von einem Gitterwerk alter und längst nicht mehr benutzter Holzfällerwege durchzogen, die tief in die Wildnis hineinreichten. Er brauchte Wege, die er mit dem Truck befahren konnte, auch wenn das bedeutete, dass er über zerfurchte, steinige, seit Jahren unbenutzte Pfade rumpeln musste. Es war ein passender Ort, an dem Nummer vier ihre nächsten Jahre verbringen würde. Nicht sehr wahrscheinlich, dass sie je gefunden wurde und sollte tatsächlich einmal ein einsamer Wanderer auf ausgeblichene Knochen stoßen, die ein wildes Tier ausgegraben hatte. Sei es drum, da waren sie längst bei Serie Nummer fünf, wenn nicht gar sechs. Als nächstes erkundete Michael sämtliche Polizeistationen auf seiner Route. Er hatte bereits das Netz der Streifenrouten der gesamten Staatspolizei auf seiner Fahrt ausgemacht, außerdem die örtlichen Reviere, die für die Er hatte sogar die Mitarbeiter und die Dienstpläne für sämtliche Nationalparkaufseher in Erfahrung gebracht. Vom amerikanischen Automobilclub hatte er sich übers Internet die Reihe der Verkehrskontrollstellen durchgeben lassen und die Zeiten ermittelt, zu denen man die größte Gefahr lief, herangewunden zu werden. Er genoss diese Art Vorbereitung, das Führen von Listen, die schnellen Computerrecherchen. Manchmal dachte er, dass er auch zum Bergsteiger getaugt hätte, der Expeditionen zu den höchsten und gefährlichsten Gipfeln führt. Er war gründlich und liebte Zahlen. Sie gaben ihm das Gefühl, die Kontrolle über den Tod zu haben. Außerdem machte er sich eine Liste mit der richtigen Ausrüstung. Schaufel, Säge, Hammer, Spitzhacke und Draht für die letzten Szenen von Serie Nummer vier. Auch wenn er nicht wusste, ob er alles, was er aufschrieb, auch benutzen würde, war es ihm wichtig, auf jegliche Eventualitäten vorbereitet zu sein. Er überprüfte noch einmal die kleine, tragbare Mini-HD- Videokamera, die er auf ihre letzte Reise mitnehmen würde. Er hatte Ersatzbatterien und Bänder, sowie ein kleines Stativ dabei, auf das er den Rekorder stellen konnte. Er machte sich eine Notiz, dass er die Verbindungsklemme mit Schmieröl bearbeiten sollte, damit sie reibungslos funktionierte. Als er mit all diesen Einzelheiten fertig war und im Kopf mehrfach jeden Abschnitt durchgespielt hatte, stand er auf und ging zu Linda hinüber. Er fand sie erschöpft an den Monitoren, wo sie gähnte und sich räkelte, während sie Nummer vier überwachte. Michael blieb stehen. Er spürte, irgendetwas, das sie mit Nummer vier verbunden hatte, abhandengekommen war. Er hatte zwei Checklisten, eine für M und eine für L. Linda überflog beide und nickte, auch wenn ihr die Vorstellung unbehaglich war, dass er das Bauernhaus verlassen musste, um ein paar Dinge zu kaufen. »Willst du gleich los?« fragte sie. Michael blickte auf den Monitor, auf dem Nummer vier sich eingerollt hatte. »Fass doch ganz gut«, sagte er. »Komm möglichst schnell zurück. Es sind immer noch Details Sie hatte ein anderes Blatt in der Hand, einen Drehbuchteil, den Michael am Vortag geschrieben hatte. Sie hatte selbst einige Elemente eingefügt, so wie ein Produzent, der das erste Romanuskript eines Drehbuchautos durchgeht. Die Ränder auf der Seite waren mit Anmerkungen in Lindas kleiner, eleganter Handschrift gespickt. »Ich weiß«, sagte sie, »ich bin nur noch nicht sicher, dass es so richtig das erste Mal seit den ersten Stunden von Serie Nummer vier, dass sie sich trennten. Tatsächlich waren sie die ganze Zeit kaum einmal draußen gewesen, sodass ihnen die leichte Brise und die milde Temperatur der klaren Luft fast zu Kopf stiegen. Sie atmeten beide gierig ein. Michael drehte sich zu dem alten Bauernhaus um. Es war ein schäbiges, verstaubtes und heruntergekommenes Gebäude. »Wir können von Bruchbude nicht die ganze Zeit niesend und hustend herumgelaufen sind,« sagte er. »Ich bin nicht böse, hier so schnell wie möglich auszuziehen.« Linda drückte ihm die Hand. »Bleib nicht so lange weg,« sagte sie. »Versprochen. Brauchst du was aus der Stadt?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, alles da.« Sie ließ den Blick schweifen. In der Ferne säumten Bäume ein Feld. Hinter der baufälligen blassroten Scheune, in der sie ihren Mercedes abgestellt hatten, wogte ein Teppich aus saftigem grünem Gras und Unkraut über die hügelige Landschaft. »Zerbrochene Holzzäune und rostiger Stacheldraht rund um die Weiden zeugten davon, dass hier einmal Rinder und Schafe gehalten worden waren. Der lange Schotterweg zum Bauernhaus wand sich durch die vereinzelten Reste des alten Waldbestands, die sie von der Hauptstraße abschotteten und teilweise einen Tunnel bildeten. Das nächstgelegene Haus war ungefähr anderthalb Kilometer entfernt und durch das Unterholz und die Zweige kaum zu sehen. Wie so viele Häuser, die in Neuengland verfallen, wirkte das Anwesen zugleich altmodisch idyllisch und heruntergekommen. Das machte unter anderem den ästhetischen Reiz des Ganzen aus, dachte Linda. Inmitten des Altes und Verfalls hatten sie eine ultramoderne Welt erschaffen. Die Umgebung war eine perfekte Tarnung für das, was sie machten. Hör mal, ich will nicht, Nummer vier hört, wenn du den Motor anwirfst. Das Ding macht einen Höllen Lärm. Du weißt schon, ratatatatat, Kabumm, klickete Klick und Brumm. Also zähl bitte bis neunzig bevor du startest. Das lässt mir genug Zeit, um etwas einzuspielen, das sie ablenkt. Michael hatte die Erfahrung gemacht, dass Linda oft kleine, aber bedeutsame Probleme voraussah. In Ordnung, sagte er. Ich kann nicht glauben, dass du meinen Truck bemäkelst. Er ist immer absolut zuverlässig gewesen. Er machte nur Witze und sie neunzig Sekunden ab jetzt. Sie fingen beide zu zählen an, nur dass Michael von neunzig rückwärts ging und Linda mit eins anfing. Dabei kicherten sie wie Kinder in der ersten Klasse. Nochmal, sagte er, aber von neunzig zurück. Sie schüttelte den Kopf und warf das Haar in die Brise. Dann machte sie schwungvoll kehrt und zählte auf dem Weg zum Haus laut mit. Boden zu dem alten Truck und zählte still im Takt seiner Schritte mit. Sie hatten wieder Spaß miteinander. Sie sahen das Ende von Serie Nummer vier kommen und sie waren beide erleichtert und aufgekratzt. Linda zählte immer noch laut, als sie sich hinter den Hauptcomputer setzte und einige Befehle eingab. Zuerst spielte sie das Geräusch von lautem Klopfen an einer Tür ein. Nichts weiter als das Donnern eines erzürnten Nachbarn, das sie vor Jahren einmal aufgenommen hatten, woraufhin Nummer vier sich auf einmal im Bett herumdrehte. Augenblicklich mixte sie die dröhnenden Eröffnungsakkorde von Led Saplans Communication Breakdown darunter. Nummer vier hielt sich die Ohren zu, was mit den Handschellen und Ketten, die jetzt ihre Freiheit beschränkten, schwierig, aber so eben möglich war. Michael eilte durch den Baumarkt und packte viele derselben Materialien in seinen großen orangefarbenen Einkaufswagen, die er schon benutzt hatte, um den gestohlenen Transporter zu verbrennen. Er verließ nur ungern das Bauernhaus und sah es nicht gern, wenn Linda mit Nummer vier ganz alleine war. Nicht, dass er fürchtete, es könnte etwas passieren oder sich ein Problem ergeben, mit dem Linda nicht fertig würde. Es hatte wohl eher damit zu tun, dass Serie Nummer vier ihnen beiden gehörte. Und so behagte es ihm nicht, auf dem langen Weg irgendetwas zu verpassen. Wie eine Reihe anderer Heimwerker oder Bauarbeiter, die den Laden zusammen mit ihm verließen, warf er seine Einkäufe auf die Ladefläche des Trucks. Er war sich dessen bewusst, dass die Baumarkt Kette neben den Türen in den Gängen und auf dem Parkplatz Überwachungskameras installiert hatte. Darum zog er sich die Kappe tief herab als irgendeines der Werkzeuge und Hilfsmittel zu diesem Laden zurückverfolgt werden konnte und er wollte auch nicht, dass irgendein Cop sich das Video ansah und vielleicht den Truck identifizierte. Sie mussten alle Spuren hinter sich verwischen. Es gehörte zu seinem täglichen Kampf, auch die geringsten Kleinigkeiten zu erkennen, über die sich eine Verbindung ergeben könnte. Haare an einem Kamm. Das lieferte DNA. Fingerabdrücke auf einer glatten Tischplatte. Er machte sich Sorgen, dass irgendein Cop seine Abdrücke mit dem Haftbericht aus seinen Teenagertagen vergleichen könnte. Eine Verkaufsquittung aus einem führenden Fotogeschäft in New York? Er bezahlte grundsätzlich in bar, egal wie hoch der Preis war. Die Festplatten aus den Computern? Bei ihrer Entsorgung musste er besondere Vorsicht walten lassen. Harte Arbeit, dachte er, um sicherzustellen, dass absolut nichts zurückbleibt, wenn man verschwindet. Michael hielt an einer Selbstbedienungstankstelle und tankte nicht nur seinen Truck voll, sondern füllte auch ein halbes Dutzend Plastikkanister bis zum Rand mit Benzin. Gräber ausheben, Spuren tilgen, dachte er. Tickets kaufen. Er wusste, dass er die Zeiten und Entfernungen zwischen Flügen und Autokilometern abstimmen musste. Serie Nummer vier abzuwickeln, war so schwierig, wie sie zu planen. Das Timing war knifflig. Alles, was er aufgebaut hatte, musste auseinander genommen und aus dem Weg geschafft werden. Eine Menge Arbeit, dachte er, und gemeinsame Anstrengungen. Der Tag hatte leider nur vierundzwanzig Stunden. Auf der Rückfahrt hielt Michael sich sklavisch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Als er in die Einfahrt abbog, konnte er sich nicht vorstellen, wie der Hof einmal ausgesehen hatte, als er noch ein landwirtschaftlicher Betrieb war. Er fragte sich, ob es in dem Haus wohl spuken würde, nachdem sie es verlassen hatten. Das Anwesen war perfekt für ein reiches Pärchen aus der Großstadt, das nach einer abgeschiedenen Bleibe fürs Wochenende suchte. Halbwegs gezähmte Kulturlandschaft, das richtige Ambiente, um Gäste zu empfangen und Blu-ray-Disks zu sehen, ohne zu ahnen, was für das fade Schickimickipa hätte nicht den leisesten Schimmer davon, welche Wahrheit dieses Gemäuer gesehen hatte. Er musste lachen. Geister würden sie vermutlich enttäuschen. Er hielt nicht ohne zu wenden, so dass der Wagen in Richtung Einfahrt stand in der Nähe der Haustür. Er ließ die Schlüssel im Zündschloss stecken. Er mochte den Truck und würde sich nur ungern davon trennen. Wie der Truck war sie jetzt eine Requisita, die bald ihren Zweck erfüllt hatte. Einen Moment lang war er nicht ganz bei der Sache. Ihm fiel doch tatsächlich nicht der richtige Name des Mädchens ein. Janice? Janet? Jenna? Nein! Jennifer! Er lächelte. Jennifer! Leb wohl, Jennifer! Linda schaukelte in ihrem exklusiven Schreibtischsessel. Auf dem Monitor beobachtete sie Nummer vier. Sie kauerte auf dem Bett und zitterte nur unentwegt vor Angst, was Linda nicht anders erwartet hatte. Das plötzliche Klopfen an der Tür, gefolgt vom Heavy Metal Rock, hatte Nummer vier in noch größere Verwirrung gestürzt, falls das überhaupt möglich war. Die Persönlichkeit, die Energie und der entsprechende Kitzel, die Nummer vier vermittelt hatte, schwanden vor den Augen einfach nicht mehr viel von ihr übrig und Linda spürte, dass die Kundschaft drauf und dran war, das Interesse zu verlieren. Sie war sich nicht sicher, ob es eine so gute Idee gewesen war, diese beiden Geräuscheinlagen einzuspielen. Die Subscriber zogen es normalerweise vor, das schwere Atmen von Nummer vier zu hören, das ihnen vermutlich wie Musik in den Ohren klang. Andererseits wurden sie alle ein bisschen lebendig, wenn sie hier und da einen desorientierenden Soundeffekt einsetzten. Das löste, nicht anders als bei Nummer vier, Fantasien aus. Linda nahm sich für die Zukunft vor, die Bandbreite der zusätzlichen Geräuschkulisse zu erweitern. Spielplätze, Schulhöfe und weinende Babys waren gut, Polizeisirenen ausgezeichnet, doch sie mussten ihr Repertoire erweitern. Nummer fünf musste einem unablässigen Wechsel der verschiedensten vorgetäuschten Welten ausgesetzt werden. Während sich Linda wieder Michaels Entwurf für die letzten Stunden von Nummer vier zuwandte, kam sie immer mehr zu der Überzeugung, dass sie mit jeder neuen Serie dazulermten. Sie wurden bei dem, was sie machten, immer besser, doch Michaels Vorstellung vom Ausgang fand sie noch nicht befriedigend. Es fehlte das richtige Maß an Leidenschaft. Schlechte Erinnerungen, dachte Linda. Nummer vier verdient einen besseren Abgang. Nummer eins war unbeabsichtigt gestorben. Der Strick, mit dem sie gefesselt war, hatte sich verknotet und sie erdrosselt, als sie inmitten eines Albtraums vom Bett fiel. Michael und sie hatten nicht genug auf sie geachtet und so hatte die erste Serie ein vorzeitiges Ende gefunden. Ihr Tod hatte dazu geführt, dass sie von da an sämtliche Aktivitäten peinlich genau überwachten. Doch entgegen ihren Plänen war Nummer zwei hinter den Kulissen gestorben. Ihr ursprüngliches Szenario hatte vorgesehen, Vergewaltigung und Mord nach Art des Snuff-Genres miteinander zu koppeln. Doch es war in einen heftigen Kampf übergegangen und Linda hatte sich gezwungen gesehen, die Übertragung abzubrechen und Michael mit dem Messer beizuspringen. Es war schludrig und grotesk und ihrer Professionalität nicht würdig gewesen. Und eine riesige Schweinerei, die sie hinterher wegmachen mussten. Das Ganze hatte bei ihnen beiden einen schlechten Beigeschmack hinterlassen und war eine miserable Geschäftsidee gewesen. Bei Nummer drei waren sie sorgfältiger vorgegangen. Stundenlang hatten sie an den kleinsten Details ihres Todes gefeilt. Doch am Ende schlug sie ihnen ein Schnippchen und wurde urplötzlich krank. Linda hatte den Verdacht, dass die Krankheit irgendwie auf die Schläge zurückzuführen war, die sie ihr verabreicht hatten. Sie hatten wohl tatsächlich den physischen Aspekt der Unterwerfung übertrieben. Aus diesen Fehlern hatten sie gelernt und waren mit Nummer vier viel vorsichtiger umgegangen. Schmerzen zufügen, aber nicht verletzen. Quälen, aber nicht foltern. Missbrauchen, aber nicht Ergebnis konnte sich wahrlich sehen lassen. Ihr Dilemma war andererseits, dass das Ende sich bis jetzt noch nie wie geplant vor laufender Kamera abgespielt hatte, während alle gebannt auf ihre Monitore oder Fernseher starrten. Sie wusste, dass die Klientel das erwartete. Ja, verlangte. Sie wollten Action und keine Unfälle oder abgebrochene Übertragungen und Entschuldigungen. Und ganz gewiss würden sie sich nicht damit zufrieden geben, dass gut herauswirkte, so wie ihre Vorgängerin. Andererseits wollten sie auch nicht, dass Michael sie einfach in Echtzeit exekutierte. Das fand selbst Linda geschmacklos. Es würde sie in die Nähe von Terroristen rücken. Sie mussten etwas weitaus Intelligenteres, Kultivierteres bieten. Linda betrachtete den Tisch mit ihrer Waffensammlung. Noch schemenhaft kam ihr eine Idee. Sie stand auf, ging hinüber und griff zu einem Magnum-Revolver Kaliber .357. Mit einer versierten Bewegung aus dem Handgelenk heraus öffnete sie die Kammer und sah nach, ob sie geladen war. Lächelnd legte sie die Waffe wieder weg und griff zu einem Block, der zufällig in der Nähe lag. Aufgeregt brachte sie ein paar Notizen zu Papier. Eine Herausforderung, dachte sie. Eine einmalige Herausforderung für die Zuschauer, aber vor allem für Nummer 4. Linda hob den Kopf, sie hörte, wie draußen der Truck eintraf. Sie beugte sich über ihre Notizen und dachte, Michael wird begeistert sein. Es war wie ein Geschenk. Adrian merkte, wie Cassie sich direkt hinter seinem Kopf bewegte. Er lehnte sich im Sessel zurück und spürte, wie sie ihm mit den Fingern durchs Haar strich. Dann legte sie die Arme um ihn und drückte ihn wie ein Kind. Sie summte etwas vor sich hin wie früher, wenn der kleine Tommy krank war und Fieber hatte. Wahrscheinlich war es ein Schlaflied, doch er konnte die Melodie nicht erkennen. Dennoch beruhigte es ihn, und so war er bereit, als sie ihm zuflüsterte, es wird Zeit, Ardi, es wird Zeit. Mark Wolfe war nicht mehr wichtig. Das Haus des Exhibitionisten, seine Mutter, sein Computer, all die grobschlechtigen Szenen, die er sich virtuell zugemutet hatte, schienen in die Ferne zu entgleiten. Detective Collins war nicht mehr wichtig. Sie ließ sich von Dienstvorschriften gängeln und war viel zu ängstlich bemüht, das Richtige zu tun, um wirklich hilfreich zu sein. Mary Riggins und Scott West waren von keinem Belang. Ihnen waren aus Müllen die Hände gebunden. Der Einzige, der noch aktiv nach Jennifer suchte, war Adrian, und er wusste, dass er am Abgrund des Wahnsinns taumelte. Vielleicht wendete sich der Wahn für ihn zum Vorteil, dachte er. Seine tote Frau und sein totes Kind und sein toter Bruder vermischten sich mit dem Mädchen unter der schwarzen Haube, das ihm durch den Bildschirm die Hand entgegen streckte. Es war, nur in verschiedenen Tonarten und Oktaven. Widerstreben löste er sich aus der Umarmung seiner Frau. Er fühlte, wie ihre Hände von seiner Haut glitten und in Erinnerung an glücklichere Tage eine angenehme Glut hinterließen. Du hast jetzt genug in der Hand, sagte sie und stupste ihn. Ja, das denke ich auch. Auf einem Blatt Papier hatte er die GPS-Koordinaten für die Webseite whatcomesnext.com notiert. Er ging zu seinem eigenen Computer und zögerte einen Moment. Adrian Liebling, drängte ihn Cassie. Ich glaube, du musst dich beeilen. Er senkte den Blick und sah, wie seine Hände über der Tastatur schwebten. Drück aufs E, schreib ein R, buchstabiere ein Wort, dann ein Mausklick. Er hing zwischen zwei Welten in der Luft. Zuerst hatte die Krankheit nur an ihm genagt und ihn in kleinen Dingen behindert, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind. Jetzt verschlang sie ihn im großen Stil. Er spannte sämtliche Muskeln an. Er sagte sich, er dürfe sich nur nicht unterkriegen lassen. Er murmelte, du gibst jetzt nicht auf, du zögerst nicht, du bringst das hier zu Ende, so wie du es gewohnt bist. Seine eigene Gewölbe. Adrian fegte alle Zweifel vom Tisch und rief Google Earth auf. Der Bildschirm zeigte eine Adresse. Diese brachte ihn zu einem Immobilien Angebot. Vor ihm erschienen ein Dutzend Farbaufnahmen von einem alten, baufälligen, zweistöckigen Bauernhaus. Es wurde der Name und die Telefonnummer eines Maklers genannt. Er klickte auf das lächelnde Konterfei der Frau und stellte fest, dass sie viele Objekte anbot. Jedes davon wurde in glühenden Farben gepriesen. Adrian glaubte dem Anschein nicht. Er merkte, wie Cassie ihm über die Schulter sah. Auch sie gab wohl nichts auf die Beschreibung. Abgelegene Kaffs in der Pampa, sagte Cassie, die sich erhoffen, dass ein paar Reiche bei ihnen Wurzeln schlagen, ihr Geld ausgeben und alle, die da schon festhängen, aus dem Dreck ziehen. Adrian sah das genauso und nickte. Da interessiert es keinen Menschen, was jemand treibt, fuhr Cassie fort, solange der es im Stillen tut und keine Schulden macht. Keine naseweisen Nachbarn, keine neugierigen Cops, würde ich vermuten, einfach nur eine Menge stille, abgeschiedene Fleckchen fern der ausgetretenen Pfade. Adrian klickte den Befehl Drucken an und löste das vertraute Sirren aus. Besonders die Bilder. Du wirst die Bilder brauchen, drängte ihn Cassie. Es kam ihm vor, wie die Ermahnung, im Supermarkt nichts zu vergessen. Ich weiß, antwortete Adrian. Ich hab sie. Du musst wirklich los, drängte Cassie. Sie sprach mit dieser Bestimmtheit, die keinen Widerspruch duldete und ihn an Situationen erinnerte, in denen Tommy in Schwierigkeiten steckte. Das war nicht oft passiert, doch in diesen seltenen Fällen hatte Cassie die Kunst an den Nagel gehängt und sich in eine Methodisten Pfarrerin im schwarzen Talar verwandelt. Er stand auf und schnappte sich sein Sakko von der Rückenlehne. Du hast, glaube ich, noch was vergessen? sagte sie. Adrian nickte, denn er wusste genau, was sie meinte. Er freute sich, als er bemerkte, dass er mit festen Schritten das nichts von der Unsicherheit eines alten Mannes. In der Diele sah er sich noch einmal um. Die Erinnerungen stürzten wie ein tosender Wasserfall auf ihn ein. Jeder Winkel, jedes Regal, jedes kleine Plätzchen erinnerte ihn an vergangene Tage. Er fragte sich, ob er je nach Hause zurückkehren würde. Als er so dastand, flüsterte Cassie neben ihm, du brauchst einen Vers, etwas Bewegendes, Etwas, das die Moral stärkt. Eine halbe Stunde, eine halbe Stunde noch voran. Oder der heutige Tag heißt Crispianus Fest. Adrian hörte den Klang der Poesie in seinem Kopf und sie brachte ein Lächeln auf seine Lippen, Gedichte über Krieger. Er trat in den frühen Morgen und stellte fest, dass sich seine Frau aus irgendeinem unerfindlichen Grund plötzlich von ihrem gemeinsamen Zuhause löste und an seiner Seite blieb. Er verstand nicht, weshalb sie nicht länger drinnen eingesperrt war, doch die Veränderung machte ihn glücklich und beschwingt. Er spürte, dass sie im Gleichschritt mit Brian ging und vermutete, dass auch Tommy nicht weit war. Adrian und seine Toten marschierten zielstrebig zu seinem alten Volvo, der in der Einfahrt wartete. Adrians Stimme am Handy von Mark Wolfe hatte sich bei Terry Collins in einem dunklen Winkel ihres Bewusstseins eingenistet und ließ ihr seit dem Anruf keine Ruhe mehr. Sie konnte sich keinen Reim darauf machen, was die beiden zusammenbrachte und veranlasste, ihr Fragen über Tattoos und Narben zu stellen. Sie war auf dem Weg zu ihrem Büro. Wie jeden Morgen um die Zeit verschonte die Rush Hour nicht einmal die Hauptverkehrsadern der hehren kleinen Universitätsstadt. Herauszubekommen, was der Professor im Schilde führte, stand auf ihrer Erledigungsliste ganz oben an. Da ihre Ermittlungen ohnehin zum Stillstand gekommen waren, hatte sie nicht zu befürchten, dass er ihr ins Handwerk pfuschen würde. Sie blickte sich unter den anderen Autofahrern um und hielt an, um einen Schulbus vorbeizulassen, der an einer Grundschule in die Aussteigespur schwenkte. Es erinnerte sie daran, Mark Wolfe mehr Druck zu machen, auch wenn sie nicht glaubte, dass sie ihn dazu bringen konnte, noch am selben Tag seine Sachen zu packen und alle seine perversen Wünsche in eine andere Gemeinde mitzunehmen, wo sich die dortige Polizei damit herumschlagen durfte. Anderen den Doch der Tag, an dem seine Mutter ins Pflegeheim kam, das war der Tag, an dem sie Mark Wolfe klar machen würde, dass es eine brillante Idee wäre, wegzuziehen. Sie fuhr an der Schule vorbei und warf einen flüchtigen Blick zur Seite, wo der gelbe Bus eine Ladung ausspie. Zwei gestresste Lehrer dirigierten die ungezügelte Bande zur Eingangstür. Der Anfang eines ganz normalen Tages. Sie wusste, dass ihre eigenen Kinder schon drinnen waren, hoffte aber trotzdem noch einen Blick auf sie zu erhaschen. Sie stellte sich vor, wie sie in ihrer jeweiligen Klasse geräuschvoll ihren Platz aufsuchten. Auf dem Stundenplan standen Mathematik und Kunst und keins der Kinder hatte die geringste Ahnung, dass quasi um die Ecke alle möglichen Gefahren lauerten. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, jedes Kind vor jedem Schaden zu behüten, was ihr kein bisschen dabei half, sich weniger verantwortlich zu fühlen. Das Polizeirevier lag nur fünf, sechs Straßen von der Schule entfernt und sie bog auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude ab. Sie schnappte sich die Schultertasche, Dienstmarke und Waffe. Sie schätzte, dass der Professor eine weitere strenge Mahnung brauchte, nicht in die Polizeiarbeit hineinzupfuschen. Eine Mischung aus Standpauke und Drohgebärde. Es war angenehm warm. Einbruchszeit musste sie denken. Stiegen die abendlichen Temperaturen, fühlten sich nächtliche Diebe ermutigt. Das waren meist ärgerliche Verbrechen, weil der Verlust in der Regel in keinem Verhältnis zu dem bürokratischen Aufwand stand, den die Versicherungsgesellschaften forderten und die Opfer zudem auf längere Sicht verängstigt waren. Das ganze kriminelle Unternehmen artete für alle Beteiligten in einen einzigen Nervenkrieg aus. Mit der Aussicht, den Rest des Tages über eingehenden Meldungen und Anzeigen zuzubringen und allenfalls zu einem Wohn- oder Geschäftshaus rauszufahren, um sich ein eingeschlagenes Fenster oder eine zersplitterte Küchentür anzusehen, betrat Terry Collins die Station. Ihr erster Blick fiel auf den Sergeant im Dienst, der im Eingangsbereich hinter dem Sicherheitsglas an seinem Wachtisch saß. Der Beamte hatte graues Haar und einen Schmerbauch, doch ein sicheres Händchen für Leute, die hereinstürmten, um sich lautstark über nicht angeleinte Hunde, über Studenten, die in den öffentlichen Parkanlagen in einen Busch pinkelten, über widerrechtlich geparkte Autos Plastikstühle an der Wand. Dies nannte sich Wachteraum. Der Typ da wartet schon seit einiger Zeit auf See, sagte der Sergeant durch das Sicherheitsglas. Terry rührte sich nicht, als Mark Wolfe sich erhob. Er wirkte irritiert und verdrießlich und seine Erscheinung ließ darauf schließen, dass er übernächtigt war. Sie ließ ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Wie darf ich es mir erklären, dass Professor Thomas mich mit ihrem Handy angerufen hat? Wolfe zuckte die Achseln. Ich habe ihm bei ein paar Recherchen geholfen und er hat mich darum gebeten. Was für Recherchen? Wolfe trat von einem Bein aufs andere. Er senkte die Stimme. Deshalb bin ich hier hier. Ich meine, ich hätte die Sache einfach fallen lassen sollen, aber der alte Herr... Mr. Wolfe, was für Recherchen? Ich habe ihm dabei geholfen, nach diesem Mädchen zu suchen, klein Jennifer, die kleine, die verschwunden ist. Was verstehen sie unter ihm helfen? Und was genau heißt suchen? Er ist davon überzeugt, dass die kleine auf irgendeiner Porno-Website auftaucht. Er hat ein paar ziemlich wilde Theorien darüber, weshalb sie entführt worden ist und Wolfe sprach nicht weiter. Das leuchtete durchaus ein, besonders die wilden Theorien. Und was führt sie nun her? Sie hätten mich einfach anrufen können. Mark Wolfe zuckte die Achseln. Der alte Herr ist nicht aufgetaucht, sagte er. Der Professor hat gesagt, er komme heute früh wieder, damit wir weitermachen können. Ich habe mich extra bei meinem Chef krank gemeldet. Verdammt, wir wollten ... Wollten was? fragte Terry in scharfem Ton. Ich habe ihm die Sachen im Internet gezeigt. Wolfe sprach langsam und mit Bedacht. Er wollte, naja, er wollte einige ziemlich entlegene Dinge sehen. Ich meine, er ist Psychologe verflucht nochmal und ich habe ihm nur ausgeholfen. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie und wo er suchen muss und Sie schon, ergänzte Terry zugeknöpft. Wolfe sah sie mit einem Blick an, der stumm signalisierte, was hätten Sie denn gemacht? Dass Sie mich nicht falsch verstehen, ich mag den alten Mist Karl irgendwie, sagte Wolfe in einem Ton, der von einer drolligen Zuneigung zeugte. Hören Sie, wir beide wissen, dass er ein bisschen verrückt ist, aber er lässt sich auch nicht beirren, wenn Sie anreden, aber unter vier Augen. Unter vier Augen? Ja, ich will keinen Ärger kriegen. Hören Sie, Detective, ich versuche hier, der Gute zu sein. Ich hätte zu Hause bleiben und sagen können, du kannst mich mal, aber so bin ich nicht. Ich bin hergekommen, um es Ihnen zu sagen. Der Professor ist ziemlich angeschlagen, ist Ihnen doch bestimmt nicht entgangen. Wofür beäugte Terry, um überlegte. Sie wusste nicht recht, was sie von alledem halten sollte, und dass der Sexualstraftäter mit einem Schlag ein anständiges, gesetzestreues Mitglied der Gesellschaft werden sollte, war ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Doch irgendetwas hatte ihn dazu gebracht, aufs Revier zu kommen, und dieses Etwas musste schon ein starker Ansporn sein, denn ein Mann von seinem Schlag zog es nicht im mindesten zum Freund und Helfer. In Ordnung, sagte sie. Wir können unter vier Augen reden, aber zuerst sagen sie mir wieso. Wolfe lächelte auf eine Art, die ihr Misstrauen noch mehr schülte. Nun ja, sagte er, ich schätze, dass der Professor kurz davor ist, jemanden zu erschießen. Wolfe wusste zwar nicht, ob das stimmte, andererseits hatte Adrian so lange mit der Halbautomatik vor seinem Gesicht herum gefuchtelt, dass der Schluss keineswegs abwegig war. Bei näherer Betrachtung lag es sogar nahe, dass das Risiko tödlicher Verwundungen beträchtlich stieg, wenn man die Möglichkeit einbezog, dass der Professor Waage in die Richtung eines Menschen zielte und aus Versehen einen Schuss abfeuerte. Obwohl Wolfe mehrfach versicherte, dass sie ihn dort nicht finden würden, fuhren sie zu Professor Thomas Haus. Wie er der Kommissarin vorausgesagt hatte, war sein Auto nicht da und die Haustür stand offen. Ohne zu zögern ging Terry Collins hinein, während Mark Wolfe in einigem Abstand folgte. Während die eine sich bewusst machte, dass sie eine ziemlich eindeutige Dienstvorschrift missachtete, war der andere äußerst gespannt. Vor ihnen breitete sich ein beträchtliches Chaos aus. Terry ignorierte es und nahm nur am Rande wahr, dass es sich seit ihrem ersten Besuch bei dem Professor deutlich verschlimmert hatte. Inzwischen war nicht mehr der geringste Versuch zu erkennen, ein Mindestmaß an Ordnung und Sauberkeit aufrecht zu erhalten. Kleider, Geschirr, Abfälle und Papiere breiteten sich über sämtliche Ablageflächen aus. Es war, als wäre erst vor wenigen Minuten ein Sturm antreffen würden. Sie ging durchs Wohnzimmer und rief noch einmal, Professor Thomas, sind Sie da? Während Wolfe in ein Nebenzimmer trat, sie fuhr ihn an. Hey, Sie bleiben bei mir. Doch er ignorierte sie. Das hier müssen Sie sich ansehen, rief Wolfe zur Antwort. Sie ging zu ihm und sah, dass er sich bereits an den Computer im Arbeitszimmer des Professors gesetzt hatte. Wolfe tippte furios. Was wollen Sie mir zeigen? fragte sie. Ich nehme mal an, Sie wollen die Website sehen, bei der er so aus dem Häuschen geriet. Er hat versucht, mir was zu machen, es sei nicht die richtige, aber dann hat er sie wegen der verdammten Narbe angerufen und dieses Ja, das Tattoo, erzählen Sie weiter. Sie beugte sich zum Monitor vor. Vor ihnen erschien die Eingangsseite von whatcomesnext.com. Wolfe tippte das Passwort Jennifer ein. Hallo Psychoprof, wurde er begrüßt, bevor eine junge Frau zu sehen war. Das Bild wirkte auf Terry körnig, ein wenig verwackelt und unscharf. Andererseits merkte sie, wie sich ihr Puls beschleunigte, so dass es vielleicht eher an ihr lag und nicht an der hochauflösenden Übertragung. Sie sah eine nackte junge Frau, die mit Handschellen an eine Wand gekettet war und in embryonaler Haltung dalag, während sie ein Stofftier umklammerte. Die Gestalt der jungen Frau war teilweise von der Kamera abgewandt, so dass die Einzelheiten ihres Körpers schwer auszumachen waren und außerdem steckte ihr Gesicht unter einer schwarzen Haube. Sie sah das Tattoo der schwarzen Blume an einem dünnen Arm, aber nicht die Narbe, nach der sie Professor Thomas gefragt hatte. Mein Gott, sagte sie, was zum Teufel ist das? Eine Webcam Direktübertragung, sagte Wolfe. Er klang ein bisschen wie der Professor. Die Leute wollen heute alles live haben, in Echtzeit, ohne Verzögerung, augenblickliche Befriedigung. Terry starrte unverwandt auf dem Monitor und versuchte, das Bild der jungen Frau mit ihrer Erinnerung an Jennifer Entdeckung zu bringen, womit sie, ohne es zu wissen, genau dasselbe tat, wie vor ihr Adrian. Das muss eine Schauspielerin sein, sagte Terry fassungslos. Ach ja, schnaubte Wolfe. Detective, von dem hier haben sie keine Ahnung. Er klickte auf den Button, der das Menü auf den Bildschirm brachte. Er ging auf ein beliebiges Kapitel und plötzlich sahen sie beide, wie das Mädchen, das jetzt eine Augenbinde trug, wusch und dabei versuchte, ihre Blöße vor neugierigen Blicken zu verbergen. Währenddessen trat immer wieder die Gestalt eines Mannes ins Bild. Diesmal sah auch Terry die Narbe. Die passt nicht, sagte sie, auch wenn sie nicht ganz überzeugend klang. Sicher, antwortet Wolfe. Er sprach jetzt schnell und aufgeregt. Das haben sie gestern Abend zum Professor gesagt, allerdings war für mich offensichtlich, dass er ihnen nicht geglaubt hat. Oder er hat gedacht, es handelt sich um Hollywood Make-up. Ich müsste ihr Gesicht sehen, sagte Terry. Sie sprach jetzt nur noch im Flüsterton. Wird erledigt, sagte Wolfe. Mehr oder weniger. Sie haben sie immer maskiert. Er rief das Kapitel mit dem Interview von Nummer vier auf. Ihre Stimme war ein wenig verzerrt, als sie die Fragen beantwortete und Wolfe erklärte fachmännisch »Wahrscheinlich haben sie die Tonspur ein bisschen manipuliert, damit man nicht sofort erkennt, wie sie klingt. Terry starrte auf das Mädchen mit der Augenbinde und achtete auf jedes Wort, das sie sagte. Sie dachte an die Gelegenheiten zurück, bei denen sie selbst Jennifer gegenüber gesessen hatte. Sie versuchte, etwas in der Stimme wieder zu erkennen, aus dem sie schließen konnte, dass ihre Erinnerung an Jennifer und das, was sie vor sich hatte, identisch waren. Das muss sie sein, dachte sie selbst in dem Moment, als sie zu ihrem Staunen hörte, wie das Mädchen sagte, ich bin 18. Wo fing sie an. Das ist es ja, sagte Wolfe. Es ist nicht in L.A. oder Miami oder Texas. Braucht es nur zwei Stunden, um jemanden in die Hölle zu schicken, dachte Terry. Ich hab die GPS-Koordinaten, fuhr Wolfe fort. So wie der Professor. Da ist er wahrscheinlich hin, das heißt, da gehe ich jede Wette ein. Er ist uns nur ein Stückchen voraus, nur dass der alte Mann wohl nicht so schnell fährt. Das sehe ich anders, dachte Terry, auch wenn sie es nicht aussprach. Sie zückte ihr Handy, doch Wolfe schüttelte den Kopf. So modern ist er nun auch wieder nicht, sagte er in Beantwortung der naheliegenden Frage. Na schön, dann beeilen wir uns, sagte Terry. Wolfe klickte auf die Maus und die Website verabschiedete sich mit einem beschwingten Auf Wiedersehen Psychoproff. Fast genau in den Fußstapfen, die Adrian nicht lange vor ihnen zu Terrys Wagen. Hätten sie nicht ganz so prompt reagiert und nur wenige Sekunden vor dem Monitor verweilt, hätten sie gesehen, wie das Mädchen mit der schwarzen Haube vor Schreck erstarrte, als die Tür zu ihrer Zelle aufging. Jennifer wich zurück, auch wenn sie mit dem Rücken an der Wand und ans Bett gekettet nirgends hin konnte. Sie horchte auf die inzwischen vertrauten Geräusche der Frau, wenn sie den Raum durchquerte. Sie war geschlagen, missbraucht und ausgehungert. Das Bluten zwischen ihren Beinen hatte aufgehört, doch sie war immer noch wund. Sie wusste, dass sie nur noch aus Haut und Knochen bestand und sich mit letzter Kraft an ein kaum noch nennenswertes Leben klammerte. Wenn sie sich bewegte, würde sie klappern wie ein Skelett. Sie nahm an, dass der Mann ganz in der Nähe war, auch wenn sie ihn nicht hören konnte. Er bewegte sich immer lautlos, was eigentlich noch beängstigender war, nur, dass sie sich längst jenseits der Grenze befand, die zwischen Angst und Vernunft verlief. Es war ihr nicht mehr möglich, noch mehr Angst zu haben, und so kam es, dass sie sich seltsamer weise kaum noch fürchtete. Sie dachte, wenn man weiß, dass man stirbt, dann hat es irgendwie den Schrecken verloren. Mein Dad hatte keine Angst, ich habe keine Angst, nicht mehr. Egal, was ihr mit mir vorhabt, nur zu, dann tut es, es macht mir nichts mehr aus. Sie merkte, wie die Frau näher kam. Sie glaubte, dass sie sich über sie beugte. Hast du Durst Nummer vier? fragte die Frau. Jennifer wurde plötzlich bewusst, dass sich ihre Kehle wie Sandpapier anfühlte. Sie nickte. Dann trink. Die Frau schob ihr eine Flasche Wasser in die Hand. Die Haube hatte immer noch den kleinen Schlitz über ihrem Mund, den die Frau eingeschnitten hatte, bevor sie ihr an ihrem ersten Tag als Nummer vier das Betäubungsmittel gab. Mühsam bekam sie die Flasche an die Lippen und selbst als es ihr gelang, lief ihr ein Teil des Wassers die Brust herunter. Sie hielt die Luft an und trank die Flasche in gierigen Schlucken leer. Sie vermutete, dass sie wieder eine Droge enthielt und das war gut so, denn bei dem Gedanken daran, was sie mit ihr vorhatten, war sie froh, wenn sie weniger Schmerzen empfand. Besser Nummer vier? Jennifer nickte, auch wenn es nicht stimmte. Nichts war besser. Plötzlich wurde der Wunsch, laut zu schreien, ich heiße Jennifer, übermächtig, doch sie war zu schwach, die Worte über die ausgedorrten Lippen zu bringen. Selbst nachdem sie getrunken hatte, blieb sie stumm. Ein Moment wusste, was das war. Der Mann, der noch nichts gesagt hatte, schob den Interviewstuhl an die übliche Stelle. In der nächsten Sekunde bestätigte die Frau ihre Vermutung. Ich möchte, dass du zum Fußende kommst. Da steht der Stuhl, auf dem du schon gesessen hast. Entspann dich, sieh nach vorn. Die Anweisungen der Frau waren einfach und direkt und kamen in fast sanftem Ton. Zu Lese, die sich über all die Tage ihrer Gefangenschaft hinweg so grausam angehört hatte, war einer weicheren Klangfarbe gewichen. Fast erinnerte sie an die professionelle Freundlichkeit einer Empfangsdame, als ob die Frau Jennifer um nichts weiter bähte, als bis zu ihrem vor langer Zeit vereinbarten Termin einen weichen Platz zu nehmen. Sie traute diesem neuen Ton nicht im geringsten. Sie wusste, sie wurde nach wie vor gehasst. Sie hoffte, dass sie im Gegenzug genauso hassen konnte. Es ist Zeit für ein paar weitere Fragen, Nummer vier. Nicht viele. Es wird nicht lange dauern. Jennifer kroch und taumelte vom Bett, so dass ihre Ketten klirrten und tastete sich zum Stuhl. Mr. Braunbär schleppte sie mit, wie ein Soldat, der versucht, einen verwundeten Kameraden aus der Schusslinie zu ziehen. Ihre Nacktheit oder die Kamera, die unerbittlich neugierig ihren Körper erkundete, waren ihr inzwischen egal. Sie tastete sich voran, bis sie den Sitz fand und sich darauf niederließ. Dann starrte sie geradeaus auf die Stelle, wo, wie sie wusste, die Linse auf sie gerichtet war. Es trat eine Pause ein, bevor die Frau fragte, »Lass hören, Nummer vier. Träumst du davon, freizukommen?« Die Frage erstaunte sie. Wie bei sämtlichen anderen Fragen, mit denen die Frau ihre Gefühle ausloten wollte, wusste Jennifer auch diesmal nicht, wie die richtige Antwort lautete. »Nein«, sagte sie langsam, »ich träume davon, zurückzugehen, davon, wie es gewesen ist, bevor ich hierhergekommen bin. Aber du hast uns doch erzählt, dass du dein Leben nicht ertragen konntest. Du hast uns erzählt, dass du davor fliehen wolltest. War das gelogen? »Nein«, antwortete Jennifer rasch. »Ich denke doch, Nummer vier. Nein, nein, nein«, beteuerte Jennifer flehentlich, auch wenn sie nicht wusste, worum sie flehte. Die Frau legte eine wirkungsvolle Pause ein, bevor sie fortfuhr. »Nummer vier, was wird deiner Meinung nach jetzt mit dir passieren?« Jennifer hatte das Gefühl, als wären Sie war von dem geringfügigen Tonwechsel der Frau verwirrt, während die andere Hälfte nur noch kalt mit erstarrten Gefühlen registrierte, dass sie, egal was sie sagte oder tat, dem Ende nahe war, auch wenn sie nicht darüber nachzudenken wagte, wie sie sterben sollte. »Ich weiß es nicht«, antwortete sie. Die Frau wiederholte ihre Frage. »Nummer vier, was glaubst du wird jetzt mit dir geschehen?« Darauf eine Antwort zu erwarten, war so grausam wie alles andere, was sie ihr angetan hatten, dachte Jennifer. Darauf zu reagieren war schlimmer als geschlagen, angekettet, gedemütigt, vergewaltigt und gefilmt zu werden. Die Frage verlangte von ihr, in die Zukunft zu blicken, was sich seelisch so anfühlte, wie mit einer Rasierklinge geschnitten zu werden. Jennifer erschien ihr noch schlimmer. »Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht«, sagte sie. Die Worte brachen schrill und unwillkürlich wie ein Sturzbach aus ihr hervor und trotzten der dämpfenden Wirkung der Haube. »Nummer vier, ich will es ein letztes Mal versuchen. Was?« Jennifer unterbrach sie. »Ich glaube«, antwortete sie in Panik. »Ich werde«, sie versuchte langsamer zu sprechen. »Nie hier wegkommen. Ich glaube, ich werde für den Rest meines Lebens hier sein. Ich glaube, das hier ist jetzt mein Zuhause und es gibt kein Morgen oder Übermorgen, nicht einmal eine nächste Minute. Es gibt nur das hier, diesen Moment, weiter nichts. Die Frau sagte eine Weile nichts und Jennifer wusste nicht, ob ihr das, was sie gesagt hatte, gefallen hatte oder auch nicht. Es war ihr egal. Es war ihr gelungen zu antworten, ohne die einzige richtige Antwort auszusprechen. Ich werde sterben. Dann lachte die Frau. Es war ein schneidendes Geräusch, das Jennifer durch und durch ging und fast physisch wehtat. »Möchtest du dich retten, Nummer vier? Was für eine blöde Frage, dachte Jennifer. Ich kann mich nicht retten. Es hat nie eine Möglichkeit gegeben, mich zu retten. Doch während ihr diese Worte durch den Kopf schwirrten, nickte sie klar und deutlich. »Gut«, sagte die Frau. Wieder herrschte kurzes Schweigen. »Ich habe eine Bitte, Nummer vier«, fuhr die Frau fort. »Eine Bitte? Ich soll ihr einen Gefallen tun? Unmöglich. Jennifer beugte sich ein wenig vor. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Jedes Wort der Frau war Luke und Trug. Sie konnte nur nicht sagen, was sie diesmal im Schilde führte. »Du wirst tun, worum ich dich bitte?« fuhr die Frau fort. Jennifer nickte erneut. »Ja, egal was, ich werde es tun.« Sie glaubte, dass ihr gar keine andere Wahl blieb. »Wirklich alles?« »Ja.« Schweigen. Jennifer rechnete schon damit, dass sie ihr aufs neue Schmerzen zufügen würde. »Sie wird mich schlagen. Vielleicht wird der Mann mich noch einmal vergewaltigen. Gib mir deinen Bären Nummer vier.« Jennifer begriff nicht. »Was?« fragte sie. »Ich will den Bären Nummer vier. Sofort gib ihn mir.« Jennifer war aufgelöst. Sie wollte schreien. Sie wollte weglaufen. Genauso gut hätte sie von ihr verlangen können, ihr Herz oder ihren Atem auszuhändigen. Mr. Braunbär war das Einzige, was Jennifer daran erinnerte, Jennifer zu sein. Sie spürte das raue, synthetische Fell des Stofftiers an ihrer nackten Haut. In diesem Moment fühlte es sich so an, als sei das Tier mit ihrem Körper verwachsen. Mr. Braunbär aufgeben? Ihr schnürte es die Kehle zu. Sie krächzte, rang nach Luft und wippte auf ihrem Stuhl vor und zurück, als hätte ihr jemand einen schweren Schlag in die Brust versetzt. Ich kann nicht, ich kann nicht, stöhnte Jennifer. Der Bär Nummer vier, als kleines Andenken an dich. Ihr stiegen die Tränen in die Augen und ihr wurde flau. Sie fürchtete sich zu übergeben. Die winzigen Stofftierarme schienen sich wie die eines Babys an sie zu klammern. Am liebsten »Das ist das letzte Mal, dass ich dich darum bitte.« Sie wusste nicht, was ihr anderes übrig blieb. Langsam löste sie Mr. Braunbär von ihrer Brust und streckte ihn von sich. Ihre Schultern schüttelten sich und sie konnte das Schluchzen nicht länger unterdrücken. Als Mr. Braunbär ihr weggenommen wurde, spürte sie die Hand der Frau. Sie versuchte dem Stofftier das Fell zu streicheln, bevor sie es ihr gab. Jetzt war sie vollkommen allein. Sie konnte nur noch denken »Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, leb wohl, leb wohl, leb wohl.« Die nächsten Worte der Frau hörte sie kaum. »Danke, Nummer vier. Und jetzt ist, wie wir glauben, die Zeit fürs Ende gekommen. Wäre das für dich akzeptabel?« Bei der Frage bekam sie für einen Moment keine Luft. »Akzeptabel, Nummer vier.« »Mr. Braunbeer, es tut mir leid, ich hab dich im Stich gelassen. Es ist meine Schuld, es tut mir so leid, ich wollte dich retten. Zeit ist zu beenden, Nummer vier.« Sie begriff, dass auf die Frage immer noch eine Antwort verlangt wurde. Jennifer fiel keine ein. Sag ja und du stirbst. Sag Sie glaubte, dass es heiß war und dampfte und zugleich wie ein kalter Blizzard toste, beides zugleich. »Möchtest du, dass es vorbei ist?« beharrte die Frau. »Ja,« quiekste Jennifer heiser und schluchzte. »Also das Ende Nummer vier?« »Ja, bitte,« sagte Jennifer. »Wie du willst,« antwortete die Frau. Jennifer konnte weder glauben noch begreifen, was vor sich ging. Fantasievorstellungen von Freiheit Kopf. Sie zuckte zusammen und plötzlich spülte sie, wie die Frau sie mit den Händen berührte. Es war, als fasste sie an einen Draht unter Strom und so zitterte sie am ganzen Körper. Die Frau nahm ihr langsam die Handschellen ab und ließ sie scheppernd zu Boden fallen. Die Kette rasselte, als auch sie auf den Beton fiel. Jennifer wurde übel, als sie sehkrank und sie schwankte, als hätten die Kette und die Handschellen sie aufrecht erhalten. Die Haube bleibt, wo sie ist, Nummer vier. Du wirst wissen, wann du sie abnehmen darfst. Erst jetzt merkte Jennifer, dass sie die Hände an den schwarzen Stoff gehoben hatte, der ihr den Kopf bedeckte. Sie gehorchte auf der Stelle und ließ die Hände in den Schoß fallen. Doch sie war schrecklich verwirrt. Woher sollte sie das wissen? Ich lege dir den Schlüssel, mit dessen Hilfe du diesen Ort verlassen kannst, vor die Füße, sagte die Frau langsam. Mit diesem Schlüssel kannst du die einzige Tür zwischen dir und der Freiheit öffnen, die noch verschlossen ist. Bitte bleib einige Minuten lang sitzen. Du solltest laut zählen. Wenn du dann glaubst, dass genug Zeit verstrichen ist, kannst du ihn nehmen und überlegen, ob es für dich nun Zeit ist, nach Hause zu gehen. Für diese Entscheidung kannst du dir so viel Zeit nehmen, wie du willst. Jennifer verstand gar nichts mehr. Das Einzige, was nachvollziehbar klang, war das mit dem Sitzen und dem lauten längsten Sinn. Sie blieb, wo sie war. Sie hörte, wie die Frau durch die Zelle lief und die Tür aufging. Es folgten das Schließen und Quietschen eines Regels. Sie schien im Kopf zu fiebern und konnte die Bilder, die sie überfluteten, nicht ordnen. Der Schlüssel sollte direkt vor ihr liegen. Sie hauen ab, dachte sie. Sie machen sich aus dem Staub und wollen nur, dass ich so lange warte, bis sie weg sind. So verhalten sich Kriminelle. Sie wollen sicher gehen, dass ihnen niemand folgt. Das ist in Ordnung, den Gefallen kann ich ihnen tun. Ich kann tun, was sie verlangen. Geht nur, lasst mich hier, ich komme schon zurecht, ich finde schon nach Hause. Eins und zwei und drei, flüsterte sie. Sie konnte nichts dagegen tun. In die Schuldgefühle mischte sich die Hoffnung. Es tut mir leid, Mr. Braunbär, du müsstest jetzt bei mir sein. Ich müsste dich mit nach Hause nehmen. Es tut mir leid. Ihr Körper verkrampfte sich von Kopf bis zu den Füßen. Sie stellte sich vor, wie sie Mr. Braunbär an ihrer Stelle folterten. Sie glaubte nicht, dass sie es sich je verzeihen würde, dass sie konnte, auch wenn ihr Vater tot war, was in diesem Moment kein Hindernis zu sein schien. Jeder Teil von ihr krampfte sich zusammen, als würden ihr die Glieder ineinander geschraubt. 21, 22. Sie wollte unbedingt genug Zeit verstreichen lassen. Lass sie entkommen, lass sie ziehen, du wirst sie nie wieder sehen. Es leuchtete ihr ein, sie sind mit mir fertig, es ist vorbei. Sie konnte die Tränen nicht zurückhalten und schluchzte los. Sie wagte nicht, die Worte ich werde leben, zu Ende zu denken. Doch dieses Gefühl wallte in ihr auf, während sie die Sekunden verstreichen ließ. Als sie langsam und gewissenhaft bis 240 gezählt hatte, hielt sie es nicht länger aus. Den Schlüssel, sagte sie sich. Nimm den Schlüssel, geh nach Hause. Ohne aufzustehen, aus und tastete mit den Fingern über den Boden, bis sie ein etwas hartes metallisches stieß. Jennifer hielt inne. Es fühlte sich anders als ein Schlüssel an. Sie tastete sich weiter vor und ihre Hand legte sich um etwas Hölzernes. Ihre Fingerspitzen strichen über die Form des Schlüssels. Etwas Rundes. Etwas Langes. Etwas Schreckliches. Sie verbrannt. Sie dachte, das schreiende Baby. Eine Lüge. Die spielenden Kinder. Eine Lüge. Der Lärm eines Streits. Auch das eine Lüge. Die Polizei, ein Stockwerk über ihr. Eine Lüge. Ein Schlüssel, um dich zu befreien. Die schlimmste von allen Lügen. Zu ihren Füßen lag kein Schlüssel zu einer Tür. Dort lag eine Pistole. Adrian nahm mindestens drei falsche Abzweigungen und wusste nach einer Reihe holpriger Straßen nicht mehr, wo er war. Sie führten durch eine Reihe kleiner Städtchen, die pittoresk gewesen wären, hätten nicht die allgegenwärtigen Zeichen von Armut und Verfall den Eindruck getrübt. Zu viele aufgebockte, rostige Autowracks auf Abstellplätzen, zu viele alte landwirtschaftliche Geräte, die an wackeligen Zäunen lehnten. Er kam an Scheunen vorbei, die seit mindestens zehn Jahren keinen Anstrich mehr gesehen hatten, mit Dächern, die unter der Schneelast zu vieler strenger Winter eingesackt waren. Daneben auch an extra Breiten mit Satellitenschüsseln versehenen Caravans. Handbemalte Werbetafeln für echten Ahornsirup oder echtes amerikanisches Kunsthandwerk schossen über Kilometer wie Pilze aus dem Boden. Er fuhr auf Straßen, die an keine beliebten Ziele führten. Es waren gewundene, schmale Sträßchen, weit ab von jenen Regionen Neuenglands, welche die Reisebroschüren füllten. Über weite Strecken Dichter, Bilder Baumbewuchs, der sich zu beiden Seiten der Fahrbahn erstreckte und mit den ersten Blattknospen sein frisches Grün ausbreitete. Zwischen den Wäldchen lagen Felder, auf denen einmal Milchkühe und Schafe risteten ein Mauerblümchen Dasein, bestenfalls zur Kenntnis genommen, wenn man sie möglichst zügig durchquerte, um irgendwo anders hinzukommen, zu einem exklusiven Sommerhaus am See oder einer teuren Ferienwohnung in einem Skigebiet. Mehr als einmal sah sich Adrian gezwungen, eine Strecke zurückzufahren, nachdem er stehen geblieben war, um sich seine altmodische, zerfetzte Landkarte anzusehen, die er aus dem Handschuhfach genommen hatte. Im Grunde hatte er keinen Plan. Seine sich dank all der Fehlentscheidungen, wie man sie eher von einem zwanzig Jahre älteren Mann erwartet hätte, beträchtlich verzögert. Er wusste, dass jede Minute zählte. Er trat wie jemand aufs Gas, der in Panik zum Krankenhaus wollte, mit Schwung in eine Kurve ging und im letzten Moment auf die Bremse trat, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Er schärfte sich ein, nicht noch einmal eine falsche Abzweigung und mach schon und mach schon. Adrian versuchte, weiter an Jennifer zu denken, doch selbst das fiel ihm nicht leicht. Einerseits entglitt sie ihm immer wieder, andererseits kollidierten in seinem Kopf mehrere Bilder von ihr. Die entschlossene Jennifer in der rosa Red Sox Kappe, die lächelnde Jennifer auf der vermissten Meldung, die auf dem Sitz neben ihm lag, die fast nackte Jennifer, die in die Kamera starrt, während sie auf die Fragen einer Unsichtbaren reagiert. Er wusste, welche Jennifer er in dem Bauernhaus vorfinden würde. Das, was von dem vernünftigen Psychologie Professor, ehemaligen Institutsleiter, diesem durch und durch respektablen Teil von ihm übrig geblieben war, sagte ihm, dass er Detective Collins anrufen sollte, um ihr Bescheid zu geben, wo er war und was er beabsichtigte. Das wäre die umsichtige Vorgehensweise gewesen. Selbst Wolfe konnte er anrufen. Wolfe oder die Kommissarin hätten sicher viel besser gewusst, was zu tun war, als er selber. Andererseits hatte es Adrian in dem Moment, als er sich am Morgen in den Wagen setzte, aufgegeben, vernünftig zu sein. Er wusste nicht, ob sein Verhalten der Krankheit zuzuschreiben war. Nicht auszuschließen, vielleicht bricht jetzt der verrückteste Teil aus und diktiert, was ich tue. Hätte ich eine Handvoll von diesen Pillen genommen, die nichts bringen, sähe die Sache vielleicht anders aus. Vielleicht aber auch nicht. Adrian trat abrupt auf die Bremse, um auf einer schmalen Landstraße weiterzufahren. Er hielt fortwährend nach etwas Ausschau, das ihm verriet, ob er bald am Ziel war. Er rechnete jeden Moment damit, dass ein Pickup um irgendeine Kurve brauste und wegen seines gefährlich langsamen Tempos wütend hupte. Er überlegte, ob es nicht besser gewesen wäre, die Maklerin anzurufen, um sich eine richtig gute Wegbeschreibung geben zu lassen, oder sie sogar zu bitten, ihn hinzubringen. Andererseits sagte ihm eine beharrliche Stimme, dass er alles, was vor ihm lag, besser alleine machte. Und er vermutete, dass Brian hinter diesem Ratschlag steckte. Er war immer der Einzelgänger gewesen, der sich am liebsten auf sich selbst verließ und weniger auf andere. Vielleicht auch Cassie. Sie hatte oft das typische Bedürfnis des Künstlers nach einsamen Entscheidungen. Erst recht würde Tommy mit seinem wunderbaren Selbstvertrauen dahinter stehen. Er bog in eine Wendebucht für Schulbusse am Straßenrand ab und kam auf dem Schotter knirschend zum Stehen. Nach seiner zerrissenen Landkarte, den GPS-Koordinaten und den Angaben der Maklerfirma zu urteilen, konnte die Einfahrt zur Farm keine 500 Meter mehr entfernt sein. Adrian starrte in die Richtung. Ein einsamer verbeulter Briefkasten mit einer Schlagseite wie ein betrunkener Matrose nach dem Landgang markierte die Stelle. Sein erster Impuls war, einfach vors Haus zu fahren, auszusteigen und anzuklopfen. Er wollte schon den Gang einlegen, fühlte aber eine Hand auf seiner Schulter und hörte, wie Tommy flüsterte, ich glaube, so funktioniert das nicht, Dad. Adrian rührte sich nicht. Wie siehst du das, Brian? fragte er, in ungefähr demselben Ton wie in einer langatmigen Fakultätssitzung, wenn er die Diskussion eröffnete und Meinungen oder Beschwerden zuließ, mit denen reichlich zu rechnen war. Tommy meint, ich soll nicht einfach an die Haustür gehen. Hör auf den Jungen, Ordi. Frontalangriffe werden meist leicht zurückgeschlagen, selbst wenn du das Überraschungsmoment auf deiner Seite hast. Und du weißt schließlich, dass du keine Ahnung hast, was dich erwartet. Was schlagt ihr also? Anschleichend schaltete sich Tommy wieder ein, auch wenn er immer noch sehr leise sprach. Du musst unbemerkt da rein. Brian fügte hinzu. Ich denke, in diesem Moment ist ein behutsames Vorgehen wichtig, Ordi. Bloß kein Holter die Polter, keine lautstarken Forderungen, kein Hier bin ich, wo ist Jennifer? Wir müssen erst mal die Situation sondieren. Cassie, fragte er laut. Hör auf die beiden Ordi. Die verfügen bei dieser Art von Operation über weit mehr Erfahrung als du. Ob sie damit richtig lag, stand auf einem anderen Blatt. Sicher, Brian hatte im Krieg eine Kompanie durch den Dschungel geführt und Tommy hatte zahlreiche Militäreinsätze gefilmt. Doch aus Adrians Sicht war Jennifer eher eine seiner Laborratten. Sie steckte in einem Labyrinth und er überwachte den Verlauf des Experiments. Der Gedanke, eine Stelle zu finden, an der er mit einem gewissen Sicherheitsabstand die Lage beobachten konnte, leuchtete ihm jedoch ein. Adrian warf noch einmal einen gründlichen Dann faltete er die Blätter zusammen und steckte sie sich in die Innentasche seines Sakkos. Er war schon halb aus dem Auto, als er Kersi flüstern hörte, vergiss nicht. Adrian schüttelte den Kopf und murmelte, konzentrier dich. Er hatte den Eindruck, dass seine Denkfähigkeit auf vielleicht 50% gesunken war, vielleicht sogar noch weiter. Ohne ihre Mahnung wäre er verloren gewesen. Tut mir leid, Possum, antwortete er. Du hast recht. Ich werde sie brauchen. Er beugte sich noch einmal in den Wagen und griff nach der Ruger 9mm auf dem Beifahrersitz. Das Gewicht der Waffe in der Hand war ihm vertraut. Er musste daran denken, dass er dafür viel häufiger Verwendung hatte als Brian. Sein Bruder hatte sie nur ein einziges Mal benutzt, um Selbstmord zu begehen. Adrian hätte sie um ein Haar zu dem gleichen Zweck verwendet und hatte sie dann wiederholt zum Einsatz gebracht, um Mark Wurfe zu bedrohen. Jetzt war vielleicht der Moment gekommen, in dem er sie noch einmal benötigen würde. Er versuchte sie in die Jackentasche zu stecken, doch sie passte nicht hinein. Er versuchte sie unter den Hosengürtel zu und verloren gehen könnte. Also behielt er den Revolver in der Hand. Adrian sah in den Himmel. Eine leichte Brise ging durch die Bäume. Sonne und Schatten wogten hin und her. Er trottete über die Straße und machte sich auf den Weg zur Einfahrt. Er schreckte einen Schwarmkohl schwarzer Krähen von einer blutigen Beute auf, die sie halb verzerrt liegen ließen. Dass er niemandem begegnete, war eine Erleichterung, denn vermutlich sah er vollkommen irre und lächerlich aus. Terry Collins holte alles aus ihrem Kleinwagen heraus, was er hergab, und schlug jegliche Zurückhaltung in den Wind. Mark Wolfe hielt sich an dem Griff über dem Beifahrersitz fest und genoss mit einem zufriedenen Grinsen die Achterbahnfahrt. Viele Kilometer flogen unter ihren Reifen dahin. Die meiste Zeit fuhren sie schweigend und horchten nur auf die GPS- Instruktionen der verführerischen, etwas metallischen Stimme des Navigationssystems, das über eine Anwendung in Terry Sandy lief. Sie wusste nicht, wie viel Zeit sie gegenüber dem Professor aufgeholt hatte. Eine Menge. Genug? Sie war sicher, dass es sich hier um einen Notfall handelte, hätte jedoch Mühe gehabt, zu erklären, wieso es so Professor davon abhalten musste, einen unschuldigen Menschen zu erschießen? Schon möglich. Um ein von zu Hause weggelaufenes Mädchen zu finden, das auf einer Porno-Website ausgebeutet wurde? Auch das war möglich. Um am Ende keins von beidem zu tun und sich zum Narren zu machen? Ziemlich wahrscheinlich. Einmal hatte Wolfe gelacht. Sie fuhr fast 160 und er fand das unglaublich amüsant. Mich hätte ganz bestimmt ein Staatspolizist drangekriegt, sagte er, und große Augen gemacht, sobald er mein Kennzeichen und meinen Führerschein überprüft hätte. Aber Sie haben Schwein. Terry sah das anders. In Wahrheit wäre sie froh gewesen, wenn ein Trooper von hinten herangebraust wäre und sie die Chance gehabt hätte, ihn um Unterstützung zu bitten. Dabei war sie nicht sicher, ob sie Hilfe brauchte oder nicht. Sie fühlte sich wie auf einer bizarren Reise. In Begleitung des denkbar widerwärtigsten Sancho Panzer verfolgte sie einen Don Quixote, dem selbst der rudimentäre Realitätssinn des literarischen Vorbilds abging. Die Navigationsstimme führte sie von der Autobahn auf entlegene Landstraßen, auf denen sie weiter so schnell fuhr, wie es die Kurven erlaubten. Ihre Reifen quietschten, Wolfe riss es unter der Fliehkraft von einer Seite zur anderen. Eine abwechslungsreiche, idyllisch einsame Landschaft fegte an ihnen vorbei. Die Wälder und Felder hätten einfach nur schön und friedlich sein sollen, doch stattdessen schienen sie finstere Geheimnisse zu verbergen. Für einen Augenblick kam ihr der Gedanke, dass sie das vertraute Terrain von Ordnung und ihr. Sicher war nicht alles ideal, doch was immer es an düsteren Unterströmungen gab, verstand sie, sodass sie nichts zu befürchten hatte. Diese Fährt dagegen erfüllte sie mit düsteren Vorahnungen, die alles, was sie in ihren Jahren bei der Polizei erlebt hatte, in den Schatten stellten. Vielleicht nicht ihre Jahre als Opfer von Gewalt. Sie schüttelte den Kopf, als antwortete sie auf eine Frage, obwohl keine gestellt worden war. Mark Wolfe starrte auf die Wegbeschreibung. Ungefähr 17 Kilometer auf dieser Straße, sagte er. Das heißt genau 17,3, wenn das hier stimmt, dann noch eine Abzweigung, weitere 6,9 Kilometer und wir müssten da sein. Vorausgesetzt das hier stimmt, man kann sich auf MapQuest nicht immer verlassen. Er lachte. Hätte mir nie träumen lassen, mal den Navigator für die Polizei zu geben. Adrian fand einen Pfad, parallel zur Einfahrt zwischen den Bäumen hindurch zu schlängeln schien. Er kletterte über umgefallene Stämme und stapfte auf schwammig feuchter Erde. Spitze Zweige und Dornen verfingen sich in seinen Kleidern und nach wenigen Minuten wurde der Trampelpfad noch enger und unwegsamer. Er kämpfte sich durch frisch austreibendes Gestrüpp. Mal führte der Pfad nach links, dann nach rechts, mal öffnete er sich, sodass Adrian zügig vorankam, dann wieder war er kaum noch auszumachen. Adrian mochte sich nicht eingestehen, dass er sich schon wieder verirrt hatte. Doch ihm war klar, dass er in Richtungen gezwungen wurde, die ihn von seinem Ziel entfernten. Während er sich durch das Buschwerk voran arbeitete, bemühte er sich, seinen Orientierungssinn zu bewahren. Er rechnete schon halb mit einer Bemerkung von Brian, um wie viel schlimmer der Dschungel in Vietnam sei, doch er hörte nur den schweren, angestrengten Atem seines Bruders neben sich. Als er einen Moment stehen blieb, um sich auszuruhen, merkte er, dass es sein eigenes Keuchen war. Er fühlte sich, als sei er in eine Falle getappt. Am liebsten hätte er sich den Weg mit der 9 Millimeter freigeschossen. Trotz der angenehmen Temperatur tropfte ihm der Schweiß von der Stirn. Es war wie in einer Schlägerei und er holte aus, wenn ihm ein Zweig ins Gesicht peitschte oder trat nach den dornigen Trieben, die sich an seiner Hose verhakten. Adrian sah einen Moment auf. Der blaue Himmel schien ihm auf seinem Weg zu leuchten. Er zwang sich voran, auch wenn er wusste, dass voran im strengen Wortsinn vielleicht zur Seite oder zurück bedeutete. Er drehte sich völlig im Kreise und gestand sich ein, dass der dichte Wald ihm ein Schnippchen geschlagen hatte. Für einen Moment geriet er bei dem Gedanken in Panik, er könnte sich in ein Niemandsland manövriert haben, aus dem er nicht wieder herausfinden würde, so am liebsten hätte er um Hilfe gerufen. Er griff nach Zweigen und zog sich daran in die Richtung weiter, die gerade zur Verfügung stand. Mehr als einmal stolperte er und nach und nach artete das Ganze in einen blutigen Kampf aus, bei dem er sich an Gesicht und Händen Kratzer und Stremen holte. Er verfluchte sein Alter, seine Krankheit und seine Obsession. Doch auf einmal Adrian stand auf einer Schneise. Der Boden unter seinen Füßen fühlte sich fester an, das Dornengestrüpp trat zurück. Er sah auf und hatte den Weg ins Freie vor sich. Wie ein Ertrinkender, der Wild nach Luft schnappt, sobald er mit dem Kopf durch die Wasseroberfläche bricht, eilte er voran. Der Wald war hier zu Ende und vor ihm lag ein lehmiges grünes Feld. Voller Dankbarkeit fiel er auf die Knie. Er atmete ein paar Mal tief ein und aus, um sich zu beruhigen und festzustellen, wo er war. Adrian hatte eine kleine gewählte Anhöhe vor sich und machte sich die Sonne im Rücken auf den Weg. Es roch leicht nach feuchter Erde. Oben angekommen blieb er stehen, um sich zu orientieren. Zu seinem Erstaunen sah er in der Senke die Scheune und das Bauernhaus. Er griff in seine Jacke und zog das Bündel Maklerbroschüren heraus, um die Bilder aufgeregt mit dem zu vergleichen, was er vor Augen hatte. Ich bin da, dachte er, unendlich erleichtert. Seine verschlungenen Irrwege durch den Wald hatten ihn fast um das Haus herum geführt, so dass er sich jetzt näher Zwischen ihm und dem Haus lag offenes Gelände, ein lehmiges Feld, das einmal Weideland gewesen war. Diesmal bat er seinen Bruder nicht um Rat. Stattdessen ging Adrian in die Knie und kroch auf dem weichen Boden zu dem Haus, in dem er mit absoluter Sicherheit die vermisste Jennifer finden würde. Die beiden Mädchen saßen Seite an Seite auf der Kante eines Einzelbetts in einem Zimmer mit einer bemerkenswerten Ansammlung von rosa Stofftieren und kleinen Tegedecken und starrten auf den Computer Bildschirm. Sie waren höchstens ein paar Monate, vielleicht nur ein paar Wochen jünger als Nummer vier. Auf dem Schreibtisch vor ihnen lag ein vernickelter Revolver Kaliber 32 mit kurzem Lauf. Im glänzenden Metall spiegelten sich die Bilder auf dem Bildschirm. Die Waffe war geladen und entsichert. Sie beschwerte einen Stoß Papiere, im Wesentlichen Ausdrucke und Scans von E-Mails, SMS-Nachrichten und MySpace-Seiten. Dazwischen befanden sich auch ein paar handschriftliche Notizen auf liniertem Schulheftpapier, das mehrfach klein gefaltet und anschließend zum Lesen wieder ausgebreitet worden war. Eins der Mädchen hatte ein wenig Übergewicht, das andere trug eine dicke Brille. Keines dieser Merkmale wäre von irgendeinem Belang gewesen, hätten sie nicht für diese beiden Mädchen alles oder nichts bedeutet. Die Papiere unter der Waffe enthielten einen detaillierten Bericht über ein halbes Jahr intensives Internet Mobbing. Schlampe und Hure gehörten noch zu den harmlosesten Beschimpfungen, die sie zu lesen bekamen. Weitaus schlimmer waren die entsetzlich peinlichen digital zusammengefügten Fotos, die jedes Mädchen bei diversen sexuellen Aktivitäten mit einer Reihe anonymer Jungen zeigten. Der Umstand, dass darauf Ereignisse dargestellt wurden, die nicht wirklich stattgefunden hatten, zählte nicht. Wer immer für die Collagen verantwortlich war, hatte beträchtliches Können an den Tag gelegt, so dass der Betrachter dieser Bilder schon genau hinsehen musste, um die Fälschung zu erkennen. Keiner ihrer Klassenkameraden an der Highschool hatte sich die Mühe gemacht, da die Fotos bald per E-Mail und Handy die Runde machten. Sie wussten inzwischen, dass die Bilder erfunden waren, und es war ihnen egal. Die beiden Mädchen schwiegen. Sie blickten wie gebannt auf den Bildschirm. Die Waffe gehörte eigentlich der Mutter des übergewichtigen Mädchens. Sie war geschieden und machte als Chefsekretärin häufig Überstunden, so dass sie nicht selten im Dunkeln den großen Firmenparkplatz allein überqueren musste. Ein Sicherheitsrisiko, das zur Anschaffung einer Waffe führte. Zuerst hatte die Mutter versucht, die Tochter mit in den Selbstverteidigungskurs zu nehmen, den sie angefangen aber abgebrochen hatte. In diesem Moment saß die Mutter an ihrem Schreibtisch, wimmelte Anrufe ab und bereitete eine Reiseroute für die nächste Verkaufsoffensive wie ihres Chefs vor. Irrtümlicherweise glaubte sie, die Handfeuerwaffe befinde sich in ihrem Billig-Imitat einer Fendi-Handtasche und ihre Tochter im Mathematikunterricht. Das Mädchen mit der Brille riss sich widerstrebend vom Bildschirm los. Sie blickte auf das blassgelbe Briefpapier mit dem aufwendigen Blumenranddekor, das sie in der Hand hielt. Es war ein gemeinsam verfasster Abschiedsbrief. Sie trösteten sich mit der Vorstellung, dass die Leute, die sie in den Selbstmord getrieben hatten, für den Rest ihres Lebens hinter Schloss und Regel kamen. Sie hatten keine Ahnung, wie unwahrscheinlich ein solcher Ausgang war, doch es hatte ihnen dabei geholfen, ihren Pakt zu schließen. Was in ihrem Brief unerwähnt blieb, war die Faszination, die für sie beide von whatcomesnext.com ausging. Niemand wusste von den vielen Stunden, die sie sich mit Nummer vier beschäftigt hatten. Sie beschrieben nicht, wie sie das Mädchen angefläht, umschmeichelt hatten, um anschließend mit ihr zu schluchzen, wenn ihr schreckliche Dinge passiert waren. Nummer vier war mit ihnen verschmolzen. Als nun zwischen ihnen bei spätabendlichen, tränenreichen Handygesprächen ihre Pläne nach und nach Gestalt annahmen, hatten sie sich auf einen wichtigen Punkt geeinigt. Starb Nummer vier, dann starben auch sie. Ihnen war klar, dass sie es besser hatten als Nummer vier. Sie standen sich gegenseitig bei, während Nummer vier nur ihren Stoff beeren hatte. Und jetzt war ihr selbst der noch genommen worden, auch wenn sie beide, im Unterschied zu ihr, sehen konnten, wo die Frau ihn auf den Boden geworfen hatte. Jetzt sahen sie, wie Nummer vier die Waffe vom Boden ihre Zelle aufhob. Das übergewichtige Mädchen machte es ihr nach und packte die Zweiunddreißiger am Griff. Sie waren sich nicht im Klaren, ob sie nun wollten, dass sich Nummer vier erschoss oder nicht. Sie wussten nur, dass sie ihrem Beispiel folgen würden. Was sie tat, bestimmte über ihr eigenes Schicksal. Dieser Entschluss verdrängte jeden Gedanken daran, ob das, was sie vorhatten, richtig oder falsch, klug oder dumm war. Das bebrillte Mädchen nahm die Hand ihrer Freundin und drückte sie zum Trost. Einen Moment fragte sie sich, wieso ihre Freundschaft nicht reichte, um trotz aller Hänselei und schamlosen Grausamkeit die Highschool durchzustehen. Sie fand auf diese Frage keine Antwort. Sie wusste nur, dass sie in den nächsten Minuten genügend andere beantworten bekommen würde. Jennifer nahm den Revolver in die Hand und war erstaunt über sein beträchtliches Gewicht. Sie hatte noch nie eine tödliche Waffe gehalten und hätte irgendwie angenommen, dass etwas so mörderisches federleicht sein müsse. Sie hatte keinen Schimmer, wie man damit umging, wie man die Trommel ausschwenkte, wie man sie lud oder den Hahn mit dem Daumen zurückzog. Sie hatte genug ferngesehen, um zu wissen, dass sie vermutlich nichts weiter zu tun hatte, als sich den Lauf an die Schläfe zu setzen und so lange den Abzug zu betätigen, bis es sich erübrigte. Eine Stimme in ihr schrie, »Bring's hinter dich! Tu's schon! Mach dem Ganzen ein Ende!« Angesichts ihrer bitteren Gefühle schnappte sie nach Luft. Ihre Hand zitterte ein wenig und sie glaubte, dass sie es schnell machen sollte, denn was der Mann und die Frau mit ihr anstellen würden, wenn sie zu lange zögerte, war nicht auszudenken. Irgendwie schien es logisch, sich umzubringen, damit sie ihr nicht wehtun konnten. Andererseits musste sie jede Bewegung erst einmal genau durchgehen. Nimm die Waffe in die Hand, heb sie langsam hoch. Stopp, als müssten die letzten Minuten des Lebens in Zeitlupe vergehen. Sie fühlte sich vollkommen allein, obwohl sie wusste, dass sie es nicht war. Sie wusste, dass der Mann und die Frau in der Nähe waren. Sie konnte nicht klar denken. Sie merkte, wie sie all das, was ihr passiert war, seit sie auf der Straße gekidnappt wurde, noch einmal im Kopf abspulte. Wie sie wieder geschlagen, das Problem war nur, dass alle diese Erinnerungen, die guten wie die schlechten, die fröhlichen und die traurigen immer tiefer in einen Tunnel verschwanden und kaum noch greifbar waren. Es kam mir vor, als hätte Jennifer endgültig den Raum verlassen und nur Nummer vier sei noch da. Und Nummer vier blieb eine einzige Möglichkeit. Der Schlüssel, um nach Hause zu gehen. So nannte es die Frau. Sich umzubringen war folgerichtig. Ihr fiel keine andere Lösung ein. Und trotzdem zögerte sie immer noch. Sie wusste nicht, woher diese Mischung aus Widerstandskraft und Trotz kam, doch es war eine Anwandlung, die sich ebenfalls Gehör verschaffte, mal wütend laut, mal ängstlich leise, und sich dagegen aufbäumte, Nummer vier hier und jetzt ein Ende zu bereiten. Sie konnte einfach nicht mehr sagen, was von beidem mutiger war, sich zu erschießen oder nicht. So verharrte sie, weil nach wie vor alles unklar schien. Dann tat Jennifer etwas Überraschendes, das sie niemandem hätte erklären können. Sie wusste nur, dass ihr eine unabweisbare Stimme befahl, es unbedingt und unverzüglich zu tun. Behutsam legte sie die Waffe auf ihren Schoß und hob die Hände, um sich die Haube vom Kopf zu nehmen. Auch wenn sie es nicht wusste, erinnerte die Geste an ein bekanntes melodramatisches Hollywood-Motiv, bei dem der tapfere Spion sich dem Exekutionskommando gegenüber sieht und es ablehnt, eine Augenbinde zu tragen, damit er dem Tod ins Auge blicken kann. Die Haube war festgebunden und so musste sie sich anstrengen, die Knoten zu ihr durch den Kopf. Es war mühsam, da ihr die Hände heftig zitterten. Linda merkte als erste, was Nummer vier auf einmal trieb. Sie beide saßen mit derselben Faszination, die vermutlich alle ihre Kunden in diesem Moment erfasste, vor den Monitoren und verfolgten das langsame, doch fesselnde Ende von Nummer vier. Es war unvermeidlich. Es war ein qualvoller Nervenkitzel. Die Chatrooms und SMS zum letzten Akt füllten sich rasant mit Kommentaren zum Geschehen. Es herrschte ein hektisches elektronisches Getöse. Es wimmelte von Ausrufezeichen und Kursivschrift. Die Worte strömten herein wie Wasser nach einem Dammbruch. Du liebe Zeit, sagte Linda. Wenn sie die abnimmt. In einer Welt, die so sehr im Zeichen der Fantasie stand, hatte Nummer vier ein reales Element eingeführt, mit dem sie zurechtkommen mussten. Linda hatte mit der Möglichkeit nicht gerechnet und sie sah sich auf einmal mit gewaltigen Ängsten und Bedenken konfrontiert. Ich hätte ihr nicht die Handschellen abnehmen dürfen, sagte Linda wütend. Ich hätte ihr klarere Anweisungen geben müssen. Michael rollte zur Tastatur hinüber und packte einen Joystick. Er war kurz davor, die Hauptkamera abzuschalten, doch dann hielt er inne. Wir können die Kundschaft nicht austricksen, sagte er. Sie werden verlangen, ihr Gesicht zu sehen. Er hatte schon den Aufruhr vor Augen, den es geben würde, wenn Nummer vier ihr Gesicht zeigte und sie beide den letzten Akt mit geschickten Aufnahmetricks und Verkantungen der Kameraeinstellung zu verschleiern suchten. Nicht gut, murmelte Michael. Sie werden es messerscharf haben wollen. Sollen wir, fing Linda an, sprach jedoch nicht zu Ende. Sie haben sie vielleicht schon einen winzigen Moment zu sehen bekommen, als sie dachte, sie könnte fliehen. Bevor die Übertragung zu der Sicht von hinten wechselte, gab es vielleicht ein, zwei Sekunden. Ja, und die Rückmeldungen waren ziemlich eindeutig. Sie hassen es, dass ihre Augen verdeckt bleiben. Sie wollten sie sehen, erwiderte Michael. Aber Linda unterbrach sich wieder. Sie wusste, was Michaels Hinweis zu bedeuten hatte. Das ist ein verdammt großes Risiko, flüsterte sie. Falls die Cops das je zu sehen kriegen. Und Michael, du weißt, das ist früher oder später der Fall. Können sie das Bild anhalten und technisch verbessern? Dann wissen sie, wen sie vor sich haben. Und es könnte, ich sage nur, es könnte sie auf die Idee bringen, nach wem sie zu suchen haben. Michael war sich nur allzu sehr über das Risiko im Klaren, das sie auf sich nahmen, wenn sie die Klienten sehen ließen, wer die sterbende Nummer vier war. Doch Michael und Linda waren sich vollkommen bewusst, was für innige Gefühle und Leidenschaften die Kundschaft Nummer vier entgegen brachte. Sie war ihnen unendlich mehr ans Herz gewachsen als eins bis drei. Es stand also viel auf dem Spiel, als Nummer vier an den Bändern zerrte, mit denen die Haube ihr am Kopf befestigt war. Es ist ihr nicht bewusst, sagte Linda langsam. Aber sie könnte sie wahrscheinlich zerreißen. Es wäre schneller, wohl auch besser, ich meine, visuell wirkungsvoller. Warte, vielleicht kriegt sie's raus. Halt dich bereit. Kann sein, dass wir die Hauptkamera Übertragung ganz schnell ablocken müssen. Ich würde es nur ungern tun, aber vielleicht geht es nicht anders. Markets Finger schwebten über den entsprechenden Tasten. Linda war an seiner Seite. Er überlegte, ob sie die letzte Szene im Bauernhaus vielleicht einfach nur aufzeichnen sollten, um sie erst später, nachdem sie Nummer vier bereits entsorgt und ihre Spuren verwischt hatten, zu zeigen. Doch er wusste, dass so etwas die Subscriber in helle Wut versetzen würde. In ihrem sicheren Hort, daheim vor dem Computer Bildschirm, wollten sie unbedingt wissen, was passierte, was gleich bedeutend damit Maskeln anspannte. Kein Aufschub, beschloss er. Wir müssen uns eben auf die Dinger einstellen, so wie sie passieren. Die Ungewissheit elektrisierte ihn und machte ihm zugleich Angst. Er warf einen Blick auf Linda und schätzte, dass ihr mehr oder weniger dieselben Gedanken im Kopf herum spukten. Dann wandte er sich wieder Nummer vier zu und zusammen konzentrierten sie sich auf das, was sie sehen konnten und was sie in den Cyberspace hinausschickten. Er holte Tiefluft. Zum allerersten Mal seit Beginn der Serie Nummer vier waren Michael und Linda unschlüssig. Fast schien es, als holte die Ungewissheit, in der Nummer vier während der gesamten Show gehalten worden war, am Ende sie beide ein. Selbstvertrauen kam ins Wanken und wie nie zuvor wandten sie sich gebannt dem Bildschirm ihn an den Kleidern und bedeckte seine Hände, sodass der Griff den neun Millimeter glitschig wurde. Adrian stieg der satte Geruch der Erde in die Nase, als er langsam und geduldig auf das Bauernhaus zugroch. Die Sonne stand hoch am Himmel und er dachte, wenn irgendjemand aus einem Fenster blickte, musste er ihn selbst in seiner geduckten Stellung entdecken. Doch er krabbelte unverdrossen weiter und überquerte die offene Fläche so unauffällig wie möglich, ohne den Blick von seinem Ziel zu wenden. Er stand erst auf, als er die Ecke der Scheune erreichte, wo er sich hinter der Wand ducken konnte und vom Haus aus nicht zu sehen war. Er keuchte schwer, doch nicht aus Erschöpfung, sondern weil er das Gefühl hatte, sich kopfüber in einen unwiderruflichen Kampf zu stürzen, bei dem seine Krankheit mit all seinem Scheitern als Ehemann, Vater und Bruder zusammentraf. Er hätte sich gern an seine Geister gewandt und ihnen gesagt, es tue ihm leid, doch der Rest an Intuition und Einsicht, der ihm noch verblieben war, sagte ihm, dass er weiter musste. Sie würden schon mitkommen, egal, was für alberne Reue Bekundungen ihm am Herzen lagen. Mit jeder Faser wusste er, dass die vermisste Jennifer nur wenige Meter von ihm entfernt war. Als er bis zur Scheune schlich und vorsichtig um die Ecke späte, fragte er sich einen Moment, ob irgendein Mensch bei klarem Verstand zu dem selben Schluss gekommen wäre. Er hatte die Rückseite des Bauernhauses vor sich. Es gab eine einzige Tür, die, wie er vermutete, in die Küche führte. An der Vorderseite befand sich, zumindest seinen Bildern nach, eine Eingangsveranda, auf der es wahrscheinlich irgendwann einmal eine Schaukel oder Hängematte gegeben hatte, über der sich jetzt aber nur ein weiteres leckes Dach breitete. Es war nichts zu hören, nirgends bewegte sich etwas, nichts, was darauf hindeutete, dass drinnen jemand war. Ohne den alten Truck vor dem Haus hätte man es für unbewohnt gehalten. Natürlich wären die Türen verschlossen und verriegelt. Er überlegte, ob er vielleicht mit Hilfe des Revolvergriffs irgendwo einbrechen konnte. Doch Lärm war sein Feind und lief auf einen Frontalangriff hinaus. Jedenfalls hatte ihm sein Bruder schon klargemacht, dass das ein Fehler wäre. Der Gedanke, er könnte so weit gekommen sein und doch noch scheitern, machte ihm Angst. Das war ihm mit allen Menschen passiert, die er geliebt hatte. Und so war er eisern entschlossen, denselben Fehler nicht noch einmal zu begehen. Adrian inspizierte eingehend das Haus. Von der Küche führte eine wackelige Treppe mit einem offenbar zerbrochenen Geländer hinunter. Doch direkt daneben befand sich unmittelbar über dem Boden ein kleines verschmutztes Fenster. In seinem Haus hatte er genauso eins. Ein schmales Fenster mit einer einzigen Scheibe, das ein wenig Licht in den Keller ließ. Adrian überlegte. Wenn der Mann und die Frau, die Jennifer entführt, haben, wie die meisten Leute sind, denken sie daran, die Haustür und die Tür an der Rückseite abzuschließen. Sie werden auch die Riegel an den Schiebefenstern im Wohnzimmer und im Esszimmer überprüfen. Doch an das Kellerfenster haben sie nicht gedacht. Habe ich auch nie, Cassie ebenso wenig. Da komme ich rein. Durch den offenen Garten würde er rennen müssen, so schnell er konnte. Was ist mit einer Alarmanlage? Nicht in einem so alten Haus, redete er sich ein. Renn, was das Zeug hält. Dann würde er sich am Fundament des Hauses zu Boden werfen und versuchen, das Kellerfenster aufzubekommen. Es war kein überwältigender Plan. Falls seine Rechnung nicht aufging, einfach damit, dass er sein ganzes akademisches Leben damit zugebracht hatte, die Ergebnisse von Experimenten nicht vorweg zu nehmen. Ganzen Studentengenerationen hatte er gepredigt, nehmt nie das Ergebnis vorweg, denn dann ist euch der Blick verstellt und ihr seht nicht, was sich abspielt. Und ihr werdet nie erleben, wie aufregend es ist, wenn es anders kommt als erwartet. Er war einmal Psychologe gewesen und in jungen Jahren ein Läufer. Er biss die Zähne zusammen, holte Tiefluft und rannte los. Adrian sprintete mit aller Macht zum Bauernhaus und zu dem kleinen ebenerdigen Fenster. Sie fuhren immer noch in rasantem Tempo eine schmale Nebenstraße entlang, als Mark Wolfe Adrians Wagen in der Haltebucht entdeckte. Terry Collins trat im selben Moment auf die Bremse, als Wolfe brüllte »Hey, da ist er!« fegte aber dennoch an dem alten Volvo vorbei, so dass sie mit quietschenden Reifen eine Kehrtwende machen musste, bevor sie neben dem anderen Fahrzeug anhalten konnte. Ihr zitterten die Beine, als sie hinter dem Lenkrad hervorsprang. Zu viel Sorge, zu forciertes Tempo. Sie fühlte sich ein wenig wie jemand, der ausgeschert war, um einen Unfall zu vermeiden und merkte, wie der Adrenalinstoß schnell verebte. Ulfe rappelte sich vom Beifahrersitz auf und stand neben ihr. Von Adrian war weit und breit nichts zu sehen. Terry trat vorsichtig an den Volvo heran und inspizierte den Boden in seiner Umgebung so sorgfältig, wie sie es bei einem Tatort tun würde. Sie spähte durch die Windschutzscheibe hinein. Das Wageninnere bot einen chaotischen Anblick. Ein uralter Styropor Kaffeebecher, eine halbgeleerte Quellwasserflasche, eine Ausgabe der New York Times, die Monate zurücklag und eine ein Jahr alte Psychology Today. Sie entdeckte sogar ein paar längst überfällige Knöllchen. Der Wagen war nicht abgeschlossen und so öffnete sie die Tür, um genauer nachzusehen, als könne ihr dort irgendein zurückgelassener Gegenstand etwas sagen, das wäre er kaum hier gewesen und schon wieder weg, sagte Wolfe, indem er den gedehnten Südstaaten Akzent annahm, um die gespannte Atmosphäre aufzulockern. Terry trat zurück. Sie drehte sich um und starrte die Straße entlang. Ihr Blick fragte Wohin? Zur Antwort trottete Wolfe zum Wagen der Kommissarin zurück und schnappte sich die Straßenkarten und das Handy. Er verschaffte sich schnell einen Überblick und drückte auf ein paar Tasten, bevor er die Allee hinunter zeigte, auch wenn da nur Schatten zu warten schienen. Da drüben, sagte er. Das ist das Haus, das er sucht, jedenfalls nach all dem Zeug hier zu urteilen, auch wenn man sich nicht immer darauf verlassen kann. Jedenfalls käme man nicht auf die Idee, dass aus dieser Wildnis ein richtig ausgeklügelter Webcast kommt. Und woher sollte er ihrer Meinung nach kommen? fragte Terry in gereiztem Ton. Keine Ahnung, antwortete Wolfe. Einkaufsmeile in Kalifornien? Fotostudios in der City? Dann schüttelte er den Kopf, als reagierte er auf ein Gegenargument, das niemand ausgesprochen hatte. Naja, vielleicht nicht bei der Art von Sendung, die diese Typen produzieren. Wolfe folgte Terrys Blick. Schätze, der alte Knabe ist zu Fuß entdeckte so wie zuvor Adrian den zerbeulten Briefkasten, der den Eingang zum Bauernhaus markierte. Vielleicht hat er beschlossen, sich an sie anzuschleichen, sagte Wolfe. Vielleicht weiß er ja, was er tut und gibt es ihnen oder mir gegenüber nur nicht zu. So oder so hat er glaube ich keine Ahnung, was ihn da erwartet. Ein freundlicher Empfang wird es jedenfalls nicht. Terry antwortete nicht. Jedes Mal, wenn Wolfe eine Bemerkung machte, die sich mit ihren eigenen Überlegungen deckte oder einfach nur schlüssig war, empfand sie eine Mischung aus Abneigung und Frust. Dass sie sich hier schon mit einem Fuß auf einem Terrain befanden, auf dem er sich vermutlich besser auskannte als sie, machte sie wütend. Sie wandte sich abrupt ab und überlegte. Sie sah sich mehr oder weniger dem selben Dilemma gegenüber wie zuvor Adrian. Sie nahmen Wolfe das Handy aus der Hand. Es gab für einen Fall wie diesen klare Dienstvorschriften. Ihr Dezernat schickte ständig irgendwelche langatmigen Mitteilungen herum, in denen sie angewiesen wurden, sich bei laufenden Ermittlungen bitte schön streng an die rechtlichen Grundlagen und die Dienstanweisungen zu halten. Die korrekte Verfahrensweise besagte, Beweismittel sichern und registrieren, Berichte in dreifacher Ausfertigung vorlegen und abheften. Bei dieser Sache hier hätte ihr Chef unterrichtet werden müssen. Sie hätte einen Durchsuchungsbefehl erwirken müssen. Vielleicht hätte sogar das SEK angefordert werden sollen, falls es denn in der Gegend eins gab, was sie bezweifelte. Ein gut ausgebildetes Sondereinsatzkommando hierher zu kriegen, hätte zahlreiche Anrufe und umständliche Polizeikaserne, die vermutlich mindestens eine halbe Stunde entfernt lag, erst einmal hergelangen müssen. Im ländlichen Neuengland gab es kaum Bedarf an Spezialkräften. Trafen sie dann endlich ein, mussten sie über die Situation in Kenntnis gesetzt werden. Wir haben es mit einem pensionierten Professor zu tun, der möglicherweise nicht ganz dicht ist und hier irgendwo mit einer geladenen Waffe herumläuft. Sie bezweifelte, dass sie für einen solchen Fall den Einsatz von automatischen Waffen und quasi militärischer Planung angemessen finden würden. Schön, dann eben kein SEK, dachte sie. Sie hatte auch keine Ahnung, ob die örtliche Polizei mehr als einen Streifenpolizisten auf einmal im Dienst hatte und der konnte Kilometer weit weg sein. Sie wusste, dass sie ein ganzes Ende von ihrem Zuständigkeitsbezirk entfernt war und daher örtliche Unterstützung anfordern musste. Und zwar schon aus juristischen Gründen. Einfach mit Volldampf zur Haustür zu marschieren war vielleicht genauso gefährlich wie das, was der Professor machte. Sie war hin und her gerissen und trat auf der Stelle. Fehler waren vorprogrammiert und egal was sie machte, würde sie hinterher Prügel beziehen. Andererseits war ihr klar, dass sie sich geschworen hatte, irgendetwas zu unternehmen. Sie brauchte einfach nur einen Moment, um herauszufinden, was, während zugleich jeder Moment, den sie zögerte, der Letzte sein konnte, indem sie noch etwas tun konnte. Sie fluchte laut. Sie war so in ihre inneren Entscheidungskämpfe, Einschätzungen und unmöglichen Optionen vertieft, dass sie das Knallen in der Ferne beinahe überhört hätte. »Himmel!«, sagte Wolfe. »Was war das denn?«, doch erkannte die Antwort auf seine Frage. Adrian bewegte sich im Krebsgang und geduckt, mit dem Rücken immer dicht an der Bretterverschalung des Hauses. Er merkte, wie ihm der Schweiß auf der Stirn stand und in die Achseln trat. Es war, als hätte ihn ein Scheinwerferlicht erfasst. Die Hitze und das grelle Licht waren unerträglich. Er legte die Finger der rechten Hand fest um den Griff der 9 Millimeter und arbeitete sich weiter vor, bis er das Kellerfenster erreichte. Er horchte auf das geringste Geräusch und schnupperte wie ein Hund in der Luft. Er fühlte sich in diesem Moment lebendiger, als er es seit Wochen oder Monaten gewesen war. Auf der weichen Erde ging er in die Hocke und legte die Waffe weg. Innerlich schickte er ein Stoßgebet zu dem Gott, der über alten Männern und Teenagern wachte. Bitte lass es offen sein. Bitte lass dies das richtige Haus sein. Er schob die Finger unter die Kante des Fensterrahmens und zog daran. Es bewegte sich ein, zwei Zentimeter. Adrian versuchte seitlich hineinzugreifen und es einen größeren Spalt breit zu öffnen. Er zog erneut. Diesmal hörte er es quietschen und splittern, als das verrottete alte Holz nachgab. Wieder ein paar Zentimeter. Er riss sich die Nägel ein und grub sich Holzsplitter in die Fingerkuppen. Als er an sich heruntersah, bemerkte er, dass aus Kratzern und Schnittwunden ohnehin schon das Blut herausquoll. Er schloss die Augen und befahl dem Schmerz, gefälligst zu verschwinden. Er habe in diesem Moment Wichtigeres zu tun, als sich mit Verletzungen zu plagen. Nach diesem kurzen, frustrierten Wortwechsel mit seinem Körper beschloss er, von nun an jede physische Missempfindung zu ignorieren. Er packte das Fenster zum dritten Mal, nahm das letzte bisschen Kraft zusammen und legte sich mit dem ganzen Körper zurück. Es krachte, das Fenster löste sich und er fiel auf den Rücken. Er rappelte sich hoch, packte den Rahmen und schob ihn nach oben. Das Fenster war schmal und klein, vielleicht 30 Zentimeter hoch und 50 Zentimeter breit, aber es war offen. Adrian beugte sich vor. Es war ihm gar nicht seine Schultern mit den Maßen abzugleichen. Er war entschlossen, sich hindurch zu zwingen, egal wie klein es war, Kamel durchs Nadelöhr. Wieso nicht? Nachdem sich seine Augen an das spärliche Licht gewöhnt hatten, das von draußen durch die Öffnung drang, spähte er in den Keller. Der erste Eindruck, der ihm entgegenschlug, war der eines dunklen, muffig riechenden Verlieses. Als er jedoch genauer in die Ecken sah, erkannte er alle möglichen Hightech-Kabel, die sich durch die Decke schlängelten. Keines der Kabel war, wie alles andere in dem Gemäuer, von Staub bedeckt. Er sah noch genauer hin und stellte fest, dass in einer Ecke Wände eingezogen worden waren und dass an dieser Stelle das undefinierbare Gerümpel, das sich An der vorderen Wand des eingelassenen Raums befand sich eine billige Holztür mit einem Riegelschloss daran. Es sah nach einem behelfsmäßig zusammengeschusterten Machwerk aus, das lange vor dem Anstrich abgebrochen worden war. Es war eine Zelle, eine größere Version jener Käfige, wie er sie bei seinen Laborratten verwendet hatte. Adrian tastete nach seiner Automatik und nahm sie wieder an sich. Er erkannte, dass er sich zum Fenster hineinwinden musste. Vorsichtig schob er die Beine hindurch. Man konnte das Schiebefenster nicht arretieren und so fiel es ihm bei seinem Versuch hineinzukriechen immer wieder auf den Rücken, die Schultern, den Kopf. Ein drahtiger, gelenkiger, sportlicher Mensch wäre mühelos in den Keller gekommen. Doch Adrian war weit davon entfernt. Er hatte seine liebe Not, damit das Gleichgewicht zu wahren, während er sich hinunter ließ wie ein Bergsteiger, der am Ende des Seils angelangt war. Er wusste, dass es absolut notwendig war, in der Hoffnung, etwas zu finden, das Halt bot, bewegte er sich ein Stück nach rechts, dann nach links. Er merkte, wie ihm die Finger vom Fensterrahmen glitten. Er wusste nicht, wie weit der Kellerboden entfernt war. Vielleicht ja nicht viel mehr als einen Meter, doch im Moment fühlte er sich, als hinge er über einer 100 Meter tiefen Gletscherspalte. Die Schwerkraft zog an und ihm der Schmerz durch den Fuß schoss. Doch die Wucht seines Aufpralls und sein Stöhnen über die Schmerzen wurden plötzlich von einem qualvollen animalischen Schrei übertönt, der durch die verriegelte Zellentür drang. Der letzte Knoten löste sich und Jennifer merkte, dass die Haube ihr nur noch lose auf dem Kopf saß. Sie brauchte sie nur hoch zu heben und zu die Frau mit ihr machen könnten. Ihr blieb nur noch ein einziger letzter Schritt, doch plötzlich steckte sie wie in einem Spinnennetz fest. Obwohl es nur eine zarte Handbewegung gekostet hätte, es zu zerstören, scheute sie davor zurück. Sie wusste nicht, ob sie in ihren letzten Sekunden ihre Zelle sehen wollte. Es käme ihr so vor, als stünde sie am Rand ihres eigenen Grabes und starrte in ein Erdloch, das sie willkommen hieß. Hier stirbt Nummer vier, wie erwartet. Im nächsten Moment wurden diese Gedanken von einer unbändigen Wut verdrängt, die in einer brodelnden Fontäne in die Höhe schoss wie siedend heißes Wasser durch ein geplatztes Rohr. Nicht, dass sie sich noch wehren wollte. Die Möglichkeit war vor Minuten, Stunden, Tagen verstrichen. Es ging eher um die unerträgliche Zumutung, bei ihren letzten Atemzügen nicht sie selbst zu sein. Und Jennifer schrie. Keine Worte, keinen Satz, es war nichts weiter als ein Schrei voller Wut und Empörung. All die Jahre ihres Lebens, die ihr gestohlen wurden, entluden sich in einem einzigen anhaltenden Verzweiflungsschrei. Obwohl von der Haube gedämpft, halte er durch den Raum, drang durch die Wände und die Decke. Jennifer war sich kaum bewusst, dass er aus ihrer eigenen Kehle drang. Sie hatte keine Ahnung, wieso sie ihn ausgestoßen hatte, doch kaum war er ihr über die Lippen gekommen, riss sie sich die Haube vom Kopf. Wie zuvor, in dem wundervollen kurzen Moment, als sie glaubte, fliehen zu können, blendete sie erkannte sie, dass es die gewöhnliche Beleuchtung der Zelle war. Sie blinzelte heftig, sie hob schützend die freie Hand über die Augen und rieb sich dann das Gesicht. Die Stille im Raum erschien ihr plötzlich anders als sonst. Sie musste genau hinhorchen, um ihren eigenen stockenden Atem zu hören. Es kostete sie Sekunden, Sehen und Hören zu koordinieren. Als sich ihre Wahrnehmung normalisiert hatte, sah sie die Waffe und sie erschien ihr weitaus hässlicher als bei der bloßen Berührung, nachdem sie den Revolver zu ihren Füßen ertastet hatte. In der kalten Deckenbeleuchtung schimmerte er schwarz und bedrohlich. Sie ließ den Blick schweifen und entdeckte plötzlich Mr. Braunbär, der an einer Wand lag, ein achtlos weggeworfenes verdrehtes Bündel aus braunem Material. Sie konnte nicht sagen, wieso sie nicht mitbekommen hatte, wie die Frau das Spielzeug fallen ließ. Doch ohne nachzudenken sprang sie auf, war mit wenigen Schritten bei Mr. Braunbär, hob ihn auf und drückte ihn sich zärtlich an die Brust. Ein paar Sekunden stand sie einfach nur da und wiegte sich vor Freude nicht mehr allein zu sein, ein wenig hin und her. Dann kehrte sie widerstrebend zum Interviewstuhl zurück, sagte auf den Sitz und hob die Waffe wieder auf. Jennifer und ihr Stofftier starrten in die Kamera. Am liebsten hätte sie dem Stativ einen Tritt verpasst, doch sie tat es nicht. Ein letztes Mal sah sie sich um. Jede Wand solide. Die Tür war, wie sie wusste, verschlossen. Es gab keinen Es vertöricht von ihr gewesen anzunehmen, dass sie diesem Raum je entrinnen würde, außer auf dem Wege, den sie jetzt beschreiten musste. Es tut mir leid, flüsterte sie sich selbst und ihrem Gefährten zu. Sie hoffte, dass niemand anders sie hören konnte. Sie hob die Waffe und fing plötzlich zu zittern an. Ihre Hände bebten und sie drückte den Teddy noch fester an sich, als könnte er ihr dabei helfen, ihre zuckenden Muskeln zu beruhigen. Sie hielt sich den Lauf an den Kopf und hoffte, dass sie es richtig machte. Sie starrte in die Kameralinse. Seht ihr auch genau hin? fragte sie. Es klang schwach. Sie hatte ihre Auflehnung hineinlegen wollen, brachte sie jedoch nicht mehr auf. Eine mächtige Woge der Trauer schlug über ihrem Kopf zusammen und begrub alles unter sich, das einmal Jennifer gewesen war. Es ist alles vorbei. Ich heiße Nummer vier, sagte sie in die Kamera. Sie hatte zu viel Angst, um zu schießen und zu viel Angst, es nicht zu tun und in genau diesem Moment hörte sie etwas, das sie noch mehr verwirrte. Es war ein einziges Wort und es kam zugleich ganz aus der Nähe und von weit weg. Es schien als riefe eine verschüttete Erinnerung nach ihr und es hallte durch den Raum. Jennifer? Michael beugte sich ruckartig zum Monitor vor. Was zum Teufel war das? fragte er. Linda drängte sich neben ihn. Hast du irgendwelche Spezialeffekte eingespielt? fragte er alarmiert. Nein, ich hab nur zugesehen, genau wie du. Verdammt, genau und was sieh dir Nummer vier an, sagte Linda. Wie ein Segel, das sich losgerissen hat und in einer starken Brise flattert, wurde Jennifer am ganzen Körper durchgeschüttelt. Die auf ihre Schläfe gerichtete Waffe hing ein wenig herab und sie drehte den Kopf in die Richtung, aus der sie ihren Namen gehört hatte. Jennifer! Sie wollte rufen, ich bin hier, doch sie war sich nicht sind die. Sie lügen mich schon wieder an, es ist noch so ein Betrug. Trotzdem drehte sie sich ein wenig auf ihrem Stuhl um und starrte zur Tür. Sie hörte, wie das Riegelschloss zurückschnappte und die Tür sich öffnete. Jennifer wurde bewusst, dass diesmal sie eine Waffe hatte. Sie kommen, um mich zu töten. Sie ließ den Sie zielte auf die Tür. Er schieß sie. Er schieß sie. Die Tür ging langsam auf. Adrian spähte um die Ecke. Das Seltsame war, dass er nicht wusste, was ihn erwarten würde. Er sagte sich immer wieder, dass er sie auf der Straße gesehen hatte und dann wieder auf Fotos bei ihr zu Hause. Er hatte sie bei Mark Wolfe auf dem Computer beobachtet. Er hatte den Raum und das Bett und die Ketten und ihre Maske gesehen, sollte folglich in der Lage sein, sich vorzustellen, womit er hinter dieser Tür zu rechnen hatte. Doch all diese Dinge verschwanden ins Bodenlose und es kam ihm so vor, als beträhte er Neuland. Er rief sich lediglich ins Gedächtnis, seine Waffe schussbereit zu halten. Das Erste, was er sah, war die auf ihn gerichtete Revolvermündung. Sein unmittelbarer Instinkt war, zurück zu springen und seine Muskeln spannten sich wie die eines Mungos beim Anblick einer aufgereckten Kobra. Doch dann hörte er, wie aus irgendeiner tiefen Schlucht in seinem Innern sein Sohn in ruhigem Ton zu ihm sagte, das ist sie. Tommy, flüsterte er und sofort hinterher, Jennifer? Die Frage hing in der abgestandenen Kellerluft. Sie blieb sitzen, nackt, einen Arm um das Stofftier gelegt, den anderen zitternd auf Adrian gerichtet, der zögerlich vortrat. Aus seinem verdrehten und wahrscheinlich gebrochenen Fuß schoss ihm ein glühender Schmerz durch den Körper, doch seinem Versprechen getreu achtete er nicht darauf. Jennifer wusste, dass sie etwas sagen musste, doch ihr fielen nicht die richtigen Worte ein. Sie wusste, dass sich etwas geändert hatte, doch sie begriff nicht was. Etwas war vollkommen neu und passte nicht im geringsten zu allem, was ihr angetan worden war, und sie versuchte mit aller Macht heraus zu bekommen, was es war. Es wirkte unwirklich, wie ein Traum, so wie die Geräusche der spielenden Kinder oder des schreienden Babys, und so sagte sie sich, dass sie ihren Augen nicht trauen durfte. Es musste eine Halluzination sein. Hier war nichts, aber auch gar nichts wahr. Sie sah sein graues Haar, das passte nicht. Sie sah ein altes, faltiges Gesicht. Das ist nicht der Mann, das ist nicht die Frau. Die Tatsache, dass die Person, die langsam in den Raum eindrang jemand anders war, versetzte sie nur umso mehr in Panik. Sie kämpfte gegen tausend verschiedene Empfindungen an, die alle mehr oder weniger auf Angst hinaus liefen. Jennifer, sagte der Mann vor ihr bedächtig. Doch diesmal war es eine Feststellung und keine Frage. Sie hatte eine trockene Kehle. Die Waffe in ihrer Hand besaß plötzlich ein Zentner Gewicht. Eine Stimme in ihr schrie, er ist einer von denen. Er schieß ihn, töte ihn, bevor er dich töten kann. Der Lauf des Revolvers schwankte, während sie ihre inneren Kämpfe ausfocht, bedenklich hin und her. Der Gedanke, jemand könnte gekommen sein, um ihr zu helfen, schien absurd und ihn zuzulassen viel zu gefährlich. Da war es viel sicherer zu schießen. Adrian sah die Waffe, sah, wie das junge Mädchen die Augen aufriss und wusste, dass sie das Phänomen der Angst studiert hatte. Nichts davon war so aufgeladen gewesen wie dieser Moment in der kleinen Zelle gegenüber dem nackten Mädchen mit dem verstörten Blick, von dem er vermutet hatte, dass es ihm mit verbundenen Augen gegenüber stehen würde und dass ihn jetzt mit einem großen Revolver ins Visier nahm. All seine über Jahrzehnte zusammengetragenen klinischen Erkenntnisse wurden in einem einzigen Moment zunichte. Allein die Realität vor seinen Augen zählte. In diesem Moment begriff er, dass er für sie nicht weniger beängstigend sein musste als alles andere, was ihr zugefügt worden war. Er wusste, dass sie wie eine in die Enge getriebene Versuchsratte, die gelernt hat, zu ihrem Schutz ein Klingelzeichen auszulösen, abdrücken würde. Der gesunde Menschenverstand riet, ihm sich wegzuducken. getan habe, flüsterte Tommy ihm zu. Es gibt kein Zurück. Während ihm der Gedanke kam, dass er vielleicht eben dabei war, seinen eigenen Tod auf Film festzuhalten, ging Adrian weiter in die Zelle hinein. Seine ganze Berufserfahrung verlangte unmissverständlich von ihm, die richtigen Worte zu finden, um ihnen beiden das Leben zu retten. Er fühlte sich so nackt wie das Mädchen vor ihm. Hallo, Jennifer, sagte er sehr langsam und so leise, dass es kaum mehr als ein Flüstern war. Ist das Mr. Braunbär? Jennifers Finger spannten sich um den Abzug und sie holte Tiefluft. Dann senkte sie den Blick und betrachtete das Stofftier. Tränen traten ihr in die Augen und brannten ihr auf den Wangen. Ja, sagte sie mit heiserer Stimme. Kommen Sie, um ihn nach Hause zu holen? In der großen modernen Wohnung mit Blick über den Gorgi Park in Moskau lagen die grazile junge Frau und ihr Lebensgefährte mit der muskelgeschwellten Brust allein auf einem übergroßen Bett. Draußen glitzerten die Lichter der Metropole in der nächtlichen Dunkelheit. Doch in der Wohnung schimmerte einzig und allein ein Flachbild Fernseher an der Wand. Beide waren nackt und starrten zu den wechselnden Innenansichten der selbst gebauten Zelle und des jungen Mädchens hoch, auf die sie für die gesamte Dauer von Serie Nummer vier abonniert waren, sowie auf die unerwartete Ankunft eines alten Mannes. Das Paar lag auf Seidenlaken, die nicht vom Sex zerwühlt waren. Vielmehr hatte sich die junge Frau mehr als einmal am Bettzeug festgekrallt, während sie, genauso gebannt wie der Mann das Drama auf dem Bildschirm verfolgte. Im Lauf der letzten Stunde hatten sie kaum ein Wort gesprochen, auch wenn sie beide fühlten, dass zwischen ihnen ein intensiver Austausch stattgefunden hatte. Der Mann, halb krimineller, halb Unternehmer, hatte Fabrikat und Kaliber der Waffen, die er gesehen hatte, vor sich hin gemurmelt, den Colt Kaliber 357 Magnum, den Nummer 4 festhielt, und die Ruger 9 Millimeter, die er in den Händen des alten Mannes sah. Dem Paar erschien diese neue Figur faszinierend, fast wie ein göttlicher Gesandter, und während sie sich das Hirn zermarterten, was sein Erscheinen zu bedeuten hatte, jagte ihr Puls. Der Mann dachte einen Moment daran, zu seiner Tastatur zu greifen und nachzufragen, wer das war, doch er konnte sich von dem, was auf dem Bildschirm vor sich ging, keine Sekunde lösen. Als gar seine Geliebte seine Hand ergriff und sich, wie Nummer 4 ihren Stoffbären fest an die Brust drückte, war jeder Gedanke an eine interaktive Anfrage vergessen. Noch vor wenigen Minuten hatten sie beide gedacht, Nummer 4 würde vor ihren Augen sterben. Von Anfang an hatten sie keinen Zweifel gehegt, dass ihr der Tod bestimmt war. Doch was sich jetzt abspielte, sprengte den Rahmen jedes Drehbuchs, das sie sich ausgemalt hatten. Der Mann hatte irgendwie geglaubt, Nummer 4 gehörte ihm genauso wie die unschätzbaren Gemälde, seine goldene Rolex, sein dicker Mercedes und sein Gulfstream Privatjet. Doch jetzt überkam ihn das Gefühl, als ob sie sich seinem Zugriff entzöge. Und zu seiner großen Überraschung war er nicht verärgert oder enttäuscht. Er merkte, wie er sie vorandrängte, auch wenn er nicht wusste wohin. Seiner Geliebten ging es genauso, obwohl sie sich wusste. Im Flüsterton redete sie mit dem Mädchen auf dem Bildschirm, so wie sie es tat, wenn sie mit dem Mann eng umschlungen lag. Doch statt leidenschaftlicher Liebesbeteuerungen wisperte sie im russischen Dialekt ihrer Kindheit »Lauf Nummer vier, lauf weg, bitte.« Alles, was davor sich ging, war Michael vollkommen unverständlich. Sonst stand alles im Drehbuch, das hier nicht. Alles war oder weniger genau, was nach jedem neuen Handlungselement passieren würde. Jetzt allerdings nicht. Er starrte auf den Monitor, als sei er auf dem falschen Sender, als verfolgte er eine Handlung, die sich irgendwo auf dem Globus zutrug und nicht ein paar Meter entfernt in einem Raum unter seinen Füßen. Linda reagierte kaum schneller. Ihr erster Instinkt sagte ihr, dass ihre Albtraum Fantasie, der Bildfläche erschienen war. Doch im selben Moment verwarf sie den Gedanken, da sie der Einstellung von Kamera B entnehmen konnte, dass es sich bei dem Eindringling in der Zelle von Nummer vier um keinen Polizisten und allem Anschein nach auch sonst um keinen Profi handelte, obwohl er eine Waffe bei sich hatte. Linda war mit wenigen Sätzen an einem Fenster und verschaffte sich blitzschnell einen Überblick über die Welt außerhalb der Bauern Haus Wände. Draußen war keine Flotte von Streifenwagen vorgefahren, es heulten keine Sirenen und kein Lautsprecher forderte sie auf, sich zu ergeben. Über dem Haus kreiste kein Helikopter. Sie wirbelte erneut zu den Monitoren herum. Michael, sagte sie. Wer auch immer das zum Teufel ist, der Kerl ist allein. Während sie sprach, hastete sie zu dem Tisch mit den Waffen. Michael sprang ihr zur Seite. Er ging die Sammlung blitzschnell durch und drückte Linda die Kalaschnikow in die Hände. Er wusste, dass das 30-Schuss Bananenmagazin voll war und stopfte sich ein zweites in die Hosentasche. Dann schwenkte er die Trommel eines Revolvers aus, um sich davon zu überzeugen, dass auch der voll geladen war und klemmte ihn sich unter den Gürtel seiner Jeans. Als nächstes griff er zu dem Gewehrkaliber 12 und schob hastig Patronen in den Verschluss. Doch nachdem er voll war und er die Waffe mit einer einzigen rauf-runter Bewegung gespannt hatte, nahm er nicht etwa eine der beiden halbautomatischen Pistolen vom Tisch, sondern seine kleine Sony HD-Kamera. Wir müssen das alles auf Video bekommen, sagte er, nahm hastig einen der Laptops und stöpselte ein Kabel aus einer und Computer alle Hände voll zu tun haben würde, doch es war unverzichtbar, Bilder hinaus zu schicken. Für Michael waren Filmen und Töten untrennbar miteinander verschmolzen und beides gleich wichtig, Linda verstand sofort. Wenn sie das Ende von Serie Nummer vier nicht produzierten, würde es zu Serie Nummer fünf nie kommen. Ihre Kundschaft verlangte nach einem unwiderruflichen Ende, das sie mit eigenen Augen sahen und sei es auch nur in technisch nicht ganz ausgereifter Form. Sie verlangten ein Ende, auch wenn es ein wenig anders ausfiel, als es von Michael und Linda geplant. Beide waren angesichts der überraschenden Wendung höchst alarmiert, andererseits zu gesteigerter Kreativität animiert. Als Linda ihre Automatik entsicherte, dämmerte ihr, dass sie dabei waren, wahre Kunst zu schaffen. Sie erwartete eine ultimative Performance, die niemand, der sie sah, jemals vergessen würde. Mit tödlichen Waffen und künstlerischem Schwung gerüstet, rannten Michael und Linda donnernd über die abgetretenen alten Dielen zur Kellertreppe. Der Geisterchor erfüllte Adrians Kopf mit besonnenen Befehlen. Alle eindringlich, alle im Flüsterton. Sei sanft, sei behutsam, gewinne ihr Vertrauen. Adrian konnte nicht unterscheiden, ob es Cassie oder Brian oder gar Tommy war. Vielleicht waren es alle zusammen. Ja, sagte er langsam. Ich glaube, Mr. Braunbär gehört jetzt nach Hause. Ich glaube, Jennifer sollte auch mitkommen. Ich bringe euch beide hin. Plötzlich ließ das Mädchen den Revolver sinken. Sie sah ihn fragend an. Wer sind sie? Ich kenne sie nicht. Adrian lächelte. Ich bin Professor Adrian Thomas, sagte er. Unter den gegebenen Umständen klang es schrecklich förmlich. Nenn mich Adrian, auch wenn du mich nicht kennst, Jennifer. Kenne ich dich. Ich wohne in deiner Nähe nur ein paar Straßen weiter. Ich bring dich jetzt dahin. Das wäre schön, sagte sie und hielt ihm die Waffe hin. Brauchen sie die? Lass sie einfacher legen, antwortete Adrian. Jennifer kam seiner Aufforderung nach und ließ die Waffe aufs Bett fallen. Sie spürte auf einmal Wärme und fühlte sich unversehens in ihre Kindheit zurückversetzt, als spielte sie an einem warmen Tag draußen alleine in der Sonne. Sie wurde zugänglich. Zwar war sie immer noch nackt, doch sie hatte ihren Bären und einen Fremden, der nicht der Mann oder die Frau war, und so würde sie abgedrückt hatte und dass dieser alte Mann in Wahrheit so etwas wie eine Art Helfer und Gefährte war und sie zu ihrem Vater bringen würde, der in einer besseren Welt auf sie wartete. Ein Führer am Übergang zwischen Leben und Tod. Ich denke, es wird Zeit, dass wir gehen, sagte Adrian und nahm sie behutsam an der Hand. Adrian hatte keine Ahnung, was er jetzt tun sollte. Ein Fernsehkopp würde laut sprechen, die Dinge in die Hand nehmen, seine Waffe schwingen und sich in bewährter Hollywood-Manier als Herr der Lage erweisen. Doch der Psychologe in ihm sagte ihm, dass er bei aller gebotenen Eile behutsam vorgehen musste. Jennifer war äußerst verletzlich. Sie aus der Zelle und aus dem Bauernhaus zu bringen, war wie der Transport eines zerbrechlichen, doch äußerst kostbaren Guts. Adrian geleitete sie durch die Tür in den dunklen, feuchten Keller. Er hatte keinen echten Plan, da er sich so darauf fixiert hatte, das Mädchen zu finden, dass die Frage, was er danach machen sollte, ihm kaum in den Sinn gekommen war. Er hoffte, dass ihm seine Geister sagen würden, welche Schritte folgen sollten. vielleicht taten sie das ja längst, dachte er, während er den Teenager halb führte, halb trug. Sie lehnte sich wie eine Verwundete an ihn. Er humpelte wegen seiner Verletzung. Er merkte, wie in seinem Schuh Knochen aneinander rieben und wusste, was das zu bedeuten hatte. Er biss die Zähne fest zusammen. In dem Moment, als sie aus der Zelle kamen, hörten sie das erschreckende Getrappel eiliger Schritte direkt über ihnen. Jennifer starrte und krümmte sich, als hätte ihr jemand in den Magen geboxt. Aus ihrer Brust entwich ein Laut, kein Schrei, sondern ein gurgelnder, kehliger, urtümlicher Laut der Panik und Verzweiflung. Adrian fuhr mit dem Kopf herum. In der Kellerecke befand sich eine wackelige Holztreppe. Er hatte die vage Vorstellung gehabt, Jennifer aus dem Keller nach oben zu bringen und mit ihr durch die Küche aus dem Haus zu verschwinden, als wären sie auf einmal unsichtbar und als gäbe es niemanden, der etwas dagegen haben konnte, dass sie gingen. Sie waren nur wenige Schritte vom unteren Treppenabsatz entfernt. In dem Moment, als er sich umblickte, sah er, wie plötzlich ein Lichtstrahl über wurde er energisch zurückgezogen. Es war Jennifer, die sich an seinen Arm klammerte und darin zerrte. Wer der alte Mann auch sein mochte, er musste es mit ihren Entführern aufnehmen und es gab keinen Zweifel, dass die beiden oben an der Treppe standen. Der Überlebensinstinkt brachte sie dazu, Adrian tiefer in den Keller zu ziehen. Adrian ließ es sich gefallen. Er hätte nicht gewusst, flog ihm plötzlich alles um die Ohren. Ein Kugelhagel donnerte die Treppe hinunter, der Keller hallte von der Kanonade wieder. Durchschlagskräftige 7,62-Millimeter-Patronen prallten von den Zementwänden ab und pfiffen unberechenbar durch die staubige Luft. Überall flogen Gesteinsbrocken und zersplittertes Gerümpel herum. Der ganze enge unterirdische Raum wurde in Stücke gerissen. Adrian und Jennifer warfen sich zur an die von den Schüssen am weitesten entfernte Wand. Sie schrien beide, als seien sie getroffen, was nicht der Fall war. Es schien wie ein unglaubliches Wunder, doch Adrian sah, dass der Schusswinkel die Treppe hinunter die Wirkung des Trommelfeuers beeinträchtigte, auch wenn Patronen aus Militärbeständen in die Wände und die Decke krachten. Es gab für sie keinen anderen Ausweg, als das kleine Fenster, durch das Adrian eingestiegen war. Es war gefährlich, dorthin zu kommen, denn wenn derjenige, der von der Treppe her schoss, auch nur drei oder vier Stufen herunterkam, hatte er den ganzen Keller im Visier. Die einzige Deckung hätten sie in Jennifers Zelle gehabt, doch er konnte das Mädchen nicht bitten, dorthin zurückzukehren, und sie hätte sich zweifellos geweigert. Selbst wenn sie dort am sichersten gewesen wären, was durchaus fraglich war, hätte Jennifer das niemals so gesehen. Das Stofftier an sich gedrückt, kauerte sie wimmernd neben ihm. Eine zweite Salve wurde abgefeuert und durchsiebte die Wolken aus Ziegel und Mörtel Staub, die ihnen um den Kopf wirbelten, einen bitteren Geschmack auf der Zunge hinterließen und sie zum Husten brachten. Sie bekamen nur schwer Luft, ein Ausweg, sonst keiner. Behutsam löste Adrian Jennifers Finger, die sich in seinen Arm krallten. Sie schien in Panik und wollte sie zu begreifen. Wir müssen da rauf, sagte er heiser inmitten des Lärms aus der automatischen Waffe. Zuerst war Jennifers Blick vor Angst getrübt, doch als sie zu dem Fenster hinauf sah, das sich vielleicht zweieinhalb bis drei Meter hoch befand, schien sie klar zu sehen. Außerdem schien sie sich zu stählen, als katapultierte sie der Kugelhagel endgültig ins Erwachsenenalter. Das schaffe ich, sagte sie leiser und nickte. Bei dem ohrenbetäubenden Lärm hätte sie brüllen müssen, doch Adrian verstand ihre Antwort mit der Geistes Gegenwart die Gefahr beschert. Er richtete sich auf, löste sich von der Wand, an der sie gekauert hatten, packte altes, aussortiertes Mobiliar sowie unförmige Gegenstände, die einmal zum Alltag eines Bauernhauses gehört hatten, ein zerbrochenes zusammenschaffen, bis es eine Art Leiter hergab. Sein gebrochener Fuß bereitete ihm solche Qualen, dass er sich einen Moment lang fragte, ob ihn ein Schuss getroffen hatte. Dann wurde ihm bewusst, dass die Frage müßig war. Auf dem obersten Treppenabsatz schoss Michael mit der Kamera über Lindas Schulter hinweg, während sie mit der Kalaschnikow eine Salve nach der anderen abfeuerte. Auf diese Weise stellte er sicher, dass sie nicht im Bild war. Die Explosionen machten einen ohrenbetäubenden Lärm, und als sie aufhörten, beugten sie sich beide vor. Er bezweifelte, dass es ihnen gelungen war, Nummer vier und den alten Mann zu töten. Sie zu verwunden, schon möglich. Ihnen einer heidene Angst zu machen, ganz gewiss. Er war sich der Waffe in der Hand des alten Mannes nur allzu bewusst. Nummer vier hielt vielleicht die Magnum im Anschlag, die sie für ihren Selbstmord vor laufender Kamera bekommen hatte. Er versuchte, die Situation logisch zu Ende zu denken, auch wenn ihm das Adrenalin durch die Adern pumpte und er das rechte Auge kein Moment vom Sucher der Kamera nahm. Die Waffe, die du Nummer vier gegeben hast, nur die eine, die sie brauchte, antwortete Linda. Sie stützte die Kalaschnikow an der Hüfte ab und legte den Finger fester an den Abzug. Sie wusste, dass sie den ganzen Keller im Visier hätte, wenn sie nur ein paar Stufen hinunter ginge, doch dann hätte Michael, der hinter ihr filmte, einen sehr ungünstigen Winkel. Wie ein Filmemacher, der eine komplizierte Action-Sequenz mit wir sie hetzen, fing sie an, doch er fiel ihr ins Wort. Hör mal, sagte er. Was ist das für ein Geräusch? Obwohl es ihnen beiden vom Donnern der Salven aus nächster Nähe in den Ohren klingelte, zwangen sie sich klar zu denken. Es war, als versuchten sie, in einem dunklen Zimmer das Kleingedruckte zu lesen. Sie brauchten ein paar Sekunden, um vermutete, der alte Mann und Nummer vier wollten sich verstecken und mit ihnen dort unten einen Kampf austragen. Er versuchte, sich den Keller zu vergegenwärtigen, um zu sehen, welche Stelle sich zwei in die Enge getriebene Ratten am ehesten als sowohl für die Kamera als auch für die Waffen. Er berührte seine Geliebte an der Schulter und legte zum universalen Zeichen, still zu sein, den Finger an die Lippen. Er signalisierte ihr, sie soll ihm folgen, allerdings erst, nachdem sie noch eine Salve losgelassen hatte. Das tat sie, indem sie die Kalashnikov in der engen Treppenschlucht ein paar Mal nach links und rechts schwenkte und einen Kugelhagel entlud, bis das Magazin leer war. Sie zog das zweite Magazin aus Michaels Tasche, schob es gekonnt und energisch in ihre Waffe und zog den Schlagbolzen zurück, so, dass sie jederzeit feuern konnte. Dann rannte sie ihm hinterher. Terry Collins brauchte ein paar Sekunden, um sich darüber klar zu werden, was am Bauernhaus vor sich ging. Bis zu der Stelle, an der sie und Mark Wolfe neben Adrians Auto standen, drangen die Schüsse in einer Lautstärke wie aus einem Fernsehapparat nebenan. Doch auch wenn sie nur gedämpft aus dem Haus kamen, bestand für sie kein Zweifel, dass es sich um automatische Waffen handelte. Vor Jahren hatten sie und ihre kleinen quengligen Kinder allzu viele Stunden in der Nähe eines militärischen Schießstands zugebracht und gewartet, bis ihr Ex-Ehemann damit fertig war, hundert Schussmagazine auf fest postierte Terroristenpuppen zu leeren, hemmungslose Ballereien, die eher die Norm als die Ausnahme waren. Die Erinnerung durchzuckte sie wie ein Stromschlag und sie wirbelte zu Mark Wolfe herum. Rufen Sie Hilfe, brüllte sie. Er machte sich an dem Handy zu schaffen, während Terry mit wenigen Sätzen am Heck ihres Wagens war. Sie riss die Kofferraumklappe hoch und holte die schwarze Kugelsichere Weste heraus, die sie dort aufbewahrte. Sie hatte sie vor vielen Jahren, als sie noch Streife fuhr, von ihrer Nachbarin Laurie geschenkt bekommen und kein einziges Mal getragen, seit sie das Ding an jenem Weihnachtsmorgen ausgepackt hatte. Geben Sie denen die richtige Adresse, rief sie ihm über die Schulter zu. Sagen Sie Ihnen, jeder wird gebraucht, geben Sie Bescheid, dass mit automatischen Waffen geschossen wird und einen Krankenwagen. Wenn nötig, sagen Sie denen, es sei auf einen Polizeibeamten geschossen worden, dann kommen Sie schneller. Sie drückte die Klettverschlüsse zu und schmiegte sich die Weste an die Brust. Sie fühlte sich schrecklich klein und dürftig an. Dann lud sie ihre Pistole durch. Sie hörte eine zweite Salve, ohne darüber nachzudenken, was sie tat und ohne sich klarzumachen, dass sie erst einmal zu dem Haus gelangen musste, in dem die Schüsse fielen, rannte sie los. Ihre letzte Anweisung an Wolfe lautete Warten Sie hier, sagen Sie denen, wo ich hingelaufen bin. So schnell sie konnte, raste Terry die Waffe in der Hand der örtlichen Polizei meldete, fasste er sich kurz und präzise. Schicken Sie Hilfe, sagte er, so viel Sie können, eine Polizistin ist in eine Schießerei verwickelt. Als er der Beamten die Adresse nannte, hörte er die Frau nach Luft schnappen, bevor sie sagte, es wird eine Weile brauchen, bis die Staatspolizei dort sein kann, mindestens eine Viertelstunde. Wir haben keine Viertelstunde Wolfe sah auf und starrte Collins hinterher. Der Wald am Beginn der Einfahrt war zu dicht, als dass er hätte sehen können, wo sie sich gerade befand. Sie schien vom Erdboden verschluckt. Er war hin und her gerissen. Einerseits hatte sie ihn angewiesen zu warten, und der Feigling in ihm konnte bestens damit leben, sich an ein schattiges Plätzchen zurück zu ziehen, während die Dinge ohne ihn ihren Lauf nahmen. Doch dieser natürliche nah am Ort des Geschehens sein wollte und bereit war, dafür einige Risiken auf sich zu nehmen. Alles, was in seinem Leben zählte, hatte damit zu tun, in Reichweite zu sein. Er holte tief Luft und rannte hinter der Kommissarin her, auch wenn er sich im Takt mit seinen Schritten immer wieder warnte, sich zurückzuhalten und das Drama aus einem sicheren Versteck anzusehen. Ach schon, das musst du dir aus der Nähe anschauen, kam der andere Befehl und sorgte dafür, dass er in einen Sprint überging. Zu nah muss allerdings auch nicht sein. Adrian stand unsicher auf dem Gerümpel und half Jennifer zu sich herauf. Das in Panik aufgetürmte Klettergerüst schwankte und drohte zusammenzubrechen. Er steckte seine Waffe in die Tasche und hoffte, dass sie nicht herausfiel. Dann verschränkte er die Hände zur Räuberleiter für das nackte Mädchen. Sie hob den Fuß und stützte sich mit einer Hand an seiner Schulter ab, während sie mit der anderen ihren Bären festhielt. In einem einzigen gewaltigen Kraftakt hiefte er sie zum Fenster hoch. Sie packte den Rahmen. Adrian sah, wie sie das Stoff hier hinausschleuderte und sich zugleich an dem zersplitterten Holz festhielt. Einen Moment schwankte Jennifer, dann trat sie mit den Beinen aus und zappelte wie ein Fisch an Deck eines Boots. Doch im nächsten Moment stemmte sie sich hoch und zwängte sich nach draußen. Adrian atmete erleichtert auf. Er staunte ein wenig darüber, was er getan hatte und er hatte keine Ahnung, wie er selbst es hinauf schaffen sollte. Gleich einem Vogel auf einem dünnen, gewinnen. Er fand nichts. Ihm wurde mulmig und er merkte, wie ihn die Resignation beschlich. Sie kann weglaufen. Ich stecke hier fest. Ich wolle gar nicht rauskommen, aber ich kann nicht. Und genau in dem Moment, als er sich geschlagen gab, hörte er von oben. Professor, schnell! Jennifer, die durch das Fenster verschwunden war, lehnte sich jetzt wieder herein und streckte ihm mit dem Körper halb draußen, halb drinnen, den dünnen Arm herunter. Er glaubte nicht, dass sie auch nur annähernd die Kraft aufbringen würde, ihm zu helfen. Versuch's, Ordi, um Gottes Willen, versuch's, brüllte ihm Brian ins Ohr. Adrian sah auf. Nur, dass sich ihm diesmal nicht das Mädchen durch das Fenster entgegen reckte, sondern Cassie. Komm schon, Ordi, flehte sie. Er zögerte nicht. Er klammerte sich an ihrem Arm fest, griff nach der Wand und stieß sich, so fest er konnte, sowohl mit dem gebrochenen als auch dem heilen Fuß ab. Er fühlte, wie das aufgetürmte Gerümpel unter ihm nachgab und wie er für einen Moment in der Luft baumelte. Doch in der nächsten Sekunde krachte er gegen Zement und dachte, dass er fiel, bis er merkte, dass er den Fensterrahmen gepackt hatte und die blutigen Fingernägel ins Holz grob. Er trat wild mit den Beinen um sich. Er glaubte nicht, dass er die nötige Kraft für den erforderlichen Klimmzug besaß. Doch dann merkte er, dass er hochgehoben wurde. Teils von dem Mädchen, das ihn am Revers seiner Jacke packte, teils durch den letzten Rest an eigener Kraft und ein wenig von allen seinen Erinnerungen. Flügel, stellte er sich vor. Plötzlich sah er die Sonne über sich. Er kroch durchs Fenster. Das letzte Stück zog in Jennifer heraus. Der alte Mann und das nackte Mädchen sackten erschöpft an die Hauswand. Gierig sog sie die köstliche Luft ein und genoss das Prickeln der Sonne auf der Haut. Sie dachte für Adrian bemühte sich verzweifelt seine Gedanken zu ordnen. Die Zuflucht des Waldes lag hinter der Scheune und dem offenen Gelände, über das er auf seinem Hinweg gerannt war. Falls sie es bis dorthin schafften, konnten sie sich verstecken. Als er Jennifer gerade an der Schulter packte, um ihr hektisch zu zeigen, da müssen wir hin, schlug eine Kugel aus der Kalaschnikow über ihren Köpfen in die Wand und dicht neben ihren Füßen in den Boden ein. Erdklumpen flogen ihnen ins Gesicht. Holzsplitter und Dämmstofffetzen regneten ihnen auf den Kopf. Es war ein Getöse, als steckten sie in einer Kesselpauke, die wie wild gehauen wurde. Eng aneinander geschmiegt, wichen sie zurück, und Jennifer fing wieder zu schreien an, auch wenn ihre Stimme nicht laut genug war, um sich gegen das Donnern des Maschinengewehrs zu behaupten, und es sah so aus, als käme das Hämmern des Gewehrs aus ihrem offenen Mund. Linda und Michael hatten sich getrennt. Sie selbst war zur Rückseite gegangen und zielte mit dem Gewehr um die Ecke des Hauses, so dass sie einen günstigen Schusswinkel auf die beiden hatte. Es war schwer sorgfältig anzulegen, ohne sich selbst zur Zielscheibe zu machen und so verließ sie sich auf Masse statt Treffsicherheit. Michael war zur Vorderseite des Hauses an seinem alten Truck vorbeigegangen, der ihm ausreichend Deckung bot, um weiterzufilmen. Er hatte das Gewehr sinken lassen und hielt stattdessen die HD-Kamera am Auge, nachdem er den Laptop aufs Führerhaus des Trucks gestellt hatte. Ihn erfüllte ein Sie drückte sich an Adrian. Er hielt sich den Arm vors Gesicht, als könnte er so die Geschosse abwehren. Er kniff die Augen zu und rechnete jeden Moment, damit zu sterben. Hör zu, es ist noch nicht zu Ende. Er drehte sich zur Seite und sah den Vietnam Brian. Einen jungen Offizier mitten im Krieg, nur wenige Jahre älter als Jennifer und Adrian sah, dass er ihm Zeichen machte. Brians Tarnanzug war lehmverkrustet und sein Helm in die Stirn heruntergezogen. Schweiß verschmiert und verdreckt ließ er sich beuchlings auf den Boden fallen, während er ein Magazin in sein M16 stieß. Sein wild entschlossenes Gesicht verzog sich zu einem verhaltenen Lächeln. Brian schien nicht die geringste Angst zu haben. Komm schon Aldi, Feuer erwidern! Verdammt, du musst das Feuer erwidern! Brian hatte seine Waffe auf Vollautomatik eingestellt und er gab eine wütende Salve ab. Adrian sah in diesem Moment, wie an der Stelle, die Linda ins Visier genommen hatte, um sie beide zu treffen, die Kante des Hauses zersplitterte. Ein Fenster zerbrach und die Holzschrappnells flogen im hohen Bogen in die Sonne. Er senkte den Blick und sah, dass er die neun Millimeter seines Bruders aus der Tasche gezogen und es irgendwie geschafft hatte, auf ein Knie herunter zu gehen. Die Geschosse, die in das Haus einschlugen, gab er selber ab. Ausgezeichnet, brüllte Brian. Pass auf, dass sie dich nicht von der Flanke aus angreifen können, Ordi. Tarnfeuer aufrechterhalten. Linda fuhr erschrocken zurück. Ein Schuss war direkt über ihrem Kopf und als sie den Kratzer berührte, sah sie Blut an den Fingerspitzen. Es machte sie wütend. Adrian drückte immer wieder ab, leere Patronenhülsen schwirrten um ihn herum. Er hörte, wie ihm Tommy ins Ohr brüllte, jetzt Dad, das ist ihre Chance. Während er feuerte, rief er Jennifer zu, los, los, renn los, mach schon. Jennifer verstand nicht wirklich, was er sagte, doch im Prinzip war klar, worum es ging. Lauf zur Scheune. Da hast du Deckung. Dann renn weiter in den Wald. Lauf weg, versteck dich. Schlag dem Tod ein Schnippchen. Sie rappelte sich auf und rannte ohne zu zögern los. Sie rannte, so schnell sie konnte. Sie holte das letzte bisschen Kraft aus sich heraus und legte ein Tempo vor, wie sie es sich auf ihrem Bett in der Zelle ausgemalt hatte. Sie spürte, wie der Wind sie streichelte. Dann stellte sie sich vor, wie er eine gewaltige Böe in den Rücken blies und sie auf dem Weg zur rettenden Scheune vorantrieb. Auch Adrian stand auf, auch er lief los, doch mit dem gebrochenen Fuß knickte er bei jedem Schritt ein und so schleppte er sich mit dem hinkenden Gang eines Greises davon. Zugleich feuerte er und versuchte in der Hoffnung auf einen glücklichen Zufallstreffer die Hausecke unter Beschuss zu nehmen. Er hatte erst den halben Weg zurückgelegt, als ihn ein ungeheurer Schlag wie ein Blitz erfasste, in die Höhe hob und wie ein Federgewicht zu Boden warf. Er schlug mit dem Gesicht auf die feuchte Erde. Er schmeckte die Erde und ihm sausten die Ohren, während ihm ein glühender Schmerz durch die Beine bis in die Talie hoch und schließlich ins Herz schoss, das in diesem Moment still zu stehen drohte. Er konnte nicht die Worte denken, ich wurde getroffen, auch wenn genau das geschehen war. Er sah verschwommen wie durch graue Nebelschleier, als Brian und Tommy sie auf dem Rest ihres Weges begleiten würden, weil er es nun nicht mehr konnte. Er schloss die Augen und hörte einen unheilvollen Laut. Es war ein lautes Klicken. Er wusste nicht, dass es entstand, wenn bei einem Gewehr ein leeres Magazin ausgestoßen und ein neues eingeschoben wird. Er wusste nur, dass es den Tod bedeutete. Als Adrian sich auf Matik geschaltet, damit sie weiter filmte. Es war wie der Dutch Cut eines Film Regisseurs mit einer Bildeinstellung im spitzen Winkel. Ihn selbst fing sie nur von hinten ein, sodass seine Anonymität gewahrt blieb und ihre Kundschaft nichts weiter als seinen Rücken zu sehen bekam. Er feuerte einen einzigen Schuss mit seiner Flinte Kaliber 12 ab. Die Schrotkugeln trafen den alten Mann an den Oberschenkeln und im Bereich der Hüfte. Sie erwischten ihn mit der Wucht eines Linebackers oder wie das brutale Foul eines Fußballprofis mit harten Stollensohlen, für das er die rote Karte seht, und schleuderten ihn in die Luft, bevor sie ihn zur Strecke brachten. Michael stieß die Patronenhülse aus, hob die Waffe an die Schulter, um diesmal sorgfältig auf die Gestalt zu zielen, die gekrümmt vor ihm lag. Bringen wir diese Show zu Ende, dachte er und überhörte die Person, die hinter ihm war, bis sie ihm in schneidendem Ton den Befehl gab, Polizei, keine Bewegung, Waffe fallen lassen. Er konnte es nicht glauben und reagierte nicht. Ich sagte Waffe fallen lassen. Das passte definitiv nicht in sein Konzept. Seine Gedanken überschlugen sich. Wo steckt Linda? Wer ist das? Nummer vier ist so gut wie erledigt. Was geht da vor sich? Diese Flut an Fragen heilte in irgendeinem Winkel seines Bewusstseins wieder, dem er nie Beachtung schenkte und der ihm völlig fremd war. Statt der Aufforderung Folge zu leisten, wirbelte Michael herum und schwang das Gewehr in die Richtung der Stimme, die glaubte, sie könnte ihm Befehle erteilen. Er hegte nicht die Absicht, sich damit aufzuhalten, sondern hatte nur den einen Wunsch, denjenigen auf der Stelle zu erschießen und sich dann wieder seiner bedeutend wichtigeren Aufgabe zu widmen und Serie Nummer vier zum Abschluss zu bringen. Es war ihm nicht mehr vergönnt. Terry Collins hockte in Schussposition hinter dem Truck. Sie hielt die des Rückens die Brust. Sie konnte nicht begreifen, wieso er das Gewehr nicht fallen ließ. Er hatte keine Chance. Kein einziges Mal in all ihren Jahren in dem kleinen Polizeirevier hatte sie sich gezwungen gesehen, ihre Waffe aus dem Holster zu ziehen, außer zu Übungszwecken am Schießstand. Als es nun zum ersten Mal ernst wurde, versuchte sie, sich sämtliche Vorschriften ins Gedächtnis zu rufen. Sie wusste aus ihrer Ausbildung, dass man keine zweite Chance bekam. Doch die Waffe schien irgendwie mitzudenken, ohne Terrys dazutun zu zielen und die Schüsse abzugeben. Sie war sich kaum bewusst, dass sie abgedrückt hatte. Mach keinen Fehler. Streck die Zielperson nieder. Die Pistole der Polizistin donnerte fünfmal, so wie es Vorschrift war. Stahl ummantelte Geschosse drangen tief in Michaels Fleisch. Von der Wucht der aus großer Nähe abgegebenen Schüsse bäumte er sich auf und stürzte nach hinten. Er war tot, bevor er einen letzten Blick auf den Himmel erhaschte. Wie nach einer großen Anstrengung atmete Terry Collins einmal tief aus. Benommen machte sie einen Schritt nach vorn. Auch wenn sich ihr alles im Kopf zu drehen schien, war jeder Nerv bis zum Zerreißen gespannt. Sie starrte wie gebannt auf die Gestalt vor ihr am Boden. Wo seine Brust gewesen war, bildete sich eine große Lache Blut. Der Anblick des Mannes, den sie getötet hatte, übte eine magische Wirkung auf sie aus. Wie unter Hypnose wäre sie reglos stehen geblieben, hätte sie nicht in dem Moment den Schrei gehört. Linda beobachtete den Tod ihres Geliebten vom anderen Ende des Bauernhauses aus. Ein unerträglicher Anblick. Sie sah die Polizistin vor Michael stehen. Sie sah das Blut. Es war als würde ihr das, was ihr Leben ausmachte, aus dem Herz gerissen. In Panik und Verzweiflung fühlten sich ihre Augen mit Tränen und sie rannte los. Michael, Michael, nein, rief Geschosse drangen in Terry Collins ein. Sie merkte, wie ihr die eigene Waffe aus der Hand flog, als eine der Kugeln sie im Handgelenk erwischte. Eine andere traf sie, als sie schon taumelte, direkt über der Weste und schlitzte ihr wie mit einem Messer die Kehle auf. Sie landete auf dem Rücken und starrte in den Himmel. Sie merkte, wie ihr warmes Blut denken sollte, was sie nicht mehr erleben würde. Doch dann durchflutete sie die Agonie, wie heißes flüssiges Blei. Ihr blieb nicht einmal die Zeit für den Gedanken, ich will nicht sterben, bevor sie zum letzten Mal röchelnd Atem holte. Linda rannte immer noch. Sie warf das Maschinengewehr weg und zog die Pistole, die er Michael in den Jeansgürtel gesteckt hatte. Sie wollte weiterschießen, als könnte sie, wenn sie die Polizistin immer und immer wieder tötete, die Zeit umkehren und Michael zum Leben erwecken. Linda warf sich über ihren Geliebten und hielt ihn in den Armen wie Michel Angelos Maria, den gekreuzigten Sohn. Sie strich ihm mit den Fingern übers Gesicht und versuchte ihm das Blut von den Lippen zu wischen, als könnte ihn dieser Verzweiflungsakt ihr wiedergeben. Sie heulte vor Qual und dann schlug der Schmerz in rasende Wut um. In unbändigem Hass kniff sie die Augen zusammen und rappelte sich hoch. Sie griff nach der Pistole und sah den alten Mann auf dem Boden ausgestreckt. Sie wusste nicht, wer er war und wie er hierher gefunden hatte. Doch dass er an allem schuld war, stand außer Zweifel. Sie konnte auch nicht sagen, ob er tot oder lebendig war, sondern nur, dass er es nicht verdiente, am Leben zu bleiben. Fest stand auch, dass Nummer vier noch in der Nähe sein musste. Bring sie um. Bring sie beide um. Und dann bring dich selber um, damit du für immer bei Michael sein kannst. Linda hob die Waffe und nahm die Gestalt des alten Mannes ins Visier. Adrian konnte sehen, was die Frau tat. Hätte er sich bewegen und irgendwo in Deckung kriechen oder seine eigene Waffe ziehen und schießen können, hätte er nicht gezögert. Doch er konnte nichts der gleichen tun. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu warten. Er konnte es akzeptieren, wenn er auf der Stelle erschossen würde, solange Jennifer die Flucht gelang. Schließlich hatte er es selbst längst zu Ende bringen wollen und wurde mitten in seinen Selbstmordplänen unterbrochen, weil er beobachtete, wie das Mädchen in seiner eigenen Straße gekidnappt wurde. Das war ein schreckliches Unrecht. Und so hatte er alles getan, was seine tote Frau, sein toter Bruder und sein toter Sohn von ihm erwarteten. Es hatte alles irgendwie zu seinem Sterben dazugehört. Bestes getan und vielleicht konnte Jennifer wegrennen und erwachsen werden und leben. Das war's wert. Adrian schloss die Augen. Er hörte den Knall der Pistole. Doch anders als erwartet ereilte ihn nicht nach Bruchteilen von Sekunden der Tod. Er spürte immer noch die feuchte Erde an der Wange. Er merkte, wie sein Herz pumpte und wie ihm die Schmerzen durch den ganzen Körper wogten. Er spürte sogar seine Krankheit, als nutzte sie die Situation heimtückisch aus und drängte sich in den Vordergrund. Mit jeder Faser seines Seins hatte er versucht, sie niederzuringen. Doch jetzt hatte er ihr nichts mehr entgegen zu setzen. Er verstand nicht, wieso, merkte jedoch, wie ihm die Erinnerungen entglitten und ihn der Verstand verließ. Er wollte ein letztes Mal seine Frau, seinen Sohn und seinen Bruder hören. Er sehnte sich nach einem Gedicht, das ihn auf dem Weg in den Wahnsinn, das Vergessen und den Tod begleitete. Doch in seinem Innern hörte er nichts weiter als den tosenden Wasserfall der Demenz, der die letzten Teile von ihm, die sich noch ans Leben klammerten, mit sich riss. Er öffnete blinzelnd die Augen. Was er vor sich sah, schien ihm mehr als alle seine Totengeister eine Halluzination zu sein. Die Frau lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, von ihrem Kopf war nur eine blutende Masse übrig geblieben. Und hinter ihr Mark Wolfe, der Detective Collins Pistole in der Hand hielt. Adrian wollte lachen, denn er hätte es vernünftig gefunden, mit einem Lächeln auf den Lippen zu sterben. Er schloss die Augen und wartete ab. Der Sexualstraftäter betrachtete das Blutbad vor dem Bauernhaus und murmelte immer wieder, du lieber Gott, lieber Gott, du lieber Gott, auch wenn die Worte keinem Glauben oder religiösen Gefühl entsprangen, sondern dem Schock. Er hob die Pistole der Polizistin zum zweiten Mal, ohne auf irgendetwas zu dem Dach des Trucks und die Kamera, die alles wahrheitsgetreu festhielt. Nachdem das letzte Echo der Schüsse verklungen war, herrschte vollkommene Stille. Du lieber Gott, wiederholte er noch einmal. Er betrachtete Detective Collins und schüttelte den Kopf. Dann ging er langsam zu Adrians Leiche hinüber und war erstaunt, als der alte Mann blinzelnd die Augen öffnete. Er war schwer ihn und redete ihm gut zu. Sie sind ein zäher alter Bursche Professor. Halten Sie durch. Wolfe hörte, wie sich rasch Sirenen näherten. Da kommt Hilfe, sagte er. Sie dürfen nicht aufgeben. Die sind jeden Moment da. Ihm lag schon auf der Zunge, sie schulden mir einiges mehr als zwanzig Riesen. Doch die Bemerkung verkniff er sich. Stattdessen drängte sich ihm in diesem Moment ein Hochgefühl auf. Eine Mischung aus Stolz und der Erkenntnis Ich bin ein Held. Ich bin ein gottverdammter Held. Ich habe eine Polizistenmörderin zur Strecke gebracht. Die werden mich nie wieder grundlos schikanieren, egal was ich mache. Ich bin frei. Die Sirenen kamen immer näher. Wolfe wandte sich von dem verwundeten Professor ab und bei dem Anblick, der sich ihm in diesem Moment bot, bekam selbst er den Mund nicht mehr zu. Ein splitternacktes, junges Mädchen trat hinter der baufälligen Scheune hervor. Sie machte keine Anstalten, ihre Blöße zu bedecken, sondern hielt sich ihr Stofftier ans Herz. Als Jennifer über die offene Fläche gelaufen kam, stand Wolfe auf und trat zur Seite. Sie kniete sich genau in dem Moment neben Adrian, als der erste Streifenwagen der Staatspolizei in die Einfahrt des Bauernhauses einbog. Wolfe zögerte, doch dann zog er seine leichte Jacke aus. Er legte sie Jennifer um die Schulter, teils aus Takt, vor allem aber, um die Porzellanhaut der jungen Frau zu berühren. Seine Finger strichen leicht über ihren Oberarm und er seufzte, als er die elektrisierende Wirkung spürte. Hinter ihnen kamen mit quietschenden Reifen Streifenwagen zum Halten und waffenschwingende Beamte sprangen heraus, brüllten Befehle, gingen hinter geöffneten Wagentüren in Stellung. Wolfe besaß so viel gesunden Menschenverstand, die Waffe der Kommissarin wegzuwerfen und zum Zeichen, dass er sich ergab, die Hände zu heben. Eine übertrieben vorsichtige Geste. Jennifer dagegen schien nichts zu hören und zu sehen, außer dem röchelnden Atem des alten Mannes. Sie nahm seine Hand und drückte sie fest, als könnte sie ihm durch den Hautkontakt ein wenig von ihrer jugendlichen Kraft übertragen. Adrian blinzelte schwach und sah sie wie ein Mann, der aus einem längeren Nickerchen erwacht und nicht sicher ist, ob er noch träumt, mit seinem trüben Blick an. Er Epilog Tag des letzten Gedichts Professor Roger Parsons las die ganze Semesterhausarbeit von vorne bis hinten. Dann ging er sie ein zweites Mal durch und schrieb am Ende der letzten Seite mit Rotstift »Überragend, Miss Riggins«. Er dachte ein Weilchen nach, was er als nächstes schreiben würde, sah zu seinem gerahmten, signierten Filmplakat von Schweigen der Lämmer auf, das ihm gegenüber an der Wand seines Dienstzimmers hing. Seine Einführung in die Psychopathologie hielt er seit fast 22 Jahren für Studenten, die Psychologie im Hauptfach studieren wollten, und er konnte sich an keine bessere Jahresabschlussarbeit erinnern. Der Titel lautete »Selbstzerstörerisches Verhalten bei Heranwachsenden«. Miss Riggins hatte mehrere häufig anzutreffende antisoziale Muster bei Teenagern dekonstruiert und in psychologische Raster eingeordnet, die so komplex und anspruchsvoll waren, dass er dergleichen niemals von einem Studenten im ersten Jahr erwartet hätte. Ganz offensichtlich hatte die junge Frau, die im Übungsraum immer vorne saß und sich am Ende der Stunde stets als erste mit fundierten Fragen meldete, nicht nur sämtliche Artikel gelesen, für die es Extrapunkte gab, sondern auch noch eine Menge Bücher, die über die ausgehändigte Lektüre Liste weit hinausgingen. Und so schrieb er »Bitte kommen Sie bei nächster Gelegenheit in meine Sprechstunde, damit wir über ein Studienprogramm für Hochbegabte sprechen können. Vielleicht hätten Sie zusätzlich Interesse an einem Klinikpraktikum in den Sommersemesterferien. Gewöhnlich geht es an Examenskandidaten, aber wir könnten in Ihrem Fall eine Ausnahme machen. Es folgte die Note 1,0. Eine so gute Note hatte er nach seiner Erinnerung erst wenige Male vergeben und soweit er sich entsann, noch nie im Rahmen einer Einführungsveranstaltung. Miss Riggans Arbeit konnte sich eindeutig mit den Hausarbeiten messen, die er von älteren Semestern in seinen Hauptseminaren zur Psychopathologie erwartete. Professor Parsons legte die Arbeit zuoberst auf den Stapel, den er nach der nächsten Vorlesung zurückgeben wollte, der letzten Sommerferien. Nur widerstrebend nahm er den nächsten Essay zur Hand und begann mit der Korrektur. Es dauerte nicht lang und er verzog gequält das Gesicht und stöhnte laut, da der Aufsatz bereits im zweiten Satz des ersten Abschnitts einen Tippfehler enthielt. »Haben die denn noch nie von einem Rechtschreibprüfungsprogramm gehört?« Schwungvoll strich er den Fehler leuchtend rot an. Jennifer eilte aus ihrem Kurs über gesellschaftliche Tendenzen in der modernen Lyrik und lief zügig über den Campus. Jeden Donnerstag folgte sie einer festen Routine und obwohl sie wusste, dass dieses letzte Mal einige Änderungen nötig waren, wollte sie dennoch sicherstellen, dass sie sich so weit wie möglich an das Ritual hielt. Ihre erste Station war ein kleiner Blumenladen im Zentrum der Stadt, in dem sie einen preiswerten gemischten Blumenstrauß kaufte. Sie mitten im Winter. Ob es bitter kalt oder glühend heiß oder wie an diesem frühen Sommertag angenehm sonnig und mild war, sollte der Strauß etwas Besonderes sein. Sie nahm die Blumen von der netten Verkäuferin entgegen, die sie von ihren vielen Besuchen kannte, aber noch nie nachgefragt hatte, weshalb sie mit solch bemerkenswerter Regelmäßigkeit kam. Jennifer nahm einfach an, Wagens und fuhr zum Polizeirevier am anderen Ende der Stadt. Gewöhnlich gab es in der Nähe freie Parkplätze und bei den wenigen Gelegenheiten, wenn einmal an der Straße alles zugeparkt war, hatten die Streifenpolizisten sie auf ihren Platz für Dienstfahrzeuge hinter der Station gewunken. An diesem letzten Tag hatte sie Glück und fand eine Lücke direkt vor dem Eingang des modernen Baus aus Ziegel und Glas. Sie nahm sich nicht die Zeit Münzen in die Parkuhr einzuwerfen, sondern sprang nur den Blumenstrauß in der Hand aus dem Wagen. Sie überquerte den breiten Bürgersteig Richtung Tür. Direkt daneben befand sich eine Gedenktafel aus Bronze an der Wand. Unter einem glänzenden Goldstern, der die Sonne einfing, stand in erhabenen Lettern zum Gedenken an Detective Terry Collins, in Ausübung ihrer Pflicht gestorben. Tapferkeit, Einsatz, Opferbereitschaft. Jennifer legte die Blumen unter die Plakette und verweilte einen Moment in stillen Gedanken. Manchmal erinnerte sie sich daran, wie die Ermittlerin ihr bei einem ihrer Ausreißversuche gegenüber gesessen und versucht hatte, ihr klarzumachen, wieso Flucht keine gute Idee war, was Jennifer ihr aber nicht abgenommen hatte. Sie erklärte ihr damals, dass es andere Auswege gäbe. Sie müssen nur gründlich danach suchen. In den drei Jahren, seit die Polizistin bei ihrer Rettung starb, hatte sie herausgefunden, wie recht sie damals hatte. Manches Mal hatte sie der Plakette zugeflüstert. Ich mache genau, was sie gesagt haben, Detective. Ich hätte auf sie hören sollen. Es stimmte von Anfang an. Mehr als ein Polizist hatte ihre Zwiesprache mitbekommen, doch niemand hatte sie je gestört. Im Unterschied zu der Floristin, die sie donnerstags erwartete, wussten sie alle, wieso Jennifer kam. Es ist Donnerstag, muss wohl Gedichtstag sein, sagte die Schwester in freundlich beschwingtem Ton. Sie sah von ihrem Papierkram und einem Computer Bildschirm am Empfangstisch der Eingangshalle auf. Das geduckte, unansehnliche Schlackensteingebäude befand sich unweit einer der Zufahrtsstraßen, die in die kleine Universitätsstadt führten. Die Türen waren für Rollstühle und fahrbare Tragbaren ausgelegt und mit automatischen Türöffnern versehen, die auf Knopfdruck einen Pfeifton von sich gaben. Genau, antwortete Jennifer und lächelte zurück. Die Schwester nickte, schüttelte dann aber den Kopf, als weckte Jennifers Eintreffen glückliche wie traurige Assoziationen. Wissen Sie, meine Liebe, möglicherweise versteht er nichts mehr, aber er freut sich immer sehr auf ihre Besuche. Das sehe ich ihm einfach an. Wenn er donnerstags auf ihren Besuch wartet, scheint er immer ein bisschen wacher zu sein. Jennifer schwieg. Sie wandte sich einen Moment ab und blickte nach draußen. Unter dem dichten grünen Blätterwerk, das sich mit den Böen raufte und vereinzelte Sonnenstrahlen durchblitzen ließ, war das Namensschild des Gebäudes noch nicht ganz verdeckt. Valley, Pflegeheim und Reha Zentrum. Sie drehte sich wieder zur Schwester um. Sie wusste, alles, was die Frau sagte, die Wahrheit Lügen strafte. Er war nicht wacher. Vielmehr verschlechterte sich sein Zustand zusehends Woche für Woche. Nein, korrigierte sich Jennifer, er baut stündlich ab. Das mag ich auch, stimmte sie in die Lüge ein. Und wen haben sie für den heutigen Besuch mitgebracht? fragte die Schwester. W. H. Orden und James Merrill, antwortete Jennifer. Und Billy Collins, der ist zu witzig. Und noch ein paar andere, falls uns die Zeit bleibt. Wahrscheinlich kannte die Schwester keinen der Dichter. Doch sie tat so, als leuchtete die Auswahl vollkommen ein. Er ist draußen auf der Terrasse, sagte sie. Jennifer fand den Weg allein. Sie nickte ein paar anderen Pflegern und Schwestern zu, an denen sie vorbeikam. Sie kannten sie alle als das Donnerstagsmädchen mit den Gedichten. Und ihre Regelmäßigkeit war ihnen Grund genug, sie nicht zu stören. Sie fand Adrian in einem Rollstuhl in einer schattigen Ecke. Er war an der Talie leicht vorn übergebeugt, als betrachtete er aufmerksam einen Gegenstand direkt vor ihm, auch wenn Jennifer an der Neigung seines Kopfes erkannte, dass er nicht einmal die schöne Nachmittagssonne sehen konnte. Seine Hände zitterten und seine Lippen zuckten von Parkinson-ähnlichen Symptomen. Sein Haar war inzwischen schloh-weiß, ein wenig strähnig und zerzaust. Von der körperlichen Fitness, auf die er sich früher hatte verlassen können, war ihm nichts geblieben. Seine Arme waren knochendünn und seine schwachen Beine zuckten nervös. Er war abgemagert und unterernährt und da er nicht rasiert war, hatte er graue Stoppeln an den eingefallenen Wangen und dem Kinn. Seine Augen waren trüb. Sie konnte unmöglich sagen, ob er sie erkannte. Sie fand einen Stuhl und zog ihn neben den Fachprofessor und im nächsten Jahr wird es genauso sein. Ich bleib am Ball, egal wie lange es dauert und was Sie angefangen haben, das bringe ich zu Ende. Versprochen. Sie hatte sich diese Rede tagelang im Kopf zurechtgelegt. Sie sprach zum ersten Mal darüber. Meistens hatte sie ihm einfachere Dinge erzählt, wie sie zum Beispiel die Highschool abgeschlossen und ans College gegangen war. Und dann, welche Seminare sie belegte und was sie von den Lehrern hielt, die einmal seine Kollegen gewesen waren. Manchmal erwähnte sie einen neuen Freund oder auch etwas so Banales wie den neuen Job ihrer Mutter und wie sie sich davon erholt zu haben schien, dass sie mit Scott West Schluss gemacht hatte. Doch meistens las sie ihm Gedichte vor. Sie war inzwischen recht gut in der Betonung im Rhythmus und in den sprachlichen Nuancen. Sie erkannte die subtilsten Zwischentöne in den Versen und fing sie für den alten Mann ein. Auch wenn sie wusste, dass er ihre Worte nicht mehr aufnahm oder verstand. Was zählte, war, es gesagt zu haben. Jennifer beugte sich vor und nahm seine Hand. Sie war zart wie Seidenpapier. Sie hatte recherchiert und es sich in Gesprächen mit dem Personal des Pflegeheims bestätigen lassen. Professor Thomas ging einfach unaufhaltsam dem Tod entgegen. Niemand konnte irgendetwas gegen die Qualen tun, sondern nur hoffen, dass er mit schwindender Gehirnfunktion keine allzu schlimmen Schmerzen litt. Doch sie wusste es besser. Sie sah den Mann, der sie gerettet hatte, mit einem Lächeln an. Ich dachte heute vielleicht ein Mundwinkel tropfte ihm ein wenig Speichel herunter. Jennifer nahm ein Papiertuch und wischte ihn behutsam weg. Aus ihrer Sicht hatte er eine Menge Todes näher erfahren. Eigentlich hätte er längst an der schrecklichen Krankheit und den schweren Schuss Verletzungen sterben müssen, aber das war er nicht. Die Wunden hatten ihn nur gelähmt. Es war nicht fair. Sie griff in ihren Rucksack Patienten wurden durch den nahegelegenen Garten gefahren, wo sie die Blumenbeete bewundern konnten, doch auf der Terrasse waren sie für sich. Jennifer glaubte nicht, dass sich ihr noch einmal ein besserer Moment bieten würde, um dem Professor vorzulesen. Sie schlug das Buch auf, doch die ersten Zeilen konnte sie auswendig zitieren. Verdaustig war's, und glasse Wieben rotterten Gorkicht im Gemank. Die Sammlung war ein dickes Buch, eine Anthologie von mehreren Generationen englischer und amerikanischer Dichter. Und sie hatte eine kleine Spritze zwischen die Seiten gesteckt. Vor einem halben Jahr hatte Jennifer sie bei einem Besuch in der Gesundheitsstation der Uni mitgehen lassen. Ein kleiner Taschenspielertrick, während sie wegen einer vorgetäuschten Bronchitis hustete. Die Spritze enthielt eine Mischung aus Fentanyl und Kokain. Das Kokain hatte sie sich mühelos von einem der vielen Studenten beschaffen können, die sich durchs College arbeiteten. An das Fentanyl heranzukommen, war schwieriger gewesen. Es war ein starkes Narkotikum, das in der Krebstherapie verwendet wurde, um die schlimmen Nebenwirkungen der Chemotherapie zu lindern. Es hatte sie ein paar Monate gekostet, sich mit einem Mädchen anzufreunden, das auf demselben Flur wohnte und dessen Mutter an Brustkrebs litt. An einem Wochenende bei dem Mädchen zu Hause in Boston war es Jennifer gelungen, ein halbes Dutzend Tabletten aus einem Medizinschränkchen zu stehlen. Das hier war mehr als eine tödliche Dosis. Sie würde binnen Sekunden zum Herzstillstand führen. Sie hatte sich wegen des Diebstahls und des Verrats an ihrer neuen Freundin schlimm gefühlt. Doch das war nun mal nicht zu ändern. Sie musste ein Versprechen halten. Während sie den Hemdsärmel des Professors zurückkrempelte, rezitierte sie weiter. Hab Acht vorm Zipferlack, mein Kind. Sein Maul ist Beiß, sein Griff ist Bohr. Jennifer sah sich noch einmal um und vergewisserte sich, dass niemand sah, was sie tat. Mit eins und zwei und bis aufs Bein die biffe Klinge Ritsche Ropf. Sie hatte keine Erfahrung damit, eine Injektion zu geben, doch sie bezweifelte, dass dies einen Unterschied machte. Jedenfalls zuckte der Professor nicht zurück, als die Nadel ihm unter die Haut drang und eine Vene fand. Von Adrians Wahrnehmungsvermögen war nicht mehr als ein stumpfes Grau geblieben. Er sah diffuses Licht, hörte die Krankheit verdeckte, unverständliche Worte nachhalten. All die Garben, die gebündelt den Menschen ausgemacht hatten, der er war, schienen auseinander gefallen und zerknickt zu sein. Und doch sammelten sich mit einem Mal all die undurchsichtigen Gewässer in seinem Innern zu einer Woge und es gelang ihm, nur ein wenig den Kopf zu heben und in der Ferne Gestalten zu sehen, die los. Er lachte. Vom Zipferlack hast uns befreit. Komm an mein Herz, Aroma Sohn. O Bluma Tag, O Schlusse Frohn. Jennifer hatte die Hand am Puls des alten Mannes und passte genau auf. Er wurde immer schwächer. Als sie sich absolut sicher war, dass sie ihn ebenso befreit hatte, wie er sie, schlug sie den Gedichtband zu. Sie beugte sich zu ihm hinab, küßte ihn auf die Stirn und wiederholte O Bluma Tag, O Schlusse Frohn. Sie steckte die Spritze und den Gedichtband wieder in ihren Rucksack und rollte den Professor dann an eine helle Stelle auf der Terrasse. Dort ließ sie ihn stehen. Sie fand, sah friedlich aus. Auf dem Weg nach draußen sagte sie zu der diensthabenden Schwester Professor Thomas ist in der Sonne eingeschlafen. Ich wollte ihn nicht stören. Es war das geringste, was er von ihr erwarten durfte. Das war John Katzenbach, der Professor. Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreuzer. Gelesen von Simon Jäger.